Black Dagger Todesfluch von J.R. Ward Kapitel 1 Ziemlich verlegen und steif lagen Vicious und Jane nebeneinander auf dem Bett. Vicious grübelte fieberhaft, welcher Film Jane wohl am wirkungsvollsten zum Einschlafen bringen würde. Wie wäre es mit Ishtar? Genau. Perfekt. Wahnsinnig langweilig. Endlos lang. Und visuell so fesselnd wie ein Salzstreuer. Das ist der größte Müll, den ich seit langem gesehen habe. Jane musste schon wieder gähnen. Himmel, sie hatte wirklich einen hübschen Hals. Als Vicious Fänge sich zu verlängern begannen und er die Vision hatte, eine klassische Dracula-Nummer bei ihr abzuziehen, zwang er seinen Blick zurück zu Dustin Hoffman und Warren Beatty, die durch den Sand trotteten. Sein Plan war, Jane durch totale Öde besinnungslos zu machen, damit er sich dann in ihren Kopf wühlen und über sie herfallen konnte. Er gierte danach, sie an seinem Mund kommen zu spüren, selbst wenn es nur in einem gegenstandslosen Traum wäre. Während er darauf wartete, dass sie vor lauter Langeweile in den Tiefschlaf fiel, musste er, obwohl das absurd war, beim Anblick der Wüste vor sich auf dem Bildschirm an eine Winterlandschaft denken und an den Winter seiner Transition. Schon längere Zeit, bevor die Wandlung tatsächlich einsetzte, war er sich der Veränderung seines Körpers bewusst geworden. Er wurde von Kopfschmerzen gepeinigt, war unentwegt hungrig, doch wenn er aß, wurde ihm übel. Er konnte nicht schlafen, obwohl er erschöpft war. Das Einzige, was gleich blieb, war seine Aggression. Inmitten eines verheerenden, frühen Schneesturms wurde er in sein erwachsenes, männliches Selbst geboren. Infolge der eisigen Temperaturen waren die steinernen Wände der Höhle von Frost überzogen, die Füße gefroren selbst in pelzgefütterten Stiefeln, die Luft war so kalt, dass der Atem vor dem Mund wie eine Wolke ohne Himmel war. Vicious wusste, dass ihm die Wandlung bevorstand, denn als er aufwachte, war ihm heiß. Zunächst war ihm die Behaglichkeit der Hitze willkommen, doch in seinem Körper tobte ein Fieber und ein quälender Hunger schüttelte ihn. Nach einer kleinen Ewigkeit durchschnitt die Stimme des Blattletters seinen Schmerz. »Die Frauenzimmer wollen dich nicht nähren!« Wie benommen schlug Vicious die Augen auf. Der Blattletter kniete sich zu ihm. »Du weißt gewiss, warum?« Mühsam schluckte Vicious durch seine zusammengeschnürte Kehle. »Nein, das weiß ich nicht.« »Dass du deinen Kameraden mit einer bloßen Handfläche am Fluss getötet hast.« Das war eine Lüge. Und die anderen jungen Burschen, die dabei gewesen waren, wussten das sehr wohl, hatten sie doch gesehen, wie der Prä-Trans aus eigener Schuld gestürzt war. »Was sagst du dazu?« donnerte sein Vater. Da Vicious den Anschein von Kraft benötigte, murmelte er. »Ich habe ihn getötet.« »Der Blattletter grinste breit unter seinem Bart.« »Das habe ich vermutet.« »Und für deine Leistung werde ich dir eine Frau gewähren.« Wahrhaftig, eine Vampirin wurde zu ihm gebracht, und er nährte sich. Die Transition war brutal. Sie dauerte lange und laugte ihn aus, und als es vorbei war, ragte er an allen Enden über sein Lager hinaus. Seine Arme und Beine kühlten sich auf dem kalten Höhlenboden ab, wie das Fleisch eines frisch geschlachteten Tieres. Obgleich sein Geschlecht sich im Anschluss deutlich gerührt hatte, wollte die Vampirin, die man gezwungen hatte, ihn zu nähren, nichts mit ihm zu tun haben. Sie gab ihm eben genug Blut, um ihm durch den Wandel zu helfen. Dann überließ sie ihn seinen knackenden Knochen und den bis zum Zerreißen gedehnten Muskeln. Als Vicious Körper seine Wandlung endlich vollzogen hatte, sank er in tiefen Schlaf. Beim Aufwachen verspürte er Hunger auf Fleisch. Seine Kleidung war ihm durch die Transition vom Körper gerissen worden, also wickelte er sich in ein Fell und lief barfuß zur Kochstelle. So wenig gab es dort. Einen Knochen, an dem er nagen konnte, einen kanten Brot, eine Handvoll Mehl. Noch leckte er sich das weiße Pulver von der Handfläche, als er seinen Vater hinter sich hörte. Zeit zu kämpfen! Woran denkst du? fragte Jane. Du wirkst so angespannt. Mit einem Ruck kehrte Vicious zurück in die Gegenwart und log aus irgendeinem Grund nicht. Ich denke an meine Tätowierungen. Wann hast du sie bekommen? Vor fast drei Jahrhunderten. Sie pfiff. Oh! So lange lebt ihr? Noch länger. Vorausgesetzt, ich beiße nicht in einem Kampf ins Gras und ihr bescheuerten Menschen sprengt den Planeten nicht in die Luft, bleibe ich noch weitere siebenhundert Jahre auf den Beinen. Sie lehnte sich nach vorn. Dreh mal den Kopf. Ich möchte mir die Tinte auf deinem Gesicht ansehen. Noch mitgenommen von seinen Erinnerungen gehorchte er, weil er nicht klar genug im Kopf war, um ein Gegenargument zu finden. Trotzdem zuckte er zurück, als sie die Hand hob. Ohne ihn zu berühren, ließ Jane die Hand wieder sinken. Die hast du nicht freiwillig bekommen, oder? Und wahrscheinlich um dieselbe Zeit, als man versucht hat, dich zu kastrieren. Innerlich krümmte sich Vicious zusammen, doch er rückte nicht von ihr ab. Scheinbar unbeteiligt nahm er die Fernbedienung in die Hand. Willst du was anderes sehen? Schweigen herrschte, während er die Kanäle wechselte. Ich habe mich auf der Beerdigung meiner Schwester übergeben. Vicious' Daumen schwebte regungslos über den Knöpfen. Sie blieben bei das Schweigen der Lämmer hängen. Er wandte ihr den Kopf zu. Ehrlich? Der peinlichste Augenblick meines Lebens. Und nicht nur wegen des Zeitpunkts. Ich habe über meinen Vater gespuckt. Während vor ihm Claris Darling auf dem Stuhl vor Lectors Zelle Platz nahm, sehnte sich Vicious nach Informationen über Jane. Er wollte alles über ihr Leben erfahren. Von der Geburt bis zum heutigen Tag. Und zwar jetzt sofort. Erzähl mir davon. Tja, also... Mein Vater war ein großer Anhänger von Haferschleim. Haferschleim? Als sie nicht fortfuhr, drängte er. Erzähl weiter. Jane verschränkte die Arme vor der Brust und starrte ihre Füße an. Dann sah sie ihm in die Augen. Nur, dass wir uns hier richtig verstehen. Ich habe nur davon angefangen, damit du dann auch über das sprechen kannst, was dir passiert ist. Eine Hand wäscht die andere. Vicious musste lächeln. Ja, ich hab's kapiert. Ich denke eben, das wäre nur gerecht. Wenn ich die Hose runterlasse, dann musst du auch. Einverstanden? Du warst beim Haferschleim. Genau. Also, jeden Morgen gab's das zum Frühstück. Meine Mutter, meine Schwester und ich wirkten dieses Zeug für ihn runter, und er erwartete, dass wir unsere Schüsseln leer aßen. Dabei ließ er uns nicht aus den Augen, als würden wir Golf spielen, und er müsste aufpassen, dass wir uns keine falsche Schlaghaltung angewöhnten. Sie lächelte schwach. Meine Schwester starb an meinem Geburtstag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Beerdigung wurde in aller Eile organisiert. Am Tag ihrer Beerdigung stand ich morgens auf und fühlte mich schrecklich. Hunde-Elend. Hannah war das einzig Reale in einem von oben bis unten sterilen und ordentlichen Haus gewesen. Sie war unordentlich und laut und glücklich, und ... Ich liebte sie so sehr und konnte einfach nicht ertragen, dass man sie unter die Erde bringen wollte. Sie hätte es gehasst, so eingesperrt zu sein. Vicious wollte sie berühren und hätte beinahe die Hand ausgestreckt. Stattdessen aber fragte er nur, »Wie alt warst du damals?« »Dreizehn.« In der Kirche hatte man uns in die erste Reihe gesetzt, direkt vor den Altar. Gott sei Dank lag Hannah in einem geschlossenen Sarg, obwohl ich sie mir wunderschön vorstellte. Sie hatte rötlich-blondes Haar, meine kleine Schwester. Ihre Stimme klang heiser, als sie fortfuhr. Ungefähr den halben Gottesdienst hatte ich schon überstanden, aber mein Kleid war zu eng, und mein Magen fühlte sich schrecklich an. Als der Priester dann mit seiner Reklame fertig war, wie toll Gott doch sei, und was für ein Glück Hannah habe, bei ihm zu sein, und das ganze Bla-Bla, donnerte die Orgel los. Das Vibrieren der Basspfeifen stieg durch den Fußboden hinauf durch die Sitzbank und traf genau die richtige Frequenz. Beziehungsweise die falsche, müsste ich wohl sagen. Ich spuckte den ganzen Haferschleim über meinen Vater. Ach, verdammt, dachte Vicious. Er nahm ihre Hand. Verdammt! Meine Mutter stand auf, um mich rauszubringen, aber mein Vater wies sie an, zu bleiben. Er ging mit mir zu einer der Küsterinnen und sagte ihr, sie solle mich auf die Toilette bringen. Dann ging er selbst in den Waschraum. Ich wurde zehn Minuten lang allein in einer Kabine gelassen. Dann kam die Küsterin zurück, steckte mich in ihr Auto und fuhr mich nach Hause. Das Begräbnis habe ich verpasst. Sie schluckte. So, das war also mein Geheimnis. Ich habe Haferschleim gekotzt, statt zu weinen. Er konnte ihr ansehen, dass sie nervös war und sich wünschte, sie hätte sich das Bekenntnis verkniffen. Immer weiter streichelte er ihre Hand, bis sie ihn ansah. Die Stille dehnte sich aus und er wusste, worauf sie wartete. Er, murmelte er, sie haben mich festgehalten. Und du warst die ganze Zeit bei Bewusstsein, habe ich recht? Seine Stimme klang jetzt durchdringend. Ja, sanft berührte sie sein Gesicht, fuhr ihm mit der Hand über die stoppelige Wange. Hast du sie dafür getötet? Er hob die Hand mit dem Handschuh. Die hier hat das übernommen. Ein Leuchten blitzte in meinem gesamten Körper auf. Alle, die ihre Finger auf mir hatten, sind sang- und klanglos umgekippt. Gut. Best. Er war so wahnsinnig in sie verliebt. Du hättest eine gute Kriegerin abgegeben, weißt du das? Ich bin eine. Der Tod ist mein Feind. Kapitel 2 Als John wieder zu Bewusstsein kam, glühte er vor Fieber. Seine Haut stand in Flammen, sein Blut war ein Lavastrom, sein Knochenmark der Ofen, der alles befeuerte. In dem verzweifelten Versuch, sich abzukühlen, rollte er herum und wollte sich die Kleider ausziehen, nur, dass er weder Hemd noch Hose trug. Nackt wand er sich auf dem Bett. Euer Gnaden? Nehmt mein Handgelenk. Die Haut ist schon durchbohrt. Etwas wurde an seine Lippen gedrückt und befeuchtete sie mit köstlichem Wein. Instinkte regten sich in ihm wie in einem Tier. Das Feuer war in Wirklichkeit brüllender Hunger, und was ihm dargeboten wurde, war die Nahrung, die er brauchte. Er öffnete den Mund weit und trank in gierigen Zügen. Das Nähren dauerte Tage und Nächte, ganze Wochen verstrichen. Oder war es nur ein Wimpernschlag? Es erstaunte ihn, dass es überhaupt je aufhörte. Er löste seine Lippen und schlug die Augen auf. Leila, die blonde Auserwählte, saß neben ihm auf dem Bett. Ihr Gewand war so strahlend weiß wie das Sonnenlicht für seine wunden Augen. Drüben in der Ecke standen Wrath und Beth, die Arme umeinander geschlungen mit besorgten Blicken. Die Wandlung. Seine Wandlung. Er hob die Hände und fragte mit zittrigen Bewegungen, ist es das? Wrath schüttelte den Kopf. Noch nicht. Es kommt. Kommt? Atme tief durch, sagte der König. Du wirst es brauchen. Und vergiss nicht, wir sind hier, okay? Wir lassen dich nicht allein. Shit, das stimmt dir. Die Transition bestand aus zwei Phasen. Und die härtere von beiden stand ihm noch bevor. Um sich Mut zu machen, erinnerte er sich daran, dass Blay es geschafft hatte. Genau wie Quinn. Wie alle Brüder. Der Schmerz, der plötzlich einsetzte, war von kosmischen Ausmaßen. Ein Urknall, der John in Stücke riss und seine Moleküle aus seinem Inneren an die Luft katapultierte. Jeglicher Gedanke, jegliche Vernunft wurden ausgelöscht und ihm blieb keine andere Wahl, als sich zu unterwerfen. Er öffnete den Mund und schrie ohne einen Laut. Jane konnte nicht fassen, dass sie einen Vampir anschaute und betete, er möge Sex mit ihr haben. Und doch war sie sich noch nie im Leben einer Sache so sicher gewesen. Schließ die Augen, sagte Vicious. Weil du mich küssen wirst? Bitte, lieber Gott, lass es so sein. Vicious strich ihr mit der unbedeckten Hand über das Gesicht. Seine Handfläche fühlte sich warm an und roch nach dunklen Gewürzen. Schlaf, Jane. Sie seien unwillig an. Ich möchte lieber dabei wach bleiben. Nein. Warum nicht? So ist es ungefährlicher. Jane rutschte von ihm ab und stand auf. Träume interessieren mich nicht. Wenn du nicht möchtest, dass wir real zusammen sind, dann lassen wir es einfach ganz sein. Mit hoch erhobenem Kinn wandte sie sich ab. Dann fiel ihr leider ein, dass sie nirgendwo hin konnte. Ganz großer Abgang, Jane. Wegen absolutem Mangel an Alternativen ging sie ins Badezimmer. Unschlüssig wanderte sie zwischen der Dusche und dem Waschbecken auf und ab, fühlte sich wie ein Löwe im Zwinger. Ohne jegliche Vorwarnung wurde sie von hinten gepackt, mit dem Gesicht voraus an die Wand gepresst und mit einem stahlharten Körper, der doppelt so groß war wie ihr eigener, festgeklemmt. Erst keuchte sie vor Schreck, dann vor Lust, als sie spürte, wie Wischers sich an ihren Hintern drängte. Ich habe es versucht, knurrte er, vergrub die Hand in ihrem Haar und zerrte ihren Kopf zurück. Als sie aufschrie, wurde sie feucht zwischen den Beinen. Mit einer Drehung seines Handgelenks riss er ihren Kopf zur Seite und entblößte ihre Kehle. Seine Zunge war warm und nass, als sie an ihrem Hals emporstrich. Er schob sie etwas zur Seite, ohne den Druck seiner Hüften auf ihren Hintern zu lockern. Siehst du das Waschbecken da, Jane? Ja, ihr Heiligen, sie hatte fast einen Orgasmus. Ich werde dich jetzt über das Waschbecken beugen, und du hältst dich an den Seiten fest. Dann ziehe ich dir die Hose runter. Er schob seine Erregung in sie hinein. Ein harter Grat, der ganz unmissverständlich jetzt sofort in sie eindringen wollte. Aus heiterem Himmel rollte ein Orgasmus heran, angeheizt vom Kratzen seiner Stimme in ihrem ... Oh nein, noch nicht! Er knurrte und rückte von ihr ab. Wenn ich es sage, dann darfst du kommen, vorher nicht! Er drückte sie ans Waschbecken und befahl, festhalten! Gehorsam umklammerte sie das Porzellan. Mit beiden Händen fuhr er ihr unter das Shirt, umfing ihre Brüste. Dann glitten sie nach unten auf ihren Bauch und die Hüften. Mit einem einzigen heftigen Ruck zog er die Hose herunter. Seine in Leder gehüllte Hand umfasste ihre Pobacken und massierte sie. Heb das Bein! Sie fügte sich, und die Hose rutschte ihr über den Fuß. Dann wurden ihre Oberschenkel auseinandergedrückt und ... Ja, seine Hände wanderten höher. Ihr Zentrum wurde heiß und lüstern, als sie spürte, wie entblößt sie für ihn war. »Jane!«, flüsterte er ihr fürchtig. Es gab kein Vorspiel, kein Hinübergleiten in das, was er mit ihr machte. Es war sein Mund und ihre Mitte. Gleichzeitig gruben sich seine Finger in ihre Pobacken und hielten sie fest. Zwischen Lecken und Saugen fühlte sie, wie sie penetriert wurde, hörte das Geräusch von Haut auf Haut, erkannte seine Herrschaft über sie. »Komm für mich!«, forderte er den Mund an ihrem Zentrum. »Jetzt!«, »sofort!« Der Orgasmus traf sie mit vernichtender Wucht. Ihre Knie gaben nach, und eine ihrer Hände rutschte ab. Nur Visches Arm, der blitzschnell nach oben schoss und ihr Halt gab, hinderte sie daran, zu Boden zu stürzen. Sein Mund gab sie frei und er küßte sie auf beide Seiten ihres Poes. Dann ließ er die Hand mit der Innenfläche über ihre Wirbelsäule gleiten, als sie sich wieder auf ihren eigenen Armen abstützte. »Jetzt werde ich in dir kommen!« Mit einem einzigen harten Stoß drang er in sie ein, seine Hüften trafen auf ihr Gesäß, und obwohl sie es war, die seinen riesigen Umfang aufnehmen musste, war er derjenige, der aufschrie. Ohne jedes Zögern begann er, in sie hineinzupumpen, hielt sie an der Hüfte fest, bewegte sie vor und zurück, um seinen Stößen zu begegnen. Sie klammerte sich am Waschbecken fest, und wieder wurde sie von einem Orgasmus überrollt. Als sie erneut kam, fiel ihr das Haar ins Gesicht, ihr Kopf hüpfte auf und ab, ihre beiden Körper klatschten aneinander. Nie zuvor hatte sie so etwas erlebt. Es war Sex hoch eine Million. Und dann spürte sie, wie seine behandschuhte Hand ihre Schulter umklammerte. Er richtete sie auf und ritt sie weiter, heftig, rein und raus, rein und raus. Seine Hand glitt an ihrem Hals hoch, umfasste ihr Kinn und kippte ihren Kopf nach hinten. »Mein!«, knurrte er und stieß weiter zu. Und dann biss er sie. Kapitel 3 Johns erster Gedanke beim Aufwachen war, dass er ein Eis mit heißer Karamellsoße und gerösteten Schinkenwürfeln darauf wollte. Er schlug die Augen auf und stellte erleichtert fest, dass sich über ihm die vertraute Zimmerdecke des Raums befand, in dem er in letzter Zeit geschlafen hatte. Gleichzeitig war er verwirrt, weil irgendetwas passiert war. Mühsam hob er die Hand, um sich die Augen zu reiben, und schnappte nach Luft. Das Ding, das da an seinem Arm hing, war gewaltig. Die Hand eines Riesen. Jetzt reckte er den Kopf und sah an seinem Körper herunter, beziehungsweise an irgendeinem fremden Körper. Hatte er gestern seinen Kopf gespendet? Denn mit sowas war sein Gehirn eindeutig noch nie verkabelt gewesen. Wie geht's dir, John? Raths Stimme. Der König und Beth standen neben dem Bett und sahen wahnsinnig erschöpft aus. Er musste sich heftig konzentrieren, um mit seinen Händen die Worte zu formen. Habe ich es geschafft? Ja. Ja, mein Junge. Das hast du. Rath räusperte sich, und Beth streichelte seinen tätowierten Unterarm, als wüsste sie, dass seine Gefühle ihn zu überwältigen drohten. Herzlichen Glückwunsch. Rasch blinzelte John. Seine Brust war wie zugeschnürt. Bin ich immer noch ich? Ja. Das bist du immer noch. Soll ich gehen? Er tönte eine weitere weibliche Stimme. John wandte den Kopf. Leila stand in einer schwach beleuchteten Ecke. Ihr makellos schönes Gesicht und ihr makellos schöner Körper, halb im Schatten verborgen. Ständer. Übergangslos. Als hätte ihm jemand Stahl in den Schwanz gespritzt. Hektisch fummelte er herum, um sich zu verstecken, aber Gott sei Dank lag er bereits unter einer Decke. Als er sich wieder in die Kissen sinken ließ, hörte er Rath sprechen, war aber von dem Pochen zwischen seinen Beinen abgelenkt und von der Vampirin am anderen Ende des Raums. Es wäre mir ein Vergnügen, zu bleiben, sagte Leila mit einer tiefen Verneigung. Bleiben war gut, dachte John. Auf jeden Fall war das... Sie trat in den Lichtkegel der Nachttischlampe. Ihre Haut war so weiß wie Mondlicht, zart wie ein Seidenlaken. Sicher wäre sie auch weich, unter seinen Händen, seinem Mund, unter seinem Körper. Unvermittelt kitzelte es auf beiden Seiten in Johns Oberkiefer und etwas schob sich in seine Mundhöhle. Mit der Zunge strich John schnell über seine Zähne und spürte die scharfen Spitzen seiner Fänge. Sex brüllte in seinem Körper auf, bis er den Blick von ihr abwenden musste. Rath gluckste leise, als wüsste er, was mit John los war. Dann lassen wir euch beide mal allein, John. Beth beugte sich herunter und streichelte ihm ganz vorsichtig über die Hand, als wüsste sie ganz genau, wie empfindlich seine Haut war. Ich bin so stolz auf dich. Einen Augenblick später waren sie weg. Die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss, und er blieb mit Leila allein. Oh je, das war nicht gut. Er kam sich vor, als säße er auf einem um sich schlagenden, noch nicht eingerittenen Pferd. Ungefähr so viel Kontrolle hatte er über seinen Körper. Da er sich nicht traute, die Auserwählte anzusehen, schielte er zum Badezimmer. Durch die Türpfosten konnte er die Marmordusche erkennen und empfand plötzlich ein unbezähmbares Bedürfnis. »Würdet ihr euch gerne waschen, euer Gnaden?«, fragte Leila. »Soll ich das Wasser anstellen?« Er nickte, um sie irgendwie zu beschäftigen, während er grübelte, was er mit sich anstellen sollte. »Nimm sie, Fixie. Besorge es hier in zwölf verschiedenen Stellungen, ja.« »Klar. Genau das sollte er wohl besser nicht tun.« Er hörte das Wasser rauschen. Leila kam zurück, und ehe er wusste, wie ihm geschah, wurde die Decke von seinem Körper gezogen. Hektisch wollte er sich mit den Händen bedecken, aber ihre Augen waren schneller und entdeckten die Erektion. »Darf ich euch ins Bad helfen?« Ihre Stimme klang jetzt etwas rauchig, und sie betrachtete seine Hüften offenbar beifällig. »Was dieses Riesengerät unter seinen Händen noch weiter aufpumpte.« »Euer Gnaden?« »Wie sollte er denn in seinem Zustand die Zeichensprache verwenden?« »Ach, egal. Sie würde ihn ohnehin nicht verstehen.« John schüttelte den Kopf, dann setzte er sich auf, hielt eine Hand vor die Ländengegend gepresst und stützte sich mit der anderen auf der Matratze ab. Mist! Er fühlte sich wie ein Tisch, an dem man alle Schrauben gelockert hatte. Seine Bestandteile passten nicht mehr vernünftig zusammen. Weiterhin, seine Blöße bedeckend, stand er auf und schwankte ins Bad, wobei er krampfhaft zu verdrängen versuchte, wie heftig er Leila begehrte. Leider war die Dusche, die er sich so sehnlich wünschte, auch nicht ganz unproblematisch. Sich unter den sanften, warmen Strahl zu stellen, fühlte sich an, wie ausgepeitscht zu werden, und er machte einen Satz rückwärts, nur um aus dem Augenwinkel zu sehen, wie Leila ihr Gewand abstreifte. Gütiger Himmel! Sie war wunderschön. Als sie zu ihm in die Dusche trat, war er absolut sprachlos, und das nicht, weil er keinen Kehlkopf besaß. Ihre Brüste waren voll, und die Nippel lagen rosig inmitten der üppigen schweren Rundung. Ihre Talie hätte er vermutlich mit seinen Händen umfassen können. Die Hüften bildeten das perfekte Gegengewicht zu ihren schmalen Schultern, und ihr Geschlecht. Ihr Geschlecht präsentierte sich seinen Augen unverhüllt, die Haut glatt und unbehaart, der kleine Schlitz umgeben von zwei Falten, die er unbedingt teilen wollte. Verbissen umklammerte er sich mit beiden Händen, als könne ihm sein Schwanz sonst aus dem Becken springen. »Darf ich euch waschen, euer Gnaden?«, fragte sie. Dampf wirbelte zwischen ihnen durch die Luft wie dünner Stoff in einer sanften Brise. Die Erregung hinter seinen Händen zuckte. »Euer Gnaden!« Sein Kopf nickte. Sein Körper pochte. Leila nahm die Seife und rieb sie zwischen ihren Handflächen. Weißer Schaum bildete sich und tropfte auf die Fliesen. Er stellte sich seinen Ständer zwischen ihren Händen vor und musste durch den Mund atmen. Jetzt legte Leila die Seife zurück auf den kleinen Teller an der Wand. »Ich werde ganz sanft sein, da ihr im Augenblick so empfindlich seid.« Er schluckte heftig und betete, er würde nicht komplett die Beherrschung verlieren, als ihre schaumigen Hände näher kamen und sich schließlich auf seinen Schultern niederließen. Leider war die Vorfreude weit angenehmer als die Realität. Ihre zarte Berührung war wie Schleifpapier auf einem Sonnenbrand. Und doch sehnte er sich danach, nach ihr. Der Duft französischer Seife zog durch die feuchte, heiße Luft und Leilas Handflächen wanderten über seine Arme, dann wieder zurück und auf seinen jetzt gewaltigen Brustkorb. Schaum rann ihm über den Bauchnabel und auf die Hände, durch die Finger und schließlich über sein Geschlecht. Voller Hingabe widmete sie sich seiner Brust und er starrte sie an, fand es umwerfend erotisch, dass ihre blassgrünen Augen seinen neuen großen Körper abtasteten. Wieder nahm sie die Seife in die Hand und kniete sich vor ihn auf den Marmor. Ihr Haar war noch hochgesteckt und er wollte es lösen, wollte sehen, wie es aussehen würde, wenn es nass auf ihren Brüsten klebte. Als sie ihm eine Hand auf den Unterschenkel legte und diese langsam nach oben wandern ließ, hob sie den Blick. Vor ihm blitzte ein Bild von ihr auf. Sie blies ihm einen. Ihr Mund wurde von seiner Erektion weit gedehnt, ihre Wangen bebten, während sie ihn bearbeitete. John stöhnte, geriet ins Schwanken und stieß sich die Schulter. Lasst eure Arme sinken, euer Gnaden. Langsam ließ er die Hände fallen und seine Erektion reckte sich senkrecht aus seinen Hüften heraus. Oh Himmel, oh lieber Himmel, ihre Hand kam näher. Sobald sie seinen Schwanz berührte, fiel seine Erektion in sich zusammen. Plötzlich sah er sich selbst in einem schmutzigen Treppenhaus, ein Messer vor dem Gesicht, vergewaltigt, während er lautlos weinte. Ruckartig entriss sich John dem Griff der Auserwählten und taumelte aus der Dusche. Wegen seiner nassen Füße und weichen Knie rutschte er aus. Um nicht zu stürzen, ließ er sich mit dem Hintern auf die Toilette fallen. Nicht sehr würdevoll, nicht sehr männlich. Endlich hatte er diesen großen Körper, den er sich so sehr gewünscht hatte. Aber trotzdem war er auch nicht mehr Mann als vorher. Das Wasser verstummte und er hörte, dass Leila sich in ein Handtuch wickelte. Ihre Stimme bebte. Wenscht ihr, dass ich gehe? Er nickte, zu beschämt, sie auch nur anzusehen. Als er viel später endlich den Kopf hob, war er allein. Und er froh, da die Hitze der Dusche fehlte. Der ganze herrliche Dampf verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Sein erstes Mal mit einer Frau. Und er hatte seine Erektion verloren. Gott, er wollte kotzen. Vicious durchbohrte Janes Haut mit seinen Fängen, durchdrang ihren Hals, zapfte ihre Vene an, saugte sich mit den Lippen fest. Da sie ein Mensch war, hatte der Kraftschub beim Trinken nicht mit der Zusammensetzung ihres Blutes zu tun, sondern einfach nur mit der Tatsache, dass sie es war, von der er trank. Er wusste, dass sie nicht vor Schmerz aufschrie. Ihr Körper strahlte Erregung ab, und der Duft wurde sogar noch stärker, als er nahm, was er von ihr begehrte, als er ihr Geschlecht mit seinem Schwanz nahm und ihr Blut mit seinem Mund. Komm mit mir, sagte er heiser, gab ihren Hals frei und ließ sie wieder die Arme auf dem Waschbecken abstützen. Komm mit mir. Oh Gott, Vicious presste seine Hüfte an sie, als sein Höhepunkt kam, und sie kam mit ihm zusammen. Ihr Körper saugte an seine Erektion, genau wie er an ihrem Hals gesaugt hatte. Es war richtig. Es war gut. Mein. Hinterher atmeten sie beide schwer. Alles in Ordnung bei dir? fragte er keuchend, sich sehr wohl bewusst, dass diese Frage noch nie im Anschluss an Sex über seine Lippen gekommen war. Als sie keine Antwort gab, rückte er ein wenig von ihr ab. Auf ihrer blassen Haut konnte er die Wunden erkennen, die er ihr zugefügt hatte. Rötungen, wo er sie grob angefasst hatte. Großer Gott! Er hatte sie zu hart rangenommen, viel zu hart. Jane, es tut mir so... Wahnsinn! Sie schüttelte den Kopf. Ihre kurzen, blonden Haare umspielten ihre Wangen. Ich hatte gerade den Sex meines Lebens. Das ist... Gut! Das ist... Gut! Auf keinen Fall wollte er ihr Geschlecht wieder verlassen, besonders, wenn sie so etwas sagte. Aber trotzdem zog er die Hüfte zurück und seine Erektion aus ihr heraus, damit sie sich erholen konnte. Langsam stellte Vicious Jane auf die Füße und blickte in ihr Gesicht, als es im Spiegel auftauchte. Ihre Augen waren glasig, der Mund stand offen, die Wangen waren gerötet. Auf dem Hals prangten die Bisswunden genau dort, wo jedermann sie gut sehen konnte. Ich werde die Wunden versiegeln, okay? Sie nickte und er ließ den Kopf sinken. Als er ganz zart mit der Zunge über die Löcher leckte, schloss er die Augen und vergaß alles um sich herum. Beim nächsten Mal wollte er ihr in die Vene zwischen den Beinen beißen, damit er abwechselnd ihr Blut saugen und ihr Geschlecht lecken konnte. Er beugte sich zur Seite und stellte das Wasser an. Dann zog er ihr das weiße Hemd aus. Ihre Brüste steckten in weißer Spitze. Er nahm eine der Brustwarzen zwischen die Lippen, nuckelte durch das feine Gewebe hindurch daran und wurde mit einer Hand in seinem Haar und einem in ihrer Kehle aufsteigenden Stöhnen belohnt. Jetzt zog er ihr den BH aus und stellte sie vorsichtig unter die Dusche, hielt sie an den Schultern fest. Dann stieg er auch dazu. Seine Pyjama-Hose wurde nass, unter den Füßen spürte er den glatten Marmorboden. Sanft strich er ihr die Haare aus dem Gesicht und sah ihr in die Augen. Mein! Er zog sie dicht an sich und presste seine Lippen auf ihre. Bei der Berührung empfand er eine Süße, von der er nie geahnt hätte, dass er sie sich wünschte, geschweige denn, sich danach verzehrte. Als sie voneinander abließen, seifte er ihre schlanken Rundungen ein und spülte sie ab. Wusch ihr Haar säuberte sie zwischen den Beinen. Schließlich stellte er das Wasser ab, trocknete sie ab und trug sie ins Bett. Sie streckte sich auf seiner schwarzen Decke aus, die Arme über dem Kopf, die Beine leicht gespreizt, nichts als wundervoll gerötete weibliche Haut und Muskeln. Unter gesenkten Lidern musterte sie ihn. Deine Hose ist nass. Ja. Du bist steif. Hm. Sie bog den Rücken durch, die Wellenbewegung ihres Muskelspiels wanderte von den Hüften bis hinauf zu ihren Brüsten. Willst du nichts dagegen unternehmen? Er fletschte die Fänge und zischte, wenn du mich lässt. Sie legte ein Bein weiter zur Seite und seine Augen fingen beinahe an zu bluten. Sie glitzerte in ihrer Mitte und zwar nicht von der Dusche. Sieht das aus wie ein Nein? fragte sie. Innerhalb einer Zehntelsekunde hatte er sich die Hose heruntergerissen und lag auf ihr, küßte sie tief und lange, hob die Hüften an, brachte sie in Position und versenkte sich in ihr. Sie war so viel besser so, in der Wirklichkeit, statt in einem Traum. Als sie für ihn kam, einmal, zweimal, immer wieder, brach sein Herz. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Sex mit jemandem, den er liebte. Kapitel 4 Auf der anderen Seite trat Kormia aus dem Tempel des Primals und wartete, während die Direktrice die goldenen Pforten schloss. Der Tempel stand auf einer Kuppe, eine vergoldete Krone auf einem kleinen Hügel und von dort aus war das gesamte Reich der Auserwählten zu überblicken. Die weißen Gebäude und die Tempel, das Amphitheater, die Laubengänge. Die Flächen zwischen den Bauten waren von einem Teppich aus weißem, kurzgeschnittenem Gras bedeckt, das niemals wuchs und sich niemals veränderte. Wie gewohnt bot der Blick wenig Weite, nur die weiße Waldgrenze, die in der Ferne schemenhaft verschwamm. Die einzige Farbe in dieser Komposition war das Hellblau des Himmels und selbst das verblasste an den Rändern. So endet deine Lehrstunde, verkündete die Direktrice, während sie ihren Hals von der zarten Schlüsselkette befreite und die Tore verschloss. Gemäß der Tradition wirst du dich dem Ersten der Reinigungsrituale unterziehen, wenn wir dich holen kommen. Bis dahin sollst du über die Gnade nachsinnen, die dir gewährt wurde und den Dienst, den du um unser aller Willen leisten wirst. Die Worte wurden in demselben unnachgiebigen Tonfall gesprochen, mit dem die Direktrice beschrieben hatte, wie der primal mit Kormias Leib verfahren würde. Wieder und wieder. Zu jeder Zeit, die ihm genehm war. Im Blick der Direktrice lag etwas Berechnendes, als sie sich die Kette wieder umlegte. Ein leises Klingeln ertönte, als sich die Schlüssel zwischen ihren Brüsten trafen. Gehab dich wohl, Schwester. Damit schritt die Direktrice den Hügel hinab. Ihr weißes Gewand war vom Untergrund und den Gebäuden kaum zu unterscheiden. Kormia legte sich die Hände vors Gesicht. Die Direktrice hatte ihr mitgeteilt, nein, er versichert, dass das, was zwischen ihr und dem primal vorgehen würde, schmerzhaft wäre. Und Kormia glaubte ihr. Unsicher blickte sie über die Schulter zum Tempel und legte sich eine Hand auf den Unterleib. Sie war fruchtbar, wie alle auserwählten zu jeder Zeit auf dieser Seite. Sie könnte bei ihrem allerersten Mal mit dem primal schon ein Kind von ihm empfangen. Gütige Jungfrau im Schleier, warum nur hatte man sie erwählt? Kormia trat den Weg von der Kuppel herunter an. Die weiße Grasfläche besaß keine eigene Temperatur unter ihren bloßen Füßen. Einen flüchtigen Augenblick dachte sie an Flucht. Besser von allem Vertrauten entfernt zu sein, als das zu ertragen, was die Direktrice hier in Aussicht gestellt hatte. Doch ihr mangelte das Wissen, wie man auf die abgewandte Seite gelangte. Sie wusste, man musste das Innere der privaten Gemächer der Jungfrau der Schrift passieren. Doch was dann? Und was, wenn sie von ihrer Heiligkeit ertappt würde? Undenkbar. Noch furchteinflößender als die Zusammenkunft mit dem Primal. Vicious rollte sich von Jane herunter und drückte sie an seine Brust. Er mochte es, wenn sie dicht an seiner linken Seite lag, so dass er die Kampfhand frei hatte, um für sie zu töten. Jane ließ ein leises Murmeln ertönen und kuschelte sich noch dichter an ihn. Während er ihren Rücken streichelte, musste er plötzlich an seinen ersten Kampf denken, eine Konfrontation, der unmittelbar sein erster Sex gefolgt war. Im Kriegslager gewährte man den Vampiren, die gerade durch die Transition gegangen waren, nur begrenzte Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Und doch war Vicious, als sein Vater sich vor ihm aufbaute und verkündete, dass er kämpfen müsse, verblüfft. Man hätte ihm doch wenigstens einen Tag der Erholung zugestehen müssen. Der Blattletter grinste und zeigte seine Fänge, die immer ausgefahren waren. Und du wirst Grotz gegenübertreten. Der dicke Soldat, dessen Lieblingswaffe ein Hammer war. Die Erschöpfung drückte ihn nieder und sein Stolz war das Einzige, das ihn noch auf den Beinen hielt. Und so begab sich Vicious zum Kampfring, ein unebener, runder Krater im Höhlenboden, der aussah, als hätte ein Riese zürnend seine Faust in die Erde gerammt. Das Loch war hüfttief, die Seiten und der Boden dunkelbraun vom darin vergossenen Blut. Vicious wusste, dass er nicht bereit war zu kämpfen. Gütige Jungfrau im Schleier, er konnte ja kaum in den Ring hinunterklettern, ohne zu stürzen. Es gab nur eine entfernte Möglichkeit für Vicious zu gewinnen, doch wenn er seine Hand einsetzte, würde das gesamte Lager mit eigenen Augen sehen, was bisher nur ein Gerücht gewesen war, und er wäre endgültig ein Ausgestoßener. Und wenn er verlor, dann würde man ihn nicht als Bedrohung der Herrschaft seines Vaters betrachten. In beiden Fällen also bliebe die Vormachtstellung des Blattletter unangetastet und unangefochten durch seinen nun erwachsenen Sohn. Während der dicke Soldat mit herzhaftem Gebrüll und durch die Luft geschwungenem Hammer in den Ring sprang, verharrte der Blattletter nachdenklich am Rand. »Was für eine Waffe soll ich meinem Sohn geben?« richtete er die Frage an die versammelte Menge. »Ich glaube vielleicht...« Sein Blick fiel auf eine der Köchinnen, die sich auf einen Besen stützte. »Nimm den hier, mein Sohn!« »Und bete zur Jungfrau, dass er nicht in dir zum Einsatz kommt. Solltest du verlieren!« Die Zuschauer-Schar lachte und Vicious fing den hölzernen Griff auf. »Los!« bellte der Blattletter. Der dicke Soldat ihm gegenüber lächelte und entblößte Fänge, die weit aus seinem Oberkiefer hinausragten. Er beschrieb einen Kreis um Vicious und ließ den an einer Kette hängenden Hammer durch die Luft wirbeln, wodurch ein leises Pfeifen erzeugt wurde. Behäbig folgte Vicious den Bewegungen seines Gegners. Es fiel ihm schwer, seine Beine zu kontrollieren. Er konzentrierte sich hauptsächlich auf die rechte Schulter des Vampirs, denn die würde sich anspannen, bevor er den Hammer nach vorn schleuderte. Selbst ein so starker Mann wie der dicke Soldat musste die Füße fest aufsetzen, bevor er den mit Stacheln versehenen Kinderkopfgroßen Metallhammer nach vorn schleudern konnte. Vicious wartete eine der Pausen zwischen zwei Vorstößen ab, dann schlug er zu. Blitzschnell drehte er den Besen um und rammte dem unförmigen Kerl den Griff genau in die Leistengegend. Der Vampir brüllte auf, ließ den Hammer fallen, knickte in den Knien ein und hielt sich die Hände vor die Lenden. Vicious verschwendete keinen Augenblick. Er hob den Besen hoch über die Schulter, holte so weit aus, wie er konnte und traf seinen Widersacher an der Schläfe, sodass er die Besinnung verlor. Der Jubel versiegte, plötzlich hörte man nur mehr das Knistern des Feuers und Vicious keuchenden Atem. Er ließ den Besen fallen und stieg über seinen Gegner hinweg, um den Ring zu verlassen. Die Stiefel seines Vaters erschienen genau auf dem Rand des Kreises und versperrten ihm den Weg. Die Augen des Blattletter waren so schmal wie Klingen. Du bist noch nicht fertig. Er wird nicht mehr aufstehen. Darum geht es nicht. Der Blattletter deutete mit dem Kopf auf den bewusstlosen Soldaten. Gib ihm den Rest. Als der andere stöhnte, betrachtete Vicious seinen Vater prüfend. Wenn er Nein sagte, wäre das Spielchen seines Vaters beendet, wäre die Entfremdung, nach welcher der Blattletter trachtete, vollständig, wenn auch auf andere Art, als er vermutlich erwartet hatte. Vicious würde allein schon deshalb zur Zielscheibe, weil man ihn als Schwächling ansehen würde, der seinen Gegner nicht bestraft hatte. Wenn er dem anderen allerdings den Rest gäbe, dann wäre seine Position im Lager so stabil, wie es nur eben ging, bis zur nächsten Prüfung. Die Erschöpfung überwältigte ihn. Würde sein Leben auf immer von solchen primitiven und unbarmherzigen Machtkämpfen abhängen? Der Blattletter lächelte. Dieser Bastard, der sich mein Sohn nennt, hat kein Rückgrat, will mir scheinen. Vielleicht stammt der Samen, den der Schoß seiner Mutter schluckte, von einem anderen? Unvermittelt hatte Vicious die Empfindung, seine Kehle würde zusammengedrückt, als legen die Hände seines Vaters um seinen Hals. Sein Atem beschleunigte sich wieder, Zorn wallte in seiner Brust auf, sein Herz pochte. Er betrachtete den auf dem Boden liegenden dicken Soldaten, der ihn geschlagen hatte. Dann dachte er an das Buch, das sein Vater ihn zu verbrennen gezwungen hatte, und an die tausende von grausamen und gemeinen Dinge, die ihm im Verlaufe seines Lebens angetan worden waren. Die in ihm brennende Wut beschleunigte Vicious Körper, und ehe er noch wusste, was er tat, drehte er den ganzen Lager, und er tat es brutal. Als es vorbei war, löste er sich und taumelte rückwärts. Sein Widersacher war bedeckt von Vicious Blut und Schweiß und den Überresten seines Zorns. Wie eine Ziege kletterte er aus dem Ring, und wenngleich er nicht wusste, welche Tageszeit es war, rannte er quer durch die Höhle hinaus. Die kalte Nacht bemächtigte sich brannte auf seinem Gesicht. Er fiel auf die Knie und übergab sich, wieder und wieder. So schwach bist du. Die Stimme des Blattletter klang gelangweilt, doch nur an der Oberfläche. In seinen Worten lag eine tiefe Genugtuung, ausgelöst von einer erfüllten Mission. Die Augen des Blattletter verengten sich wieder. Du wirst mich nie übertreffen, Sohn. Genau wie mal von mir frei sein wirst, ich werde dein Leben beherrschen. Von Hass beflügelt sprang Vicious auf und stürzte sich frontal auf seinen Vater, die leuchtende Hand voran. Als der elektrische Schock durch seinen massigen Körper strömte, wurde der Blattletter stocksteif und beide fielen zu Boden. Vicious landete oben, seinem Instinkt folgend legte er seinem Vater die hellweiße Hand um den kräftigen Hals und drückte zu. Während das Gesicht des Blattletter sich hellrot färbte, spürte Vicious ein kurzes Stechen im Auge und eine Vision schob sich vor die sichtbare Wirklichkeit. Er sah den Tod seines Vaters, so deutlich, als würde es sich genau vor ihm zutragen. Worte kamen über seine Lippen, obgleich er sich dessen nicht bewusst war. Du wirst dein Ende in einer Wand aus Feuer finden, verursacht von einem Schmerz, den du kennst. Du wirst brennen, bis du nichts bist als Rauch und der Wind wird dich davontragen. Die Miene seines Vaters wandelte sich zu kläglichem Entsetzen. Da zerrte ein anderer Soldat Vicious von seinem Vater herunter und hielt ihn unter den Achseln fest, die Füße über dem verschneiten Boden baumelnd. Sofort sprang der Blattletter auf die Füße, das Gesicht noch gerötet, Schweißperlen troffen von seiner Oberlippe. Er atmete wie ein Pferd, das heftig geritten worden war. Weiße Wölkchen drangen aus Mund- und Nasenlächern. Vicious rechnete fest damit, zu Tode geprügelt zu werden. »Bringt mir meine Klinge!« knurrte sein Vater. Vicious rieb sich über das Gesicht, um sich nicht an das zu erinnern, was danach passiert war. Er betrachtete Jane. Für ihn zählte diese Nacht als die, in der er schließlich seine Jungfräulichkeit verloren hatte. Auch wenn sein Körper den Akt schon auf die unterschiedlichsten Arten mit den unterschiedlichsten Leuten vollzogen hatte, war es beim Sex immer um einen Austausch von Macht gegangen. Macht, die ihm die Sicherheit gab, dass niemand ihn jemals wieder flach auf den Rücken legen und festbinden und ihm gegen seinen Willen irgendeine Scheiße antun konnte. Die heutige Nacht hatte nicht in dieses Muster gepasst. Mit Jane hatte ein echter Austausch stattgefunden. Sie hatte ihm etwas gegeben und er hatte ihr im Gegenzug ein Stück seiner selbst ausgehändigt. Vicious runzelte die Stirn. Ein Stück, aber nicht alles. Um das zu tun, müssten sie an einen anderen Ort gehen und verdammt, genau das würden sie tun. Auch wenn ihm beim bloßen Gedanken daran schon der kalte Schweiß ausbrach, schwor er sich, dass er ihr, bevor sie aus seinem Leben verschwand, das eine gebe, welches ihr noch nie jemandem zugestanden hatte und dass ihr niemals jemand anderem zugestehen würde. Blinzelnd öffnete sie die Augen und seien an und beide sprachen gleichzeitig ich will nicht, dass du gehst, ich will dich nicht verlassen. Kapitel 5 Als John am kommenden Nachmittag aufwachte, hatte er Angst, sich zu bewegen. Er hatte sogar Angst, die Augen aufzumachen. Was, wenn es ein Traum gewesen war? Er riss sich zusammen, hob den Arm, öffnete die Lider einen Spalt und ja, das war es. Eine Handfläche so groß wie sein Kopf, der Arm länger als sein Oberschenkel vorher gewesen war, das Handgelenk so dick wie seine Wade früher. Er hatte es geschafft. Sofort griff er nach seinem Handy und schickte Quinn und Blay SMS, die postwendend antworteten. Sie freuten sich irrsinnig für ihn und er bekam das fette, fiese Grinsen gar nicht mehr vom Gesicht gewischt. Bis ihm bewusst wurde, dass er aufs Klo musste und er einen Blick durch die offene Badezimmertür warf. Zwischen den Türpfosten erkannte er die Dusche. Oh mein Gott! Hatte er da drinnen mit Leila tatsächlich so kläglich versagt? Mit seiner neuen Michael Jordan Pranke rieb er sich über die merkwürdig breite Brust. Er fühlte sich total mies. Eigentlich müsste er sich bei Leila entschuldigen. Aber wofür? Dafür, dass er ein Schlappschwanz war, der keinen hoch kriegte? Das war genau die Unterhaltung, die er unbedingt führen wollte. Da ging sein Wecker los und es war einfach so wahnsinnig ungewohnt, das Ding mit dieser Männerhand zum Schweigen zu bringen. Als er aufstand, wurde es sogar noch verrückter. Seine Perspektive war eine völlig andere von hier oben. Alles wirkte kleiner. Die Möbel, die Türen, der Raum. Wie groß war er jetzt eigentlich? Bei seinen ersten Schritten kam er sich vor wie ein Stelzenläufer nach einem Schlaganfall, denn die Befehle seines Gehirns wurden von den Muskeln und Knochen nicht störungsfrei empfangen. Auf dem Weg zum Badezimmer schlingerte er quer durchs Zimmer, klammerte sich an die Vorhänger, die Fensterrahmen, eine Kommode, den Türstock. Im Bad war es stockdunkel, da die Rollläden für den Tag geschlossen waren und er alle Deckenlicht an. Heftiges Blinzeln war die Folge, da seine Augen super empfindlich und viel schärfer waren als vorher. Nach einer Weile kristallisierte sich sein Spiegelbild heraus wie eine Erscheinung, tauchte aus dem grellen Licht auf wie ein Geist seiner selbst. Er war... Nein, das wollte er lieber nicht wissen. Noch nicht. John machte das Licht wieder aus und stieg in die Dusche. Verdammt, Aua! Der feine Strahl fühlte sich an wie zahllose Nadelspitzen und als er sich den Arm einseifen wollte, brannte das edle französische Zeug wie Batteriesäure. Er musste sich dazu zwingen, sich das Gesicht zu waschen und obwohl es eigentlich cool war, zum ersten Mal überhaupt Bartstoppeln auf dem Kinn zu haben, war die Vorstellung, einen Rasierer damit in Berührung zu bringen, der totale Horror. Als würde man sich eine Käsereibe über die Wangen ziehen. Dann spülte er den Schaum ab, so sanft es eben ging, und landete bei seinen Weichteilen. Ohne groß darüber nachzudenken, tat er, was er schon sein ganzes Leben getan hatte. Ein schnelles Wischen unter dem Sack, dann einmal der Länge nach. Doch dieses Mal war die Wirkung eine andere. Er wurde steif. Die Erektion stockte, hörte auf, anzuschwellen und sich zu verlängern. Das kribbelnde Ziehen im Unterleib verschwand ebenfalls wieder. Also duschte er die Seife ab, wild entschlossen, an das heikle Thema Sex nicht zu denken. Er hatte schon genug Probleme. Sein Körper war wie ein ferngesteuertes Auto mit kaputter Antenne. Er musste jetzt in den Unterricht, wo alle ihn anstarren würden. Im Schrank fand er eine Tüte von Abercrombie und Fitch, mit der Fritz schon vor Wochen bei ihm aufgetaucht war. Als John damals die Klamotten inspiziert hatte, war er davon ausgegangen, dass der Butler einen ziemlichen Sprung in der Schüssel haben musste. Eine riesige Jeans, ein Fleece-Pulli in der Größe eines Schlafsacks, ein XXL-T-Shirt und ein paar Nikes Größe 48 in einer glänzenden nicht behalten. Alles passte. Sogar die Kanu großen Schuhe. John starrte seine Füße an und dachte sich, Mann, die Dinger müssten eigentlich serienmäßig mit Rettungsweste und Anker geliefert werden, so groß sind die. Ungelenk stakste er aus seinem Zimmer, die Arme baumelten hilflos an den Seiten. Sein Gleichgewicht war völlig gestört. Am Kopf der Freitreppe angekommen, richtete er den Blick nach oben auf die Darstellungen großer Krieger an der Decke. Er betete selbst einmal einer von ihnen zu werden. Doch im Moment konnte er sich einfach verdammt noch mal nicht vorstellen, wie er das hinkriegen sollte. Als Puri die Augen aufschlug, sah er die Frau seiner Träume. Oder vielleicht träumte er einfach noch? Hi, sagte Bella. Er räusperte sich. Trotzdem klang seine Stimme noch krächzend, als er entgegnete. Bist du wirklich hier? Ja. Sie nahm seine Hand und setzte sich auf die Bettkante. Ich bin hier. Wie geht es dir? Shit, er hatte ihr Sorgen bereitet und das war nicht gut für das Baby. Mir geht's prima, sagte er und hob die Hand, um sich das gesunde Auge zu reiben. Keine so tolle Idee. In seiner Faust lag die Zeichnung von ihr zusammen geknüllt, als hätte er sie im Schlaf an sich gedrückt. Bevor sie noch fragen konnte, was das war, schob er den Zettel unter die Bettdecke. Kann ich dir was zu essen bringen? Ihre Freundlichkeit traf ihn heftiger als ein Stemmeisen in die Rippen. Danke, aber ich rufe später Fritz an. Du solltest dich wieder hinlegen. Ich habe noch vier und vier Minuten übrig. Sie sah auf die Uhr. Drei und vier Zettel Stützte sich mit den Armen ab und zog die Decke höher, damit weniger von seinem Brustkorb zu sehen war. Ohne Klopfen schwang die Tür weit auf. Als Sadist hereinkam, heftete sich sein Blick so fest auf Bella, als versuche er, ihre Vitalfunktionen an ihrem Gesicht abzulesen. Dachte ich mir doch, dass ich dich hier finde. Er beugte sich herunter und küsste sie auf den Mund, dann auf beide Seiten des Halses oberhalb der Venen. Gequält wandte Puri den Blick ab und musste feststellen, dass seine Hand sich unter die Bettdecke geschlichen und die Zeichnung gefunden hatte. Er zwang sich loszulassen. Sadists ganze Haltung war viel entspannter. Also, wie steht es bei dir, Bruderherz? Gut genug, um heute Nacht auf die Jagd zu gehen. Sein Zwillingsbruder runzelte die Stirn. Hat Vicious Ärztin dir das Okay gegeben? Das ist allein meine Angelegenheit. Wrath könnte da anderer Ansicht sein. Mag sein, aber wenn er will, ich hier bleibe, dann muss er mich schon anketten. Sofort riss Puri sich wieder etwas zusammen, er wollte in Bellas Anwesenheit keinen Streit provozieren. Puri's Brust schmerzte so sehr, dass er den Mund aufmachen musste, um Luft zu bekommen. Warum treffen wir uns nicht einfach später beim ersten Mal? Ich würde jetzt gern duschen, die Verbände abnehmen und mich anziehen. Bella stand auf und Sadists Hand legte sich unwillkürlich um ihre Taille und zog sie an sich. Um sie schneller aus dem Zimmer zu scheuchen, machte Puri Anstalten aufzustehen. Wir sehen uns dann unten im Esszimmer. Sadists Hand glitt auf den Unterleib seiner Schellen. Bella geht wieder ins Bett, oder? Nalla! Als die Tür endlich hinter den beiden ins Schloss fiel, griff Puri nach seinem Stock und trat unverzüglich vor den Spiegel, der über seine Kommode hing. Vorsichtig zog er die Klebestreifen des Verbandes ab, dann entfernte er die Mullschichten. Seine Wimpern und sich das Gesicht mehrmals waschen musste, bis er das Lied öffnen konnte. Er schlug das Auge auf und konnte perfekt sehen. Dass er nicht einmal annähernd erleichtert war bei dieser Erkenntnis war unheimlich. Es sollte ihm nicht egal sein. So war es aber. Verstört duschte und rasierte er sich, dann schnallte er seine Prothese um und streifte die Lederhose über. Er war schon mit den Dolch und Pistolen halft dann auf dem Weg nach draußen, als er am Bett noch einmal stehen blieb. Seine Zeichnung lag immer noch unter der Decke. Er konnte die weißen zerknitterten Ecken zwischen den blauen Seidenfalten erkennen. Weder sah er die Hand seines Zwillingsbruders auf Bellas Haar legen, dann auf ihrem Unterleib. Kurz entschlossen zog er die Zeichnung heraus und strich sie auf dem Nachttisch glatt. Er warf einen letzten Blick darauf, dann zerriss er sie in kleine Stücke, legte das Häufchen in einen Aschenbecher und riss ein Streichholz an. Mit der auflackernden Flamme näherte er sich dem Papier. Als nur noch Asche übrig war, stand er auf und ging aus dem Kapitel 6 Vicious schwebte auf Wolke 7. Er fühlte sich vollständig. Ein zusammengesetztes Puzzle. Er hatte die Arme um seine Frau gelegt und seinen Körper dicht an sie gepresst. Ihr Duft hing in seiner Nase. Obwohl Nacht war, schien es ihm, als stünde er im hellsten Sonnenlicht. Dann hörte er den Schuss. Der Horror des Albtraums entfaltete sich wie immer und doch traf er ihn diesmal so heftig wie beim ersten Mal, als er ihn erlebt hatte. Blut auf seinem Shirt, Schmerz in der Brust. Mit einem Ruck setzte sich Vicious im Bett auf und schrie. Jane warf sich auf ihn, um ihn zu beruhigen und eine zehntel Sekunde später flog die Tür auf und Batsch stürmte mit gezogener Waffe herein. Ihre seinem Oberkörper herunter, um seine Brust sehen zu können. Die Haut war unversehrt, aber trotzdem strich er mit der Hand darüber. Gütiger! War das ein Flashback? Die Schießerei? fragte Jane und zog ihn wieder in ihre Arme. Ja, verdammt! Batsch senkte den Lauf seiner Pistole und zog sich die Boxershorts hoch. Du hast mir und Marissa einen Mordschrecken eingejagt. Goose zum Runterkommen? Ja. Jane? Für dich irgendwas? Sie schüttelte den Kopf, doch Vicious fuhr dazwischen. Heiße Schokolade! Sie hätte gern heiße Schokolade! Fritz hat eine Mischung besorgt, sie steht in der Küche! Als Batsch gegangen war, rubbelte sich Vicious über das Gesicht. Tut mir leid! Meine Güte, du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen! Sie ist klar bei dir? Er nickte. Und dann küsste er sie und sagte, wie der letzte Waschlappen, ich bin froh, dass du hier bist! Ich auch! Sie schlang die Arme um ihn und hielt ihn fest wie etwas sehr Kostbares. Sie schwiegen, bis Batsch kurze Zeit später mit einem Glas in der einen und einem Becher in der anderen Hand zurückkam. Batsch gab Vicious den Wodka. Was ist mit der Großer? Alles wieder im grünen Bereich? Wohl kaum. Nicht nach dem Traum. Nicht wenn Jane ihn verlassen musste. Er Batsch schüttelte den Kopf. Du bist ein ziemlich schlechter Lügner. Leck mich! Vicious Worten fehlte jeder Nachdruck und jede Überzeugung, als er daran festhielt. Mir geht's gut. Der Ex-Cop ging zur Tür. Ach, apropos stark. Puri hat sich beim ersten Mal blicken lassen. Abmarsch bereits und kampfklar für heute Nacht. Ich bin froh, dass unser Junge das Heil bestanden hat, sagte Vicious und meinte es auch ehrlich. Das Blöde war nur, dass sich Janes einzige Ausrede, noch länger hier zu bleiben, soeben in Luft aufgelöst hatte. Ja, ich ließ. Ich werde dich heute Nacht nach Hause bringen, sagte er. Sie hörte auf zu pusten. Lange erwiderte sie nichts, dann nahm sie einen vorsichtigen Schluck Schokolade. Ja, es wird Zeit. Er schluckte den halben Inhalt seines Glases auf einmal hinunter. Aber vorher möchte ich dich noch an einen bestimmten Ort bringen. Wohin? Er wusste nicht genau, wie er ihr erklären sollte, was er sich wünschte, bevor er sie gehen ließ. Er trank seinen Wodka aus. An einen sehr persönlichen Ort. Sie trank aus ihrem Becher, die Lieder tief über die Augen gesenkt. Du wirst mich also wirklich gehen lassen? Ja. Er betrachtete ihr Profil und wünschte, sie wären sich unter anderen Umständen begegnet. Ja, sagte er leise. Das werde ich. Drei Stunden später vor seinem Spind wünschte sich John Quinn würde endlich den Mund zumachen. Trotz des ganzen Lärms von zugeschlagenen Metalltüren und wedelnden Klamotten und fallengelassenen Schuhen im Umkleideraum kam es ihm vor, als hätte sich sein Kumpel ein Megafon an die Oberlippe getackert. Du bist einfach echt riesig, JM! Im Ernst! Play nickte, während er sich seinen G anzog. Das stimmt. Wenn du jetzt noch an Masse zunimmst, dann kriegst du Bruderschaftsausmaße. Kopfschüttelnd musterte John seine Freunde und stellte fest, dass er beide um mindestens zehn Zentimeter überragte. Zum Henker. Er war so groß wie Sadist. John, schieb deinen Hintern mal für eine Sekunde raus in den Flur! Alles verstummte und Johns Kopf schnellte herum. Im Türrahmen stand Sadist mit ernster Miene. Ach du Scheiße! flüsterte Queen. John verstaute seinen Rucksack wieder, schloss die Spinntür und zog sein T-Shirt herunter. Sadist hielt die Tür weit auf und John trat hinaus in den Flur. Als sie unter sich waren, begann Sadist. Heute Nacht treffen wir beide uns kurz vor dem Morgengrauen wie gehabt, nur, dass wir heute keinen Spaziergang machen. Du kommst in dem Gewichteraum, während ich trainiere. Nagel auf den Kopf. John fragte per Gebärdensprache die üppliche Uhrzeit? Vier Uhr. John neigte dem Kopf, dann hielt der Sadist am Arm fest, als der sich abwandte. Geht es um letzte Nacht? Ganz genau. Damit ging der Bruder und schob die Flügeltür zur Turnhalle auf. Die beiden Hälften machten ein schepperndes Geräusch, als sie sich widerschlossen. Blay und Quinn traten hinter John. Was geht ab? wollte Blay wissen. Ich krieg einen drauf, weil ich diesen Lesser umgenietet habe, sagte John. Unglücklich fuhr sich Blay mit der Hand durch das rote Haar. Ich hätte besser aufpassen müssen. Quinn schüttelte den Kopf. John, wir nehmen die Schuld auf uns, Mann. Ich meine, es war doch meine Idee, in diesen Club zu gehen. Und meine Knarre. Doch John gab sich lässig. Das kommt schon wieder ins Lot. Zumindest hoffte er das. Wie die Dinge lagen, stand er ganz kurz davor, aus dem Trainingsprogramm zu fliegen. Kapitel 7 Gegen Mitternacht fand Jane sich auf dem Rücksitz eines schwarzen Mercedes wieder. Sie war auf dem Weg nach Hause. Vorne auf dem Fahrersitz, jenseits der Trennscheibe, saß in Livret dieser Butler, der älter als Gott war und so fröhlich wie ein Terrier. Neben ihr saß Vicious in schwarzes Leder gekleidet, so schweigsam und düster wie ein Grabstein. Zwar sagte er nichts, aber er ließ auch ihre Hand nicht los. Was dagegen, wenn ich mir eine anzünde, solange ich frische Luft reinlasse? Schon okay. Sie würde sowieso nicht mehr lange in seiner Nähe sein. Verdammt! Vicious drückte ihre Hand, dann öffnete er sein Fenster einen Spalt breit. Das sanfte Raunen des Windes übertönte das leise Brummen des Motors. Sie legte die Fingerspitzen auf die Scheibe. Das Glas war kalt. Dasselbe Gefühl wie in ihrer Brust. Weil sie die Stille nicht aushielt, sagte sie, wer Sie räusperte sich. Erzähl mir mehr davon. Die Gesellschaft der Lässer, unsere Feinde, wählt ihre Mitglieder über ein sorgfältiges Prüfverfahren aus. Sie suchen systematisch nach Soziopathen, Mördern, amoralischen Jeffrey-Darma-Typen. Dann tritt Omega auf den Plan. Omega? Er betrachtete die glühende Spitze seiner Zigarette. Man könnte wohl sagen, das christliche Äquivalent dazu wäre der Teufel. Jedenfalls egal, ihnen zu schaffen in mehrerlei Hinsicht und schwuppdiwupp dreimal schwarzer Kater wachen sie auf und sind tot, aber putzmunter. Sie sind stark, praktisch unzerstörbar und können nur durch eine Stichwunde in die Brust, die mit einem Metallgegenstand zugefügt wird, getötet werden. Warum sind sie eure Feinde? Seine brauen senkten sich. Ich schätze mal, es könnte etwas mit meiner Mutter zu tun haben. Deiner Mutter? Das harte Lächeln, das seine Lippen umspielte, war mir eine Grimasse. Ich bin der Sohn von etwas, das du vermutlich als Gottheit bezeichnen würdest. Wie zur Bestätigung hob er die Hand mit dem Handschuh. Das ist von ihr. Jane betrachtete das schwarze Leder, das sich über seine Hand dehnte. Jesus, ich bin nicht der Rettertyp. Er steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und zog den Handschuh ab. Im Halbdunkel des Rücksitzes leuchtete seine Hand mit der sanften Schönheit von Mondlicht, das von frisch gefallenem Schnee reflektiert wird. Ein letztes Mal zog er an seiner Kippe, dann drückte er sie mit dem glühenden Ende mitten in seiner Handfläche. Nein! zischte sie. Warte! Mit einem Aufflackern zerfiel der Zigarettenstummel zur Asche, dann blies er die Überreste fort. Ein feines Pulver, das sich in der Luft vollständig auflöste. Ich würde alles geben, um dieses Stück Dreck loszuwerden, obwohl ich zugeben muss, dass es verdammt praktisch ist, wenn man gerade keinen Aschenbecher zur Hand hat. Aus einer ganzen Reihe von Gründen war Jane leicht benommen, ganz besonders, wenn sie an seine Zukunft dachte. Zwingt deine Mutter dich zu heiraten? Freiwillig würde ich das mit Sicherheit nicht tun. Gütiger. Die Vorstellung, dass er mit einer anderen zusammen sein würde, selbst wenn sie sich nicht an ihn erinnerte, war wie ein Schlag in die Magengrube. Wie viele? fragte Jane heiser. Denk nicht dran. Ich jedenfalls vermeide das so gut ich kann. Wieder blickte er sie an. Sie werden mir nichts bedeuten. Das wollte ich dir nur sagen. Auch wenn du und ich nicht ... war furchtbar von ihr, sich darüber zu freuen. Nun zog er den Handschuh wieder an und sie schwiegen, während der Wagen durch die Nacht sauste. Tränen brannten in ihren Augen und sie blinzelte sie weg und starrte auf ihre Hände. Kurze Zeit später hielt er die Mercedes vor dem Lieferanteneingang eines Ziegelbaus. Da waren eine stabile Metalltür mit der Aufschrift Privat in weißer Farbe und eine Betonrampe, die hinauf zu einem Ladedock führte. Kurz darauf öffnete er ihre Tür von außen und streckte die Hand herein. Jane stieg aus dem Auto und folgte Vicious zu ein paar Betonstufen neben der Rampe. Er klebte an ihr wie ein Schonbezug, schirmte sie von allen Seiten ab. Seltsamerweise entspannte er sich überhaupt nicht, als sie im Haus waren. Rasch führte er sie über einen Korridor zu einem Lastenaufzug, wobei er sich ständig nach rechts und links umsah. »Hast du hier eine Wohnung?« fragte sie, obwohl das offensichtlich war. »Der oberste Stock gehört mir, beziehungsweise die Hälfte davon.« Sie stiegen in einen der wahren Aufzüge und standen unter vergitterten Deckenleuchten auf ausgetretenem Linoleum. »Ich wünschte, ich könnte dich durch den Vordereingang hereinbringen, aber das wäre zu öffentlich.« Der Lift fuhr mit einem Ruck an, und Jane wollte sich an der Wand abstützen, doch Vicious war schneller, hielt sie am Oberarm fest. Vicious blieb weiterhin angespannt, als der Lift zum Stehen kam und die Türen sich öffneten. Der schmucklose Flur war nichts Besonderes, einfach nur zwei Wohnungstüren plus eine zum Treppenhaus. Die Decke war hoch, aber ohne jeden Schmuck, und der Teppich erinnerte sie mit seinem bunten Muster und dem kurzen Flur an die Wartezimmer des Krankenhauses. »Ich bin hier!« Sie folgte ihm zum Ende des Korridors und war überrascht, dass er einen goldenen Schlüssel aus der Tasche zog, um die Tür zu öffnen. Was auch immer dahinter lag, war stockdunkel. Doch sie trat ohne Angst ein. Es roch angenehm, nach Zitrone, als wäre erst kürzlich geputzt worden. Er machte kein Licht an, nahm sie einfach nur bei der Hand und zog sie sanft weiter. Sie hängte sich an sein Handgelenk und tappte hinter ihm her, bis er stehen blieb. Dem Echo der Schritte nach zu urteilen, musste es ein großzügiger Raum sein, aber sie hatte keine Vorstellung von dem Grundriss des Penthauses. Jetzt drehte er sie zur rechten Seite und machte einen Schritt von ihr weg. »Wor gehst du hin?« Sie schluckte heftig. Eine Kerze flackerte in einer Zimmerecke auf, gute zehn Meter von ihr entfernt. Sie gab aber nicht besonders viel Licht ab. Die Wände und die Decke und der Fußboden. Alles war schwarz, genau wie die Kerze. Vicious trat in den schwachen Lichtschein, nicht mehr als ein hoch aufragender Schatten. Janes Herz hämmerte. »Du hast mich nach den Narben zwischen meinen Beinen gefragt«, sagte er, »wie das passiert ist.« »Herr«, flüsterte sie. Eine weitere Kerze flammte auf, dieses Mal auf der gegenüberliegenden Seite des, wie sie jetzt feststellte, riesigen Raums. »Mein Vater hat mir das angetan, unmittelbar nachdem ich ihn beinahe umgebracht hatte.« Jane keuchte leise. »Oh mein Gott.« Obwohl Vicious' Blick auf Jane gerichtet war, sah er nur die Vergangenheit und was geschehen war, nachdem er seinen Vater zu Boden geworfen hatte. »Bringt mir meine Klinge«, befahl der Blattletter. Vicious wehrte sich gegen den Soldaten, der seine Arme festhielt, konnte aber nichts gegen ihn ausrichten. Zwei weitere Männer tauchten auf, dann noch zwei und noch drei. Der Blattletter spie auf den Boden, als ihm jemand einen schwarzen Dolchen die Hand legte, und Vicious machte sich innerlich bereit, durch die Klinge zu sterben. Doch der Blattletter zog sie nur über seine Handfläche, dann steckte er den Dolch in den Gürtel. Er rieb die Hände aneinander und schlug daraufhin Vicious seine rechte mitten auf die Brust. Verwundert blickte Vicious auf den Abdrück auf seine Haut. »Verbannung.« »Nicht der Tod.« »Aber warum nur?« Mit harter Stimme verkündete der Blattletter, »Auf ewig sollst du ein fremder jenen sein, die hier weilen. Und der Tod soll jeden ereilen, der dir Hilfe gewährt.« Schon wollten die Soldaten Vicious loslassen. »Noch nicht.« »Bringt ihn ins Lager.« Der Blattletter wandte sich ab und holte den Schmied. »Uns obliegt es, andere vor dem bösen Wesen dieses Mannes zu warnen.« Wie wild bäumte Vicious sich auf, als ein anderer Soldat seine Beine aufhob und man ihn wie ein erlegtes Wild in die Höhle trug. Vicious wurde auf den Rücken gelegt, an allen vier Gliedmaßen einen Soldaten und einen zusätzlich, um ihn an der Hüfte festzuhalten. Breitbeinig stand der Blattletter vor ihm. Aus seinen Händen tropfte es hellrot. »Kennzeichne ihn.« Der Schmied blickte auf. »Auf welche Weise?« »Großer Krieger.« Daraufhin sackte der Blattletter die Warnungen in der alten Sprache auf. Und die Soldaten ließen Vicious nicht los, solange seine Schläfe und seine Lenden und seine Oberschenkel tätowiert wurden. Die ganze Zeit über wehrte er sich, doch die Tinte sickerte in seine Haut und verlieh den Zeichen Ewigkeit. Endlich war es vorbei. Der Blattletter starrte auf Vicious herab. »Ich denke, es gibt noch eines zu erledigen. Spreizt seine Beine weit. Ich werde unserer Rasse einen Gefallen tun und dafür sorgen, dass er keine Nachkommen zeugt.« Vicious spürte, wie seine Augen hervortraten, als seine Knöchel und Schenkel mit Gewalt auseinandergerissen wurden. Einmal mehr zückte sein Vater den schwarzen Dolch aus dem Gürtel, hielt dann jedoch inne. »Nein, wir brauchen etwas anderes.« Also befahl er dem Schmied, die schändliche Tat mit einer Zange zu verrichten. Vicious schrie, als er das Metall an der zartesten Stelle seiner Haut spürte. Ein scharfer Schmerz und ein Reißen. Und dann... »Allmächtiger«, sagte Jane. Sich schüttelnd kehrte Vicious in die Gegenwart zurück. Wie viel davon er laut ausgesprochen hatte, wusste er nicht genau. Aber dem Entsetzen auf Janes Miene nachzuurteilen, offenbar praktisch alles. Er betrachtete den Widerschein der Kerzen in ihren dunkelgrünen Augen. »Sie konnten es nicht zu Ende bringen.« »Aber nicht aus Anstand«, sagte sie leise. Er schüttelte den Kopf und hob die Hand mit dem Handschuh. »Abwohl ich kurz davor stand, die Besinnung zu verlieren, leuchtete mein gesamter Körper auf. Die Soldaten, die mich festhielten, waren sofort tot, genau wie der Schmied. Er benutzte eine Metallzange, wodurch die Energie direkt in ihn hineingeleitet wurde. Kurz schloss sie die Augen. Und was geschah dann? Ich habe mich auf den Bauch gedreht, noch eine Weile gekotzt und mich dann zum Ausgang der Höhle geschleppt. Das gesamte Lager hat mir nur schweigend zugesehen. Nicht einmal mein Vater stellte sich mir in den Weg oder sagte auch nur ein Wort. In Erinnerung an den unmenschlichen Schmerz legte Vicious sich die Hand um die Talie. Die erste Nacht habe ich nur mit knapper Not überstanden. Mithilfe eines Stocks hielt ich mich aufrecht und lief, soweit ich nur konnte, in irgendeine Richtung. Am Ende brach ich einfach zusammen. Der Wille, weiterzugehen, war durchaus da. Aber mein Körper versagte. Ich hatte viel Blut verloren und der Schmerz laugte mich völlig aus. Irgendwelche Vampire fanden mich unmittelbar vor die Morgengrauen. Sie nahmen mich auf, wenn auch nur für einen Tag. Er tippte sich an die Schläfe. Die Warnungen auf meinem Gesicht und dem Körper erfüllten den Zweck, den mein Vater im Sinn gehabt hatte. Sie machten mich zu einem Monster, vor dem man Angst haben muss. Jahrelang wanderte ich allein umher, hielt mich im Verborgenen, ging anderen Leuten aus dem Weg. Ein Jahrhundert später landete ich in Italien, wo ich als Handlanger und bezahlter Schläger für einen Kaufmann arbeitete, der mit Menschen Handel trieb. In Venedig gab es Huren von meiner Art, an denen habe ich mich dann genährt. Jane legte sich die Hand an den Hals. Du musst so einsam gewesen sein. Ungefähr zehn Jahre lang war ich schon bei dem Kaufmann. Da stolperte ich eines Nachts in Rom über einen Lässer, der im Begriff stand, eine Vampirin zu töten. Dem habe ich das Licht ausgeblasen. Ihr Sohn kauerte in der dunklen Gasse neben meinem Karren. Er war eindeutig ein Prätrans und noch dazu ein ziemlich junger. Ich musste an meine eigene Mutter denken, zumindest an das Bild, das ich mir von ihr gemacht hatte, und ich wollte einfach nicht zulassen, dass der kleine Junge die Frau, die ihm das Leben geschenkt hatte, sterben sähe. Hat sie überlebt? Gequält zuckte er zusammen. Sie war schon tot, als ich mich um sie kümmern konnte. Ich wusste nicht, was ich mit dem Jungen machen sollte. Schließlich nahm ich ihn mit zu dem Kaufmann, und er stellte den Kontakt zu einer Familie her, die den Jungen aufnahm. Kurz lachte Vicious auf. Wie sich herausstellte, war die tote Mutter eine gefallene Auserwählte. Und dieser Prätrans wurde später der Vater meines Bruders Mörder. Unsere Welt ist ganz schön klein. Was? Weil ich also ein Kind von Kriegerblut gerettet hatte, sprach sich die Sache herum, und mein Bruder Darius fand mich schließlich und brachte mich zu Wrath. Als ich Wrath kennenlernte, hatte er überhaupt keinen Bock darauf, König zu sein, und genauso wenig Interesse an emotionalen Bindungen wie ich. Was bedeutete, dass wir beide auf einer Wellenlänge lagen. Am Ende wurde ich in die Bruderschaft eingeführt, und so. Tja, das ist die ganze Geschichte. Kapitel 8 Jane räusperte sich und fragte, »Sagst du mir jetzt, warum wir hier sind?« Er rubbelte sich über das Gesicht, als wollte er sein Hirn sauber schrubben. »Ich möchte mit dir zusammen sein. Hier.« Eine weitere Kerze erwachte neben meiner Vorhangwand zum Leben, dann eine vierte über einer Theke, und eine fünfte neben einem großen Bett mit schwarzer Satambettwäsche. Er rubbelte sich über das Gesicht, als wollte er sein Hirn sauber schrubben. »Ich möchte mit dir zusammen sein. Hier.« Eine weitere Kerze erwachte neben meiner Vorhangwand zum Leben, dann eine vierte über einer Theke, und eine fünfte neben einem großen Bett mit schwarzer Satambettwäsche. Ein Lächeln schlich sich auf ihr Gesicht, bis die sechste aufleuchtete. Da hing etwas an der Wand, etwas, das aussah wie... Ketten? Noch mehr Kerzen flackerten auf, Masken, Peitschen, Rohrstöcke, Knebel. Ein schwarzer Tisch mit Fesseln, die bis auf den Boden hingen. Fröstelnd schlang sie die Arme um sich. »Hier finden also deine Fesselspiele statt.« »Genau.« »Ach, du lieber Himmel!« Diese Art von Abschied wollte sie nicht. Sie hörte das Knarren von Leder und wandte ihm den Kopf wieder zu. Er zog seine Jacke aus und legte sie ab. Wortlos zog er das Shirt aus. Seine Rückenmuskulatur umspielte die Wirbelsäule. Er schüttelte die Stiefel ab. »Ach, du Scheiße!« dachte sie, als sie allmählich dämmerte, worauf das in Wirklichkeit hinauslief. Socken und Lederhose kamen als nächstes. Eine Unterhose hatte er gar nicht erst getragen. Ohne einen Mucks tapste er über den schimmernden Marmorfußboden und legte sich ordentlich auf den Tisch. Ausgestreckt sah er einfach prachtvoll aus. Die schweren Muskeln, die eleganten maskulinen Bewegungen. Ein schwaches Zittern züngelte über seine Haut. Oder war das der Kerzenschein? Dann schluckte er heftig. »Such eine Maske für mich aus«, sagte er leise. »Wisch es!« »Nein, tu es!« »Und dann leg mir Handschellen an!« Da sie sich nicht rührte, deutete er mit dem Kopf auf die Gegenstände an der Wand. »Bitte!« »Warum?« fragte sie. Schweiß brach ihm am ganzen Körper aus. Er schloss die Augen, seine Lippen bewegten sich kaum. »Du hast mir so viel gegeben, und das Einzige, was ich habe, bin ich. Und das...« Er klopfte mit den Fingerknöcheln auf das Holz der Folterbank unter sich. »Wöchte ich dir schenken?« »Ich möchte dir nicht wehtun.« »Das weiß ich.« Seine Augenlider klappten hoch. »Aber du sollst mich haben, wie mich noch niemand sonst hatte oder je haben wird.« Sie betrachtete ihn. Was es ihm kostete, sich so preiszugeben, stand in seinen weit aufgerissenen, unruhigen Augen und seinem bleichen Gesicht und den Schweißperlen auf seiner Brust geschrieben. »Nein«, zu sagen hieße, seinen Mut herabzuwürdigen. »Was?« »Du liebe Güte!« »Was genau soll ich mit dir machen?« Als Vicious ihr alles erzählt hatte, wandte er sich von ihr ab und starrte die Decke an. Der Kerzenschein zuckte über die breite, schwarze Fläche und ließ ihr aussehen wie ein Becken voller Öl. Jane sagte kein Wort. »Verdammt!« Sich roh auf dem Silbertablett anzubieten und abgewiesen zu werden, war das Heftigste überhaupt. Erschrocken zuckte er zusammen, als sie ihre Hand auf seinen Fuß legte. Und dann hörte er das metallische Klirren einer Schnalle. Er sah an seinem nackten Körper herab, als sich eine zehn Zentimeter lange Lederfessel um seinen Knöchel schlang. Beim Anblick ihrer blassen Hände, die ihn fixierten, bäumte sich sein Schwanz zu einer Erektion auf. Voll konzentriert fädelte Jane die Lederzunge in die Schnalle und zog sie nach links. »Ist das okay?« »Fester!« Ohne aufzublicken, zerrte sie noch einmal mit aller Kraft. Die Fessel grub sich in seine Haut und Vicious ließ den Kopf in den Nacken fallen und stöhnte. »Zu fest!« »Nein!« Beim anderen Bein zitterte er schon deutlich, gleichzeitig panisch und wahnsinnig erregt. Die Gefühle wurden noch intensiver, als sie ihm erst das eine Handgelenk festband, dann das zweite. »Und jetzt den Knebel und die Maske!« Seine Stimme klang heiser. Mit einem Knebel und der Maske in der Hand kam sie zurück. Zuerst den Knebel wies er sie an und öffnete den Mund weit. Einen kurzen Moment lang schloss sie die Augen und er fragte sich, ob sie einen Rückzieher machen würde, doch dann beugte sie sich nach unten. Der Ballknebel schmeckte nach Latex. Ein stechender, bitterer Geschmack breitete sich auf seiner Zunge aus. Als er den Kopf hob, damit sie den Knebel mit dem Riemen festzurren konnte, kam sein Atem pfeifend durch die Nase. Jane schüttelte den Kopf. »Die Maske kann ich dir nicht aufsetzen. Ich muss deine Augen sehen. Ich kann nicht. Ohne Augenkontakt mache ich das nicht.« Wahrscheinlich war das keine schlechte Idee. Der Knebel erfüllte seine Aufgabe, gab ihm das Gefühl zu ersticken. Und die Fesseln erfüllten ebenfalls ihre Aufgabe, gaben ihm das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Wenn er sie nicht sehen und sich davon überzeugen könnte, dass sie es war, würde er womöglich völlig durchdrehen. Also nickte er. Und sie ließ die Maske auf den Boden fallen und zog sich den Mantel aus. Dann holte sie eine der schwarzen Kerzen. Vicious Lungen brannten, als sie auf ihn zukamen. Tief atmete Jane ein. »Bist du dir ganz sicher?« Wieder nickte er, obwohl seine Oberschenkel zuckten und die Augen noch weiter aufgerissen waren. Mit einer Mischung aus Entsetzen und Erregung sah er zu, wie sie ihren Arm über seine Brust streckte und die Kerze kippte. Schwarzes Wachs tropfte auf einen seiner Nippel und er grub die Zähne in den Knebel, zerrte an dem, was ihn auf dem Tisch festhielt, bis das Leder ächzte. Sein Schwanz hüpfte auf seinen Bauch, er musste den Orgasmus mit Mühe zurückdrängen. Sie tat exakt, was er ihr erklärt hatte, wanderte tiefer und tiefer auf seinem Oberkörper entlang, überging dann seinen Intimbereich, um sich den Knien zu widmen und sich aufwärts zu arbeiten. Der Schmerz steigerte sich kumulativ. Zunächst waren es nur einzelne Stiche, dann wurde es immer intensiver. Schweiß floss ihm über die Schläfen und die Rippen, er keuchte durch die Nase, bis sein gesamter Körper sich vom Tisch aufbäumte. Das erste Mal kam er, als sie die Kerze wegstellte, einen Rohrstock zur Hand nahm und die Spitze seiner Erektion damit berührte. Durch den Knebel stieß er ein Bellen aus und ejakulierte über das erhärtete schwarze Wachs auf seinem Bauch. Jane erstarrte, als würde sie diese Reaktion überraschen. Dann zog sie den Stock durch die Mischung und bedeckte seine Brust mit seinem Samen. Der Bindungsduft überflutete das Penthouse, begleitet von seinem Stöhnen der Unterwerfung, während sie über seinen Oberkörper fuhr, dann hinab auf seine Hüften. Ein zweites Mal kam er, als sie den Rohrstock zwischen seine Beine schob und ihm damit über die Innenseiten der Schenkel strich. Er war nur mehr Gefühl und Sehnsucht und sie seine Triebkraft. Und dann hieb sie mit einer schnellen Armbewegung den Stock quer über seine Oberschenkel. Jane konnte es nicht fassen, dass sie heiß wurde bei dem, was sie da tat. Aber bei Vicious Anblick ausgestreckt und festgeschnallt und in höchster Erregung musste sie sich zusammenreißen, um ihn nicht zu bespringen. Mein Gott, sie war beschämt und fasziniert zugleich, dass sie mit dem, was ihr hier zur Verfügung stand, sogar noch weitergehen wollte, dass ihr die Schachtel Metallklammern und die Peitschen an der Wand nicht mehr abartig vorkamen, sondern als Verheißung ungezählter erotischer Möglichkeiten. Nicht, dass sie ihm Schmerzen zufügen wollte, sie wollte einfach nur, dass er so intensiv empfand wie jetzt im Augenblick. Es ging darum, ihn an seine sexuellen Grenzen zu führen. Schließlich war sie so geil, dass sie ihre Hose und Unterhose auszog. Jetzt werde ich dich ficken, teilte sie ihm mit. Ein verzweifeltes Stöhnen entrang sich ihm, die Hüften kreisten und schoben sich nach vorn. Seine Erektion war immer noch steinhart, trotz der vielen Ejakulationen und sie pochte, als ginge es gleich wieder los. Als sie auf die Streckbank kletterte und die Beine über seinem Becken spreizte, atmete er so heftig durch die Nase, dass sie beunruhigt war. Seine Nasenflügel bebten und sie wollte ihm schon den Knebel abschnallen, doch er zog den Kopf zurück und schüttelte ihn. Sicher? fragte sie. Seine Zustimmung kam so stürmisch, dass sie sich auf seine von Samenflüssigkeit feuchten Hüften herabsenkte und auf dem harten Grat seiner Erregung niederließ. Ihre Mitte öffnete sich über ihm, umschloss ihn. Seine Augen rollten in die Höhlen zurück. Die Lider flatterten, als würde er gleich ohnmächtig, er stieß von unten zu, so gut er konnte. Während sie ihn ritt, zog sie ihre Bluse aus und schob die Körbchen des BHs zur Seite, sodass ihre Brüste nach oben und nach vorn gedrückt wurden. Es knarrte laut, als Vicious an den Fesseln zerrte. Wäre er frei gewesen, dann hätte er sie innerhalb von Sekunden unter sich auf den Rücken geworfen, das wusste sie. Sieh mir zu, wie ich dich nehme. Sie fuhr mit der Hand zu ihrem Hals. Als ihre Finger die Spuren seines Bisses betasteten, zog Vicious knurrend die Lippen zurück und seine Fänge verlängerten sich über dem Knebel, bohrten sich in den roten Latex. Immer weiter berührte sie sich an den Stellen, an denen er sie gebissen hatte. Er hob sich dann auf die Knie und richtete seine Erektion auf. Dann setzte sie sich hart und kräftig auf ihn, und er kam im selben Moment, als er in sie eindrang, zuckte tief in ihr, überflutete sie. Hinterher war er immer noch steif, selbst als das Zucken aufgehört hatte. Noch nie in ihrem Leben hatte Jane sich sinnlicher gefühlt als jetzt, da sie auf ihm ritt. Sie liebte das Wachs und das Ergebnis seiner Orgasmen auf ihm, die vor Schweiß glänzende und stellenweise flammend rote Haut. All das hatte sie ihm angetan, und er betete sie dafür an, und deshalb fühlte es sich richtig an. Als ihr eigener Höhepunkt angerast kam, blickte sie ihm in die großen wilden Augen, sie wünschte, sie müsste ihn niemals verlassen. Kapitel 9 Als Fritz den Mercedes in die kurze Einfahrt einer Wohnanlage lenkte und anhielt, sah Vicious durch die Windschutzscheibe. Sieht nett aus, sagte er zu Jane. Danke. Er verstummte wieder, verlor sich in Erinnerungen an die vergangenen zwei Stunden, was sie mit ihm gemacht hatte. Himmel! Nichts war jemals so erotisch gewesen, und nichts war jemals so wundervoll gewesen wie das, was danach geschah. Nach der Session hatte sie ihn von den Fesseln befreit und in die Dusche gebracht. Der warme Wasserstrahl hatte seine Samenflüssigkeit fortgespült und das Wachs war abgeblättert, doch vor allem war die Reinigung innerlich gewesen. Er wünschte, die roten Stellen, die sie auf seinem Körper hinterlassen hatte, würden bleiben. Er wollte sie für immer auf seiner Haut behalten. Gott, er ertrug es nicht, sie gehen zu lassen. Also, zeigst du mir deine Wohnung? Klar, gern. Er stieg zuerst aus und suchte die Umgebung ab, dann trat er zur Seite und ließ sie vorbei. Er schickte Fritz nach Hause, da er sich auf dem Rückweg einfach dematerialisieren würde. Sie öffnete die Wohnungstür mit einem einzigen Schlüssel, keine Alarmanlage, nur ein Schloss und innen weder Riegel noch Kette. Auch wenn sie keine Feinde besaß wie er, war das doch nicht sicher genug, er würde, nein, er würde nichts dagegen unternehmen, denn in wenigen Minuten wäre er ein Fremder. Um nicht durchzudrehen, sah er sich um. Ihre Möbel passten nicht zu ihr. Die Wände waren cremeweiß, aber all das Mahagoni und die Ölgemälde vermittelten den Eindruck eines Museums aus der Ära Eisenhauer. Deine Möbel gehörten meinen Eltern, erklärte sie, während sie Tasche und Mantel ablegte. Nach ihrem Tod habe ich alles, was reinpasste, aus dem Haus in Greenwich geholt. Er wusste auch nicht, was er sagen sollte. Was er tun sollte, allerdings schon. Und die Küche ist da hinten, richtig? Wie der Rest der Wohnung war die Küche in Weiß und Creme gehalten. Aufs Geratewohl öffnete Vicious den linken Hängeschrank. Bingo. Da stand die Fertigmischung für heiße Schokolade. Er holte sie heraus, stellte sie auf die Arbeitsfläche, dann ging er zum Kühlschrank. Was machst du da? wollte sie wissen. Hast du einen Becher? Einen Topf? Er fand eine Tüte Milch, machte sie auf, schnüffelte daran. In den Schränken fand er einen rustikalen Kaffeebecher und eine emaillierte Kasserolle, die er auf einer kleinen Flamme aufsetzte. Verloren starrte er auf den ganzen Kram vor sich auf der Arbeitsfläche. Und ich werde mich an nichts erinnern? fragte sie schroff. Er fügte noch eine Prise Pulver hinzu und ließ den Löffel kreisen. Er konnte nicht antworten, konnte es einfach nicht sagen. Nichts, bohrte sie nach. Soweit ich gehört habe, hat man gelegentlich Empfindungen, die von einem Gegenstand oder einem Geruch ausgelöst werden, aber man kann sie nicht zuordnen. Um die Temperatur zu testen, steckte er einen Zeigefinger in den Topf, leckte ihn ab und rührte weiter. Was ist mit dem fehlenden Wochenende? Du wirst nicht das Gefühl haben, als hättest du es verpasst. Wie ist es möglich? Ich werde dir ein Ersatzwochenende geben. Als sie daraufhin nichts weiter sagte, blickte er sie über die Schulter an. Sie lehnte am Kühlschrank, die Arme um sich geschlungen, die Augen glänzend. Als er mit der Temperatur der Schokolade zufrieden war, machte er die Flamme aus. Dann goss er sie in den Becher. Er brachte ihr den Becher und da sie ihn nicht annahm, löste er einen ihrer Arme von ihrem Rücken. Sie legte die Hand nur um den Becher, weil er sie dazu zwang, und dann trank sie nicht, hielt die warme Tasse nur ans Schlüsselbein, drehte das Handgelenk, drückte ihren Arm darum. Ich will nicht, dass du gehst, flüsterte sie. Tränen lagen in dem gepeinigten Tonfall. Er legte ihr die Hand auf die Wange und spürte die Weichheit und Wärme ihres Gesichts. Wenn er die Wohnung verließe, dann ließe er auch sein eigenes verfluchtes Herz bei ihr zurück. Das wusste er. Jetzt zog er sie in die Arme und ließ das Kinn auf ihrem Kopf ruhen. Gerade als er die Augen schloss, wanderte ein Kribbeln seine Wirbelsäule empor, zitterte in seinem Nacken und schoss ihm in den Kiefer. Die Sonne ging auf und sein Körper teilte ihm mit, dass der Abschied nicht mehr in der Zukunft lag, sondern im Hier und Jetzt, im drängenden Hier und Jetzt. Er zog den Kopf zurück und presste seine Lippen auf ihre. Ich liebe dich und ich werde dich weiterleben, wenn du schon nicht mehr weißt, dass es mich gibt. Ihre Wimpern flatterten, fingen die Tränen auf, bis es zu viele waren, um sie aufzuhalten. Er strich ihr mit dem Daumen über das Gesicht. Wisch es, ich. Er wartete einen Herzschlag lang. Als sie den Satz nicht beendete, nahm er ihr Kinn in die Hand und sah ihr in die Augen. Oh mein Gott, du tust es wirklich, sagte sie. Du tust es. Kapitel 10 Jane blinzelte und blickte in die Tasse heiße Schokolade, die sie in der Hand hielt. Etwas tropfte hinein. Gütiger. Tränen strömten ihr über das Gesicht, in den Becher, durchnäßten ihre Bluse. Sie zitterte am ganzen Körper. Ihre Knie waren weich, ihre Brust brannte vor Schmerz. Aus irgendeinem verrückten Grund wollte sie auf den Boden sinken und schluchzen. Sie wischte sich die Tränen ab und sah sich in der Küche um. Da standen Milch und die Kakaomischung und ein Löffel lag auf der Arbeitsfläche. Aus dem Topf auf dem Herd stieg noch Dampf auf. Der Schrank links davon war nicht ganz geschlossen. Sie konnte sich gar nicht erinnern, die Sachen herausgeholt oder Kakao zubereitet zu haben. Doch andererseits war das ja häufig der Fall bei Gewohnheitshandlungen. Man erledigte sie wie ferngesteuert. Durch die Fenster hinter dem Küchentisch sah sie jemanden vor ihrem Haus stehen. Einen Mann. Einen Hühnen. Er hielt sich genau außerhalb des Lichtscheins der Straßenlaterne, so dass sie sein Gesicht nicht erkennen konnte, aber sie wusste, dass er sie ansah. Ohne ersichtlichen Grund begannen ihre Tränen schneller und heftiger zu fließen. Und der Strom wurde noch stärker, als der Fremde sich umdrehte und die Straße hinunterlief. Sie musste ihn einholen. Sie musste ihn aufhalten. Doch gerade als sie die Wohnungstür erreichte, schleuderte sie ein gemeiner Kopfschmerz buchstäblich zu Boden, als hätte ihr jemand ein Bein gestellt und sie wäre mit voller Wucht an eine Kante geprallt. Alle Viere von sich gestreckt lag sie auf den kalten Fliesen. Dann krümmte sie sich auf die Seite, bohrte die Finger in die Schläfen und keuchte. Sehr lange blieb sie dort liegen, einfach nur atmend und betend, dass der Schmerz nachlassen möge. Als er es schließlich tat, drückte sie den Oberkörper vom Boden hoch und lehnte sich gegen die Wohnungstür. Das mussten nachwehen der Grippe sein, die sie das ganze Wochenende gehabt hatte. Dieser Virus, der schon seit Wochen in der Klinik umging, hatte sie total auf den Rücken geworfen. Mist! Hatte sie überhaupt das Vorstellungsgespräch an der Columbia verschoben? Sie hatte keine Ahnung mehr. Sie konnte sich nicht einmal mehr daran erinnern, am Donnerstag das Krankenhaus verlassen zu haben. Wie lange sie den Türstopper spielte, wusste sie später nicht mehr. Aber irgendwann ertönte die Uhr auf dem Kaminsims. Sie stammte aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters in Greenwich, eine altmodische Hamilton aus massivem Messing, die, das hätte sie schwören mögen, mit englischem Akzent die Stunde schlug. Sie hasste das verdammte Ding aus vollem Herzen, aber es war zuverlässig. Sechs Uhr morgens, Zeit zur Arbeit zu gehen. Guter Plan, aber als sie aufstand, war ihr sonnenklar, dass sie nicht ins Krankenhaus konnte. Er war schwindelig, sie fühlte sich schwach und erschöpft, ausgeschlossen in ihrem Zustand Patienten zu pflegen. Sie fühlte sich immer noch sterbenseelend. Sie musste sich krank melden. Wo waren nur ihr Pieper und das verdammte Telefon? Ihr Mantel und die Tasche, die sie für die Fahrt nach Manhattan gepackt hatte, lagen neben dem Garderobenschrank. Aber kein Handy, kein Pieper. Mühsam schleppte sie sich die Treppe hoch und sah neben dem Bett nach, aber dort war nichts. Auch in der Küche war nichts zu finden, und ihre Schultertasche, die sie immer mit zur Arbeit nahm, fehlte auch. Konnte sie das Ding das ganze Wochenende im Auto vergessen haben? Sie öffnete die Tür, die von der Wohnung direkt in die Garage führte. Das Licht ging automatisch an. Tatsächlich lag ihre Tasche auf dem Vordersitz, und Jane fluchte unterdrückt vor sich hin, während sie zurück in die Wohnung ging und gleichzeitig eine Nummer in die Handy tippte. Sie hatte eine Reihe von Nachrichten auf der Mailbox, aber glücklicherweise nichts Dringendes. Die wichtigen Neuigkeiten, die die Patientenversorgung betrafen, waren auf den jeweils Diensthabenden umgeleitet worden, um den Rest konnte sie sich also später kümmern. Schon wollte sie die Küche verlassen und sich schleunigst auf den Weg ins Schlafzimmer machen, als ihr der Becher mit der Schokolade ins Auge fiel. Ohne ihn zu berühren wusste sie, dass der Inhalt kalt war, also konnte sie das Zeug Aus irgendeinem Grund konnte sie sich nicht überwinden, die Schokolade auszugießen, also stellte sie den Becher einfach auf der Arbeitsfläche ab, räumte aber immerhin die Milch zurück in den Kühlschrank. Oben im Schlafzimmer warf sie die Klamotten von sich, zog ein T-Shirt über und legte sich ins Bett. Als sie sich zwischen die Laken kuschelte, stellte sie fest, dass ihr Körper ganz steif war, vor allem die Oberschenkel und der untere Rücken. Unter normalen Umständen hätte sie gesagt, dass sie eine Menge großartigen Sex gehabt hatte, entweder das, oder sie hatte einen Berg bestiegen, aber es war nur die Grippe. Ihr Hals fühlte sich straff an, und sie wollte ihn ein wenig massieren, hielt aber inne. Da war eine wunde Stelle, rechts vorne. Da war ein Muster, mehrere Erhebungen, ach, egal, ein Ausschlag war nichts Ungewöhnliches bei einer Grippe, oder vielleicht ein Insektenstich. Schon im Halbschlaf schob sich ein Bild vor ihr geistiges Auge, das Bild eines Mannes mit einem Ziegenbärtchen und Diamantaugen. Sein Mund bewegte sich, formte die Worte »Ich liebe dich.« Jane versuchte krampfhaft das Bild festzuhalten, doch sie glitt rasch in die dunklen Arme des Schlafs hinüber. Das Letzte, was sie vor dem Einschlafen noch wahrnahm, waren Tränen, die auf ihr Kissen flossen, während die Schwärze sie mit sich fortnahm. Oh, Mann, war das unangenehm. John saß auf der Handelbank im Gewichteraum und beobachtete Sadist beim Bizepstraining ihm gegenüber. Jetzt legte Sadist die Handeln auf die Matte und Seine nackte Brust glänzte, die Nippelringe hoben und senkten sich im Rhythmus seines Atems. Seine gelben Augen wanderten zu ihm herüber. Wie geht es dir? Gut. Wackelig. Anders. Er zuckte die Achseln. Jetzt ließ Sadist das Handtuch fallen und hob die Handeln wieder auf. Hast du irgendwelche körperlichen Probleme? Nicht, dass ich wüsste. Sadist heftete den Blick auf die abwechselnd den linken und den rechten Unterarm hob. Links, rechts, links. Seltsam, dass so schwere Gewichte so ein leises Geräusch machen konnten. Also, Leila hat ihren Bericht abgeliefert. Ach, du Scheiße. Was hat sie gesagt? Bitte nicht die Dusche. Sie sagte, ihr beide hättet keinen Sex gehabt, obwohl es zwischendurch so aussah, als wolltest du. Während Johns Kopf sich ausklingte, glotzte er stumpfsinnig weiter auf Sadists Arme. Rechts, links, rechts, links. Wer weiß davon? Wrath und ich, sonst niemand. Und sonst geht es auch niemanden etwas an. John stand auf und lief auf seine neue schlachsige Art auf und ab, viel zu lange Arme und Beine und der Gleichgewicht Sinn eines Besoffenen. Warum hast du aufgehört, John? Er warf dem Bruder einen Seitenblick zu, kurz davor, eine pseudokoole, banale Antwort zu geben, als er zu seinem Entsetzen erkannte, dass er das nicht schaffen würde. Sadists gelbe Augen leuchteten wissend. Verdammt nochmal, hey, was hat er geplaudert? Diese Therapiesitzung in der Klinik, als John über das gesprochen hatte, was ihm damals in dem dunklen Treppenhaus passiert war, hatte sich herumgesprochen. Du weißt es, sagte John wütend, du weißt Bescheid, oder? Eine Kopie deiner Krankenakte wurde hierher geschickt, als du ins Trainingsprogramm eingestiegen bist. Das ist Standard bei allen Schülern, falls mal ein Unfall beim Training passiert oder die Transition einsetzt, während ihr hier seid. Wer hat meine Akte gelesen? Nur ich. Und sonst wird sie auch niemand lesen, nicht einmal Wrath. Ich habe sie weggesperrt und bin der Einzige, der weiß, wo sie ist. John sackte in sich zusammen. Das war zumindest ein kleiner Trost. Wrath wollte, dass ich mit dir über Leila spreche, weil er sich Sorgen gemacht hat, dass mit dir nach der Transition irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich werde ihm erzählen, dass du nervös warst und deshalb nichts lief. Abgemacht. John nickte. Hast du dir schon mal einen runter geholt? John errötete von der Stirn bis zu den Zehen. Und? Hast du? Langsam schüttelte er den Kopf. Mach es einmal, nur um sicher zu gehen, dass nichts kaputt ist. Sadist stand auf, trocknete sich in den kommenden 24 Stunden darum kümmerst. Ich werde dir keine Fragen stellen. Wenn du nichts sagst, gehe ich davon aus, dass alles prima ist. Wenn es das nicht ist, dann kommst du zu mir und wir unternehmen was. Einverstanden? Nicht so ganz. Was, wenn er es nicht schaffte? Von mir aus. Eine Sache noch. Was war das mit der Waffe und den Lässern? Mist! In seinem Waffen befassen. Er hob die Hand, um eine Ausrede zu erfinden. Mir ist egal, dass du bewaffnet warst. Offen gestanden möchte ich sogar, dass du eine Waffe mitnimmst, wenn du in Zero Sum gehst. Völlig entgeistert starrte John den Bruder an. Aber das ist gegen die Regeln. Sehe ich aus, als würde mich sowas interessieren? John musste lächeln. Eigentlich nicht. Wenn du wieder ins Fadenkreuz eines dieser miesen Untoten gerätst, dann machst du mit ihm genau das, was du neulich gemacht hast. Soweit ich gehört habe, hast du die Sache da ganz schön cool durchgezogen. Und ich bin stolz auf dich, weil du die Jungs nicht im Stich gelassen hast. John errötete. Sein Herz tanzte in seiner Brust. Gut, dann sind wir für heute Nacht fertig. Geh dich aufs Ohr hauen. Kapitel Elf Ein paar Stunden später lehnte sich Puri auf dem Sofa in Raths schnöseligem Arbeitszimmer zurück und schlug die Beine übereinander. Die Bruderschaft traf sich zum ersten Mal, seit Vicious angeschossen worden war und bisher war die Sitzung etwas verkrampft verlaufen. Puri schielte zu Vicious. Der Bruder lehnte an der Flügeltüre und starrte vor sich hin. Oh ja, gebundene Vampire ohne ihre Partnerinnen waren leere Gefäße, nichts als Muskeln und Knochen, zusammengehalten von einer dünnen Haut. Doch wie um alles in der Welt hätte es langfristig zwischen den beiden funktionieren sollen? Menschliche Ärztin, Vampirkrieger, keine Schnittmenge. Raths Stimme machte sich bemerkbar. Vicious? Hey! Vicious! Ruckartig hob Vicious den Kopf. Du gehst heute Nachmittag zur Jungfrau der Schrift? Vicious Mund bewegte sich kaum wahrnehmbar. Ja. Du wirst einen Repräsentanten der Bruderschaft brauchen, um dich zu begleiten. Ich nehme an, das wird Batsch sein, richtig? Vicious warf einen Blick auf den Bullen, der auf einem kleinen blassblauen Sofa saß. Was dagegen? Batsch, der sich ganz offensichtlich Sorgen um seinen Freund machte, riss sich zusammen. Natürlich nicht. Was habe ich zu tun? Da Vicious keine Antwort gab, füllte Rath die Lücke. Das menschliche Äquivalent dazu wäre wohl der Trauzeuge bei einer Hochzeit. Heute geht ihr zur Besichtigung, dann kommt die Zeremonie, die findet morgen statt. Auf der anderen Seite, in der heiligen Marmonen Badekammer, wünschte sich Kormia, sie könnte aus ihrer Haut schlüpfen, was ein bisschen absurd war, weil diese doch so sorgfältig für den Primal vorbereitet worden war. Man hatte Kormia in ein Dutzend ritueller Bäder getaucht, hatte ihr das Haar gewaschen, und noch einmal, und noch einmal, hatte ihr Masken aus Rosenduftsalben auf das Gesicht gelegt, dann solche, die nach Lavendel dufteten, dann wieder andere aus Salbei und Hürzinten. Mit Ölen hatte man sie eingerieben, während gleichzeitig zu Ehren des Primals Räucherwerk brannte und Gebete gesungen wurden. Die ganze Prozedur hatte ihr das Gefühl gegeben, Teil eines zeremoniellen Buffets zu sein. Sie war ein Stück Fleisch, gut gewürzt, appetitlich angerichtet und für den Verbrauch zubereitet. Er wird zur vollen Stunde hier sein, sagte die Direktrice. Kormias Herz setzte einen Schlag aus, dann pochte es plötzlich wie wild. Der leicht benommene Zustand, hervorgebracht von dem ganzen Dampf und dem warmen Wasser, verflüchtigte sich, und ihr wurde schmerzlich und grausig bewusst, dass die letzten Augenblicke des Lebens, wie sie es immer gekannt hatte, bald vorüber sein würden. Die Gewänder sind hier, rief eine der Auserwählten aufgeregt. Kormia blickte über die Schulter. Durch goldene Türen schritten zwei ihrer Schwestern über den weißen Marmorboden auf sie zu, eine weiße Robe zwischen sich tragend. Das Kleidungsstück war mit Diamanten und Gold bestickt und es schimmerte im Kerzenlicht. Hinter ihnen brachte eine weitere Auserwählte ein Stück durchsichtigen Stoffs. Tritt mit dem Schleier vor, befahl die Direktrice, und verhüll sie damit. Das zarte Gewebe wurde über Kormias Kopf drapiert und es fiel auf sie mit dem Gewicht von tausend Felsbrocken herab. Die Welt versank im Nebel. Erhebe dich wies man sie an. Sie stand auf und musste sich abstützen. Ihr Herz schlug heftig gegen die Rippen, ihre Handflächen wurden feucht. Noch stärker wurde die Panik, als die schwere Robe von den beiden Schwestern aufgehalten wurde. Von hinten legte man das zeremonielle Kleid um sie, es krallte sich in ihre Schultern, umhüllte ihre Statur weniger, als es sie umklammerte. Es war, als stünde ein Riese hinter ihr, der sie mit schweren Pranken niederdrückte. Die Kapuze wurde über ihren Kopf gehoben und alles wurde schwarz. Zum Schluss wurde die Robe vorne zugeknöpft und Kormier versuchte nicht daran zu denken, wann und auf welche Weise diese Befestigung wieder gelöst wurde. Angestrengt atmete sie tief ein und aus. Frische Luft drang durch einige Löcher am Hals, aber das war nicht genug, nicht annähernd. Tränen stiegen auf und rollten über ihre Wangen, doch sie konnte ihr Gesicht nicht anfassen, um sie abzuwischen, also rannen sie ihr über den Hals und verloren sich in ihrem Gewand. Kapitel 12 In Caldwells Innenstadt, im nordöstlichen Winkel des Krankenhauskomplexes von St. Francis, legte Dr. Manuel Manello den Hörer auf seinem Schreibtisch auf, ohne eine Nummer gewählt oder einen Anruf entgegengenommen zu haben. Jetzt rutschte er auf seinem Ledersessel zurück und drehte sich zum Fenster um. Er hatte ein hübsches Büro, groß, sehr edel, Mahagoni Verkleidung und Orienteppiche. Der Thronsaal, wie er genannt wurde, diente seit fünfzig Jahren dem Chefarzt als Residenz. Seit drei Jahren hockte Manny schon in dieser Bude und wenn er jemals einen Augenblick Pause hätte, würde er das Zimmer sofort renovieren. Dieser ganze Spießerschick bescherte ihm regelmäßig Gänsehaut. Wieder dachte er an das bescheuerte Telefon und wusste, er würde sich einen Anruf nicht verkneifen können, den er lieber sein ließe. Es war einfach so verdammt schwach von ihm und genau so würde es auch rüberkommen, selbst wenn er seine übliche Macho-Arroganz raushängen ließe. Trotzdem würde er seinen Fingern im Endeffekt freien Lauf lassen. Gestern Abend hatte er Jane auf dem Handy angerufen, da er davon ausging, dass sie von ihrem Vorstellungsgespräch zurück sein müsste. Sie hatte nicht abgehoben. Dann hatte er sie heute Morgen angerufen. Nichts. Na schön. Wenn sie nichts von diesem verdammten Termin an der Columbia erzählen wollte, würde er eben direkt die Quelle anzapfen. Also rief er eben den dortigen Chefarzt an. Sein ehemaliger Mentor würde sich bestimmt nicht lange bitten lassen, ein paar Einzelheiten preiszugeben, so wie er ihn und wartete. Als das Klingeln unterbrochen wurde, gab er dem Angerufenen gar nicht erst die Gelegenheit, sich zu melden. Falchek, du räuberisches Sackgesicht! Ken Falchek lachte. Manello, wie du dich ausdrücken kannst! Vor allem als der Ältere von uns beiden bin ich schockiert! Also bei allem Respekt für Senioren, fuhr Manny fort, warum schmeißt du dich an meine Ärztin ran? Am Donnerstag rief ein Typ an und meinte, sie müsste den Termin verschieben. Ein unangenehmes Gefühl machte sich in Mannys Nacken breit, als hätte ihm jemand eine Ladung kalten Schlamm in den Kragen geklatscht. Bedächtig hielt er seine Stimme neutral. Der Kerl, der dich angerufen hat, wie hieß der? Keine Ahnung. Ich dachte mir, das muss ja Assistent sein oder so. Du warst es jedenfalls nicht. Deine Stimme kenne ich. Außerdem war der Mann höflich. Manny musste heftig schlucken. Okay, er musste diesen Anruf so schnell wie möglich beenden. Jane war wie vom Erdboden verschluckt und er musste sie unbedingt finden. Mit perfektem Timing steckte sein Assistent den Kopf zur Tür herein. Oh, Verzeihung. Nein, warten Sie, hör mal Vollcheck, ich muss Schluss machen. Er legte schon auf, während Ken sich noch verabschiedete und fing sofort an, Janes Festnetznummer einzutippen. Ich muss schnell einen Anruf. Dr. Whitcomb hat sich gerade krank gemeldet. Manny blickte vom Telefon auf. Haben Sie mit ihr gesprochen? Hat sie selbst angerufen? Sein Assistent warf ihm einen fragenden Blick zu. Natürlich, sie lag das ganze Wochenende mit Grippe flach. schwindelig war. Jane Whitcomb hatte ihn schon immer aus dem Konzept gebracht, aber diese zittrige Erleichterung darüber, dass es ihr tatsächlich gut ging, überraschte ihn doch. Er musste unbedingt etwas essen. Er trat sich innerlich selbst in den Hintern, stand wieder auf und klemmte sich einen Stapel Bewerbungen für Assistenzarztstellen unter den Arm, um sie beim Essen zu lesen. Dabei glitt etwas von seinem Schreibtisch auf den Boden. Er bückte sich danach und runzelte die Stirn. Es war der Ausdruck eines Fotos von einem Herzen mit sechs Kammern. Etwas flackerte durch seinen Hinterkopf, eine Art unruhiger Schatten, ein Gedanke am Rande der Vergegenständlichung, eine Erinnerung kurz vor der Manifestierung. Doch dann spürte er plötzlich einen scharfen, beißenden Schmerz in den Schläfen. Flurend überlegte er, wo zum Teufel dieses Foto hergekommen war und überprüfte Datum und Zeit unten auf dem Blatt. Er suchte in den Dateien seines Computers. Es gab kein solches Foto. Er blickte auf die Uhr. Keine Zeit weiter zu wühlen, denn er musste wirklich etwas essen, bevor er operierte. Als er sein Angeberbüro verließ, nahm er sich vor, heute Abend einen Hausbesuch zu machen, den ersten seiner beruflichen Karriere. Vicious zog sich eine weite schwarze Seidenhose und ein dazu passendes Oberteil an, das aussah wie eine Hausjacke aus den Vierzigern. Mit dem verwünschten Primals Amulett um den Hals verließ er sein Zimmer und zündete sich eine Zigarette an. Auf dem Weg über den Flur hörte er Batsch im Wohnzimmer schimpfen, die ausgedehnte, durch die Zähne ausgestoßene Litanei durchsetzt von diversen S-Worten und einer interessanten Variante von A-Loch, die sich Vicious unbedingt merken musste. Vicious fand seinen Kumpel auf der Couch, Marissas Laptop böse anfunkelnd. Was ist los, Bulle? Ich glaube, die Festplatte hat sich gerade verabschiedet. Batsch hob den Kopf. Du lieber Himmel, du siehst aus wie Hugh Hefner. Sehr witzig. Batsch zuckte zusammen. Sorry, entschuldige, Vicious, es tut, halt die Klappe und lass mich mal ran. Vicious nahm Batsch den Laptop vom Schoß und machte einen schnellen Wartungscheck. Tod. Ich habe im Vorratsschrank vor Raths Arbeitszimmer vier nagelneue PCs deponiert. Ich würde dir einen einrichten, aber ich muss los. Danke, Mann, und ich mache mich jetzt sofort fertig, um dich zu begleiten. Du musst nicht mitkommen, aber ich lasse dich nicht im Stich. Das hat doch mit im Stichlassen nichts zu tun. Vicious spazierte zum Tischkicker und drehte an einer der Stangen. Als die Reihe kleiner Fußballer rückwärts saltos schlug, seufzte er. Es ist fast, ich weiß auch nicht, wenn du dabei bist, dann kommt es mir zu verdammt real vor. Also möchtest du lieber jemand anderen zu deiner Unterstützung dabei haben. Vicious starrte ins Leere. Ja, ja, ich glaube, ich möchte lieber einen anderen. In dem kurzen Schweigen, das folgte, bekam Batsch den Gesichtsausdruck von jemandem, der einen zu heißen Teller in der Hand hält. Tja, also, Hauptsache du weißt, dass ich für dich da bin, egal was passiert. Keine Sorge, ich und wog kurz seine Optionen ab. Er wählte. Als Puri abhob, sagte Vicious, was dagegen, mich heute zu begleiten? Batsch kommt nicht mit. Ja, hm? Danke, Mann. Er legte auf. Vielleicht war das eine merkwürdige Konstellation, weil die beiden sich einander nie sonderlich nahe gestanden hatten. Aber andererseits ging es genau darum. Puri springt ein, kein Problem. Ich mache mal schnell einen Abstecher in sein Zimmer. Vicious, stell du nur schon mal den Wodka kalt, danach werde ich einen kräftigen Schluck brauchen. Kapitel 13 Als Vicious und Puri zusammen die andere Seite erreichten, nahmen sie in einem von einem weißen Bogengang aus korinthischen Säulen umgebenen weißen Innenhof Gestalt an. In der Mitte des Hofs befand sich ein Marmorspringbrunnen, der kristallklares Wasser in ein tiefes weißes Becken plätschern ließ. In einer Ecke stand ein weißer Baum mit weißen Blüten, ein Schwarm regenbogenfarbener Singvögel hatte sich dort versammelt, wie Zuckerstreusel auf einem Kuren. Das liebliche Rufen der Finken und Meisen harmonierte mit dem sanften Klingen des Brunnens, als hätten beide Melodien dieselbe Tonart der Freude. Krieger? Die Stimme der Jungfrau der Schrift ertönte in ihrem Rücken und Vicious Haut zog sich über seinen Knochen zusammen wie angeschmortes Plastik. Kniet nieder und ich werde euch begrüßen. Vicious befahl seinen Knien sich zu beugen und nach einem kurzen Zögern knickten sie ab wie die rostigen Beine eines Klapptischs. Wohingegen Puri nicht unter einem Anfall plötzlicher Steifheit zu leiden schien, sondern geschmeidig hinsank. Andererseits musste er sich auch nicht vor einer Mutter, die er verachtete, beugen. Puri, Sohn des Agony, wie ist dein Befinden? Es geht mir gut, denn ich stehe vor euch mit Reinheit und Hingabe des Herzens. Die Jungfrau der Schrift gluckste. Eine gebührende Antwort in gebührender Form. Sehr schön von dir und sicherlich mehr, als ich von meinem Sohn zu erwarten habe. Ihr werdet mir jetzt folgen. Die Jungfrau der Schrift führte sie zu dem Bogengang über den Marmor gleitend, ohne ein Geräusch oder auch nur eine sichtbare Bewegung. Die drei gingen weiter durch die Arkade zu einer goldenen Flügeltür, durch die Vicious noch nie getreten war. Sie war massiv und mit einer frühen Version der alten Sprache verziert. Die Türen öffneten sich ohne Äußeres Zutun und gaben den Blick frei auf eine prachtvolle Idylle. Abgesehen davon, dass alles weiß war, erinnerte es ihn an den typischen Campus einer amerikanischen Elite-Universität mit neoklassizistischen Gebäuden, weit ausgedehnt über sanfte Hügel, milchigem Gras und schneeweißen Eichen und Ulmen. Ein Läufer aus weißer Seide war ausgelegt worden und Vicious und Puri liefen weiter, während die Jungfrau der Schrift etwa dreißig Zentimeter darüber schwebte, wie ein Gespenst. Die Luft hatte die perfekte Temperatur und war so vollkommen still, dass man keinerlei Regung auf der nackten Haut spürte. Als sie einen Hügel erklommen, entdeckten sie unter sich ein Amphitheater und die Auserwählten. Ach, du lieber Himmel! Die etwa vierzig Frauen waren alle in identische weiße Roben gekleidet, das Haar war aufgesteckt, an den Händen trugen sie Handschuhe. Alle Haarfarben waren vertreten, von blond über brinett bis hin zu rot, doch wegen ihrer großen, schlanken Statur und den einheitlichen Gewändern sahen sie alle aus wie ein und dieselbe Person. In zwei Gruppen aufgeteilt aufgeteilt, säumten sie beide Seiten des Amphitheaters und präsentierten sich in einem Dreiviertel Winkel den rechten Fuß leicht ausgestellt. Tretet vor, befahl die Jungfrau der Schrift. Die Besichtigung wartet. Oh Gott! Wieder blieb ihm die Luft weg. Da landete Puri's Hand auf seiner Schulter. Brauchst du eine Minute Pause? Von wegen Minute? Er bräuchte Jahrhunderte, wobei selbst wenn er so viel Zeit hätte, am Ergebnis würde sich nichts ändern. Sie brauchten mehr Krieger in der Bruderschaft, dachte er, als er weiterlief. Unten im Theater stand nur ein einziger Stuhl, ein Goldener, einem Thron ähnlich, der ganz nah am Rand der Bühne platziert worden war. Von seinem erhöhten Blickwinkel aus stellte Vicious fest, dass der Hintergrund, den er als glatte weiße Wand wahrgenommen hatte, in Wirklichkeit ein riesiger weißer Samt Vorhang war, der so unbewegt hing, als wäre er aufgemalt. Setz dich, sagte die Jungfrau der Schrift. Vicious gehorchte widerwillig und Puri schlug hinter dem Thron Wurzeln wie ein Baum. Die Jungfrau der Schrift schwebte nach rechts und nahm eine Position seitlich der Bühne ein. Fahrt fort, rief sie knapp. Der Vorhang teilte sich in der Mitte und zog sich dann zu beiden Seiten zurück. Sichtbar wurde eine Frau, die von Kopf bis Fuß in reich geschmückte Gewänder gehüllt war. Flankiert von zwei ihrer Schwestern hielt sich seine zukünftige in einem merkwürdigen Winkel. Oder vielleicht stand sie auch gar nicht von allein. Götiger. Es aufrechtgestellt worden war, wie ein aufgespießter Schmetterling. Sie wurde nach vorn gerollt und man konnte erkennen, dass sie tatsächlich festgebunden war. Um ihre Oberarme lagen Bänder, die mit zu ihrer Robe passenden Juwelen getarnt waren und die sie aufrecht hielten. Musste wohl zur Zeremonie gehören. Denn was da unter diesem Gewand steckte, war nicht nur für die Präsentation und die darauf folgende Vereinigungszeremonie vorbereitet worden, sondern zweifellos auch entzückt, die Nummer eins aller Frauen zu werden. Die erste Auserwählte des Primals genoss besondere Rechte und er konnte sich ungefähr ausmalen, wie fantastisch das Leben für sie sein würde. Obwohl das vielleicht unfair war, hasste er das, was sich unter all der Pracht befand aus tiefster Seele. Die Jungfrau der Schrift nickte und die Auserwählten zu beiden Seiten seiner zukünftigen begannen, das Gewand zu lösen. Während sie ihrer Aufgabe nachgingen, schwappte eine Welle von Energie durch die Stille des Amphitheaters, der Höhepunkt jahrzehntelangen Wartens der Auserwählten darauf, dass die alten Gebräuche wiederbelebt würden. Ohne jegliches Interesse beobachtete Vicious, wie die schwere Robe abgenommen wurde und eine überwältigend schöne weibliche Gestalt, gekleidet in ein hauchdünnes Gewand zum Vorschein kam. Das Gesicht seiner zukünftigen blieb unter der Kapuze verhüllt, wie es der Traditionen sprach, denn es war nicht sie allein, die dem Primal übergeben wurde, sondern alle Auserwählten. Gereicht sie dir zum Gefallen? fragte die Jungfrau der Schrift trocken, als wüsste sie genau, dass diese Vampirin äußerste Vollkommenheit darstellte. Geht schon. Ein unruhiges Murmeln erhob sich unter den Auserwählten, wie eine kühle Brise, die durch steifes Schilfruhr fuhr. Vielleicht möchtest du deine Wortwahl neu überdenken? zischte die Jungfrau der Schrift. Sie ist in Ordnung. Nach einer unangenehmen Pause trat eine Auserwählte mit Räucherwerk und einer weißen Feder vor. Während sie sang, wedelte sie Rauch über die Gestalt, vom verhüllten Kopf bis zu den bloßen Füßen, umkreiste sie einmal für die Vergangenheit, einmal für die Gegenwart und einmal für die Zukunft. Das Ritual schritt fort und Vicious runzelte die Stirn und beugte sich vor. Die Vorderseite des hauchzarten Gewandes war nass. Wahrscheinlich durch die Öle, mit der man sie für ihn vorbereitet hatte. Er lehnte sich wieder zurück. Mist! Er hasste die alten Gebräuche, hasste diese ganze verfluchte Prozedur. Unter der Kapuze befand sich Kormia in einem Zustand der Verzweiflung. Die Luft, die sie einatmete, war heiß und feucht und erstickend, schlimmer noch als gar keine. Ihre Knie waren so nachgiebig wie Grashalme, die Handflächen triefend nass. Ohne die Bänder wäre sie in sich zusammengesackt. Als sie Hände auf ihrem Gewand gespürt hatte, welche die goldenen Schleifen lösten, hatte sie geweint ob der Schändung durch den Blick eines Fremden auf ihre eigenen Haut. Dann war die Robe zur Seite gezogen worden und sie hatte eine Kühle auf der Haut gespürt, was keineswegs eine Erleichterung von dem Gewicht bedeutete, das vorher auf ihr gelastet hatte. Wie sollte sie die Vereinigung überleben, geschweige denn, die ehrwürdigen Auserwählten währenddessen gebührend vertreten. In der Badekammer hatte die Direktrice erbarmungslose Worte gefunden, um zu beschreiben, auf welche Weise Kormier ihnen allen Schande brächte, sollte sie sich nicht mit der angemessenen Würde verhalten. Wieder hörte Kormier die Jungfrau der Schrift das Wort ergreifen. »Vicious, deinem Bruder wurde noch kein Blick gewehrt. Puri, Sohn des Agony, du musst die angebotene Auserwählte als Zeuge des Primals begutachten.« Kormier zitterte. Der Blick eines weiteren unbekannten Mannes auf ihrer Gestalt flößte ihr Furcht ein. Sie fühlte sich unrein. Puries Blick war starr auf den Rücken des goldenen Throns geheftet und da sollten seine Augen eigentlich auch bleiben, wenn es nach ihm ginge. Diese ganze Sache war falsch, völlig falsch. Puri, Sohn des Agony? Die Art und Weise, wie die Jungfrau der Schrift seines Vaters Namen aussprach, klang, als ruhte das gesamte Gewicht seiner Abstammungslinie darauf, ob Puri brav im Programm weitermachte. Er hob den Blick zu der Frau. Jeder Einzelne seiner geistigen Prozesse kam knirschend zum Stillstand. Sein Körper war es, der reagierte, übergangslos. Er schwoll in seiner Seidenhose an. Die Erektion war so schnell da wie ein Atemzug, obwohl er sich dafür in Grund und Boden schämte. Wie findest du sie, Krieger? Exquisit. Das Wort kam einfach aus seinem Mund. Dann fügte er hinzu, würdig der holdesten Tradition der Auserwählten. Ah, nun, das ist die ungeziemende Antwort. Da die Anerkennung gewährt wurde, erkläre ich diese Frau zur Wahl des Primals. Vollendet ihre Duftreinigung. Aus dem Augenwinkel nahm Fury wahr, dass zwei Auserwählte mit Stöcken kamen, die rauchige weiße Spuren hinter sich herzogen. Während sie mit ihren kristallklaren Stimmen zu singen begannen, atmete er tief ein, durchsiebte den blühenden Garten weiblicher zukünftigen. Das musste ihrer sein, denn es war der einzige weit und breit, der blankes Entsetzen ausdrückte. Stopp die Zeremonie, forderte Vicious mit harter Stimme. Der Kopf der Jungfrau der Schrift wandte sich ihm zu. Sie werden sie beenden. Oh nein, das werden sie nicht. Der Bruder stand von seinem Thron auf und marschierte auf die Bühne. Offenbar hatte auch Erringduft aufgeschnappt. Als er näher kam, quiekten die Auserwählten bestürzt und brachen aus ihren Reihen aus. Der Anblick der aufgeregt umherlaufenden Frauen und ihrer flatternden weißen Roben erinnerte Puri an einen Stapel Papierservietten bei einem Picknick, die einfach weggeweht werden und hilflos über die Wiese taumeln, nur dass das hier kein Sonntagnachmittag im Park war. Rasch zerrte Vicious die schwere Robe seiner zukünftigen vorne wieder zusammen, dann riss er die Haltebänder ab. Als sie zusammensackte, hielt er sie am Arm fest und stützte sie. Puri, wir treffen uns zu Hause. Ein Wind erhob sich mit Macht, eine Böe, die der Jungfrau der Schrift entströmte, doch wisch es dich nicht zurück, konfrontierte seine Mutter. Er hielt die Arme Auserwählte in einem gnadenlosen Griff fest. Mit hasserfüllter Miene betrachtete er die Jungfrau der Schrift. Puri, verzieh dich gefälligst! Obwohl Puri normalerweise immer darauf bedacht war, Frieden zu schaffen, hütete er sich in diese Art von Familienstreit einzugreifen. Er konnte nur beten, dass sein Bruder nicht in einer Urne zurückkommen würde. Bevor er ging, warf er einen letzten Blick auf die verhüllte Gestalt der Auserwählten. Vicious hielt sie jetzt mit beiden Händen fest, da sie offenbar in Ohnmacht gefallen war. Du lieber Himmel! Was für eine Katastrophe! Dann drehte er sich um und rannte über den weißen Seidenläufer zurück in den Innenhof. Nächster Halt Wraths Arbeitszimmer. Der König musste erfahren, was hier los war. Obwohl der größte Teil der Geschichte ganz offenbar noch ausstand. Kapitel Als Kormier wieder zu sich kam, lag sie flach ausgestreckt auf dem Rücken, noch immer in die Robe gekleidet, die Kapuze über dem Kopf. Auf dem Brett, an das man sie geschnallt hatte, befand sie sich jedoch nicht mehr. Willst du was davon ausziehen? hörte sie eine harte männliche Stimme. Furcht kroch ihr den Rücken empor. Gnädige Jungfrau, er war hier geblieben. Hör mal, ich nehme dir mal die Kapuze ab, damit du besser Luft bekommst, okay? Sie wurde völlig reglos, als sie seine Hände auf sich spürte. Sicherlich würde er sie schlagen. Doch er lockerte nur die beiden obersten Schleifen und hob die Kapuze an. Süße, reine Luft traf durch den dünnen Schleier auf ihr Gesicht. Ein Luxus wie Nahrung für den Hungrigen. Doch sie konnte nicht viel davon aufnehmen. Von Kopf bis Fuß war sie stocksteif, die Augen zugepresst, der Mund zu einer Grimasse verzogen, da sie sich innerlich für das wappnete, was auch immer ihr nun bevor stünde. Mach die Augen auf! Seine Stimme klang befehlend. Zaghaft hob sie die Lieder und blinzelte einige Male. Sie lag auf der Bühne des Amphitheaters, emporführte. Schwere Schritte traten heran, und da war er, über ihr ragend, größer als jedes Lebewesen, das sie bislang erblickt hatte, die hellen Augen und das harte Gesicht so kalt, dass sie schauderte. Wie heißt du? Durch ihre zugeschnürte Kehle hauchte sie auserwählte. Das bist du, fauchte er. Ich will wissen, wie du heißt. Deinen Namen Kormia. Jetzt hör mir mal zu. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kormia. Bist du? Ihre Stimme versagte. Sie wusste nicht, ob sie ihm eine Frage stellen durfte, aber sie musste es einfach wissen. Bist du ein Gott? Seine schwarzen Augenbrauen senkten sich tief über die weißen Augen. Um Himmels Wellen nein. Aber wie konntest du dich dann der Jungfrau der Schrift widersetzen? Als seine Miene sich verfinsterte, beeilte sie sich um Verzeihung zu bitten. Bitte, ich wünschte euch nicht zu beleidigen. Schon gut. Sag mal Kormia, du hast keine Lust auf diese Vereinigung mit mir, oder? Da sie keine Antwort gab, verzog sich sein Mund ungeduldig. Jetzt komm schon, sprich mit mir. Sie klappte den Mund auf. Nichts kam heraus. Nun blieb er stehen und beugte sich über sie. Verflucht, für was hältst du mich eigentlich? Für ein Monster? Ich habe noch nie einen Mann gesehen, platzte sie heraus. Das verschlug ihm die Sprache. Jane wachte nur auf, weil sie ein Garagentor quietschen hörte. Das hohe Geräusch kam aus dem Nebengebäude. Sie drehte sich um und sah auf den Wecker. Fünf Uhr nachmittags. Sie hatte fast den ganzen Tag verschlafen. Naja, mehr oder weniger verschlafen. Größtenteils war sie in einer bizarren Traumlandschaft gefangen gewesen, in der die quälenden Bilder nur halb gegenständlich und verschwommen waren. Ein Mann spielte darin eine Rolle, ein großer Mann, den sie gleichzeitig als Teil von sich und als extrem fremd empfand. Sein Gesicht hatte sie nicht erkennen können, doch seinen Geruch kannte sie. Dunkle Gewürze ganz nah in ihrer Nase um sie herum auf ihrem ganzen Körper. Wieder flammte dieser massive Kopfschmerz auf und sie ließ das, an was sie gerade dachte, fallen wie einen heißen Schürhaken, den sie am falschen Ende angefasst hatte. Glücklicherweise ließ der Schmerz hinter den Augen schnell nach. Beim Klang eines Motorengeräuschs hob sie den Kopf. Durch das Fenster neben dem Bett sah sie einen Minivan rückwärts in die Einfahrt setzen. Nebenan war jemand neu eingezogen und sie hoffte inständig, dass es keine Familie war, auf schreiende Kinder konnte sie gut verzichten. Beim Aufsetzen fühlte sie sich miserabel, völlig fertig. In ihrer Brust spürte sie ein schmerzhaftes Ziehen und sie glaubte nicht, dass es etwas mit den Muskeln zu tun hatte. Duschen war eine Tortur. Zum Teufel! Allein schon ins Badezimmer zu kommen war Schwerstarbeit. Die gute Nachricht war, dass das Einseifen und Abwaschen sie etwas belebte und ihr Magen war dem Gedanken an Nahrung nicht länger völlig abgeneigt. Sie ließ die Haare von selbst trocknen, ging nach unten und setzte Kaffee auf. Hoffentlich würde Captain Koffein sie wieder zum Menschen machen. Beim ersten Schluck wünschte sie sich jedoch, sie hätte heiße Schokolade gemacht. Das undeutliche Bild eines Mannes im selben Moment, als sie ein schneidender Schmerz in den Kopf schoss und die wackelige Vision abbrach, klingelte es an der Tür. Sie rieb sich den Nasenrücken und warf einen Blick in den Flur. Ihr war ja so überhaupt nicht nach Gesellschaft im Augenblick. Wieder klingelte es. Mühsam zwang sie sich auf die Füße, schlurfte zur Wohnungstür. Wenn das die Zeugen Jehovas wären, dann könnten die sich aber auf was Manello? Ihr Chef stand vor der Tür, als gehörte er dort auf die Fußmatte. Über seinem OP-Kittel und den Gummiklocks trug er einen edlen Wildledermantel, der das gleiche satte Braun hatte wie seine Augen. Sein Porsche blockierte die halbe Einfahrt. Ich wollte mal nachsehen, ob du tot bist. Jane musste lächeln. Meine Güte, Manello, du bist so ein Romantiker. Du siehst schlimm aus. Und jetzt auch noch Komplimente, hör auf, ich werde gleich rot. Ich komme jetzt rein. Natürlich, murmelte sie und trat beiseite. Also, sag schon, wie geht es dir, Whitcomb? In Manellos Miene war keine Emotion zu erkennen, als er sie ansah, aber seine Augen brannten und sie musste an ihre letzte Unterhaltung denken, in der er ihr mitgeteilt hatte, was er für sie empfand. Kopf, stöhnte Jane. Sanft nahm Manello ihre Handgelenke und zog ihr die Hände vom Gesicht. Ich will nur mal deine Pupillen überprüfen. Leg den Kopf in den Nacken. Jane gab auf, gab einfach auf und ließ sich auf die Couch fallen. So furchtbar habe ich mich seit Jahren nicht mehr gefühlt. Mit Daumen und Zeigefinger schob Manny vorsichtig die Lider an einem Auge zurück und hob eine kleine Stablampe. Sie versuchte zu blinzeln, als er den Strahl in ihr Auge richtete, aber er ließ sie nicht. Mach das den Kopfschmerz schlimmer? fragte er und wandte sich der linken Seite zu. Aber nein. Er schaltete die Lampe aus und steckte sie zurück in die Brusttasche seines Kittels. Die Pupillen reagieren normal. Wortlos nahm ihr Handgelenk, legte den Finger auf den Puls und hob seine Rolex. Muss ich bei dieser Untersuchung was zuzahlen? fragte sie. Schst! Es war komisch, wie eine Patientin behandelt zu werden und nicht reden zu dürfen, machte die Sache noch schlimmer. Ein dunkles Zimmer, ein Mann in einem Bett, sie sprach, sprach über Schädel und sie musste nach Luft schnappen. Verdammt noch mal! Manello ließ ihr Handgelenk los und befühlte ihre Stirn. Du bist gar nicht heiß. Dann legte er seine Hände seitlich auf ihren Hals unmittelbar unter den Kiefer. Deine Drüsen scheinen auch nicht geschwollen zu sein. Seine Finger wanderten über den Hals nach unten, bis Jane leicht zusammenzuckte und er den Kopf schief legte. Was zum Henker ist das denn? Was? Da ist ein blauer Fleck oder sowas. Moment mal, was hat dich denn gebissen, Gott verdammt? Sie hob die Hand. Ach das, keine Ahnung, was das ist. Forschend tastete er ihren Hals über dem Schlüsselbein ab. Ja, hier auch keine Schwellung. Ich sage es dir ja nur ungern, aber du hast keine Grippe. Eine lange Stille folgte, während der sie bemerkte, dass seine Hände auf ihren Knien lagen, und er war immer noch ganz nah bei ihr, über sie gebeugt. Sie hob den Blick. Manuel Manello sah sie nicht wie ein Arzt an, sondern wie ein Mann, dem sie etwas bedeutete. In Zeitlupe kam er näher und strich ihr das Haar zurück. Jane, was? Lässt du Ort kommen. Betrachte es als gefallen für mich. Ich könnte mir nie verzeihen, wenn etwas nicht in Ordnung wäre und ich nicht nachgeforscht hätte. Ach, scheiße. Okay, von mir aus, aber ich brauche Kai... Danke. Eine kurze Pause entstand, und dann beugte er sich vor und küsste sie auf den Mund. Kapitel 15 Auf der anderen Seite starrte Vicious Kormia unverwandt an und wollte sich am liebsten selbst in den Fuß schießen. Nach ihrer zittrigen Enthüllung, dass sie noch nie zuvor einen Mann gesehen hatte, fühlte er sich hundeelend. Natürlich hatte er sie zu Tode erschreckt. Er war davon ausgegangen, dass sie scharf auf ihn wäre. Stattdessen ging es ihr kein bisschen besser als ihm. Mit wie erhoffte sanfterem Tonfall fragte er »Willst du diese« er Einigung?« Sie hob die Hände vors Gesicht, die schweren Falten der Robe rutschten ihr über die dünnen Arme hinab in die Ellbogenbeuge. Mit kläglicher Stimme entgegnete sie »Ich werde tun, was ich muss, zum Wohle des Ganzen.« Tja, das war wohl für sie beide die Erkennungsmelodie. »Genau wie ich«, murmelte er. Keine von ihnen sagte ein weiteres Wort, und er wusste nicht, was er tun sollte. Unvermittelt drehte er den Kopf herum, sie waren nicht allein. »Du da, hinter der Säule, komm raus, sofort!« Eine Auserwählte trat in ihr Blickfeld, den Kopf geneigt, den Körper unter dem traditionellen weißen Wickelgewand angespannt. Siehe, zum Trost kam ich, gab die Auserwählte sanft zurück. »Wer heißt du?« Auserwählte. »Verflucht noch mal!« Als sowohl sie als auch Kormia vor Schreck einen Satz machten, zwang er sich, seinen Jezorn zu zügeln. »Wie ist dein Name?« »Amalia. Gut, dann Amalia. Ich möchte, dass du dich um sie kümmerst, bis ich zurück bin. Das ist ein Befehl. An Kormia gewandt, sagte er, wir sehen uns in zwei Tagen. Ohne sich noch einmal umzusehen, lief er die Anhöhe hoch. Im Innenhof der Jungfrau der Schrift angekommen, sprach ihr ein Stoßgebet, dass sie ihr nicht in die Arme liefe, und dankte Gott, dass sie nicht da war. Unter den wachsamen Augen der Singvügel stürzte er sich zurück in die reale Welt, aber nicht zum Anwesen der Vampire, sondern er ging schnurstracks dahin, wo er nichts verloren hatte. Gegenüber von Janes Wohnung nahm er Gestalt an. Es war eine kalte Nacht und seine Zeremonien Montur war dünn, aber das interessierte ihn nicht. Er war so betäubt und kaputt, er hätte auch nackt im Schneeregen stehen können, ohne es zu bemerken. Was wird das denn? Da stand ein Auto in der Einfahrt, ein Porsche Carrera 4S, derselbe, den Zedist hatte, nur, dass der von Zedist Eisengrau war und das Teil hier Silberfarben. Eigentlich hatte Vicious nicht vorgehabt, näher als auf die gegenüberliegende Straßenseite zu kommen, aber der Plan landete im Müll, als er einatmete und den Geruch eines Mannes aus dem Cabrio aufnahm. Es war dieser Arzt, der damals im Krankenhaus den Don Juan gespielt hatte. Vicious materialisierte sich neben dem Ahorn in Janes Vorgarten und blickte durchs Küchenfenster. Die Kaffeemaschine war an. Zucker stand auf der Ablage zwei Löffel. Nein, nicht das, verdammt nochmal, nicht das. Vom Rest der Wohnung konnte Vicious nicht besonders viel erkennen, deshalb trabte er um die Ecke, seine nackten Füße schrien auf, als sie auf vereiste Schneereste trafen. Als er das rückwärtige Fenster erreichte und einen Blick ins Wohnzimmer werfen konnte, sah er den Tod eines anderen so deutlich vor sich, als hätte er den Mord in Echtzeit begangen. Dieser Mensch, dieser Arzt lag auf den Knien und drückte sich ganz nah an Jane, die auf dem Sofa saß. Der Kerl hatte eine Hand auf ihrem Gesicht liegen, die andere auf ihrem Hals und war mit ihrem Mund beschäftigt. Vicious setzte sich in Bewegung ohne nachzudenken. Übrig blieb nichts als der brüllende männliche Instinkt eines gebundenen Vampirs, während er zur Terrassentür stürmte, bereit zu töten. Aus dem Nichts tauchte Batsch vor ihm auf und vereitelte die Attacke, indem er ihn um die Talie packte und ihn von dem Haus wegschleifte. Ein gefährliches Manöver. Wenn man nicht gerade ein Bulldozer war, sollte man sich tunlichst nicht zwischen einen gebundenen Vampir und das Zielobjekt seiner Aggression stellen. Vicious Angriffs Instinkt verschob postwendend den Fokus. Er fletschte die Fänger, schwenkte ab und donnerte seinem teuersten Freund einen Schlag seitlich auf den Kopf. Sofort ließ der ihre Vicious los, zog die Faust zurück und landete einen schwungvollen Haken unter Vicious Kinn. Als dessen Kiefer unter die Schädeldecke knallte und sein Gebiss ein Halleluja trällerte, fing er Feuer wie eine trockene Wiese, er brannte sofort lichterloh. Ein Mies, du Penner, zischte Batsch, schmeiß gefälligst erst ein Mies über uns, bevor wir das austragen. Vicious ließ sich nicht zweimal bitten, und dann legten die beiden los, ohne Rücksicht, ohne Regeln. Das Blut spritzte ihnen aus Nasen und Mündern, während sie einander die Seele aus dem Leib rügelten. Als es endlich vorbei war, lagen er und der Ex-Kopp nebeneinander flach auf dem Rücken, die Brustkörbe hoben und senkten sich, der Schweiß trocknete weniger, als er gefror. Vicious hustete etwas. Ich brauche eine Kippe und ich einen Eisbeutel und Desinfektionsspray. Vicious rollte sich auf die Seite, spuckte ein bisschen Blut aus und ließ sich dann wieder in seine Ausgangsposition fallen. Mit dem Handrücken wischte er sich über den Mund. Woher wusstest du, wo ich war? Wo solltest du denn sonst hin? Puri kam allein zurück und erwähnte, die Sache da drüben aus dem Ruder gelaufen ist, also dachte ich mir, dass du bestimmt hier landen würdest. Fluchend ließ Butch sein Schultergelenk knacken. Vicious betrachtete das Fenster im oberen Stockwerk und konnte sich nicht entscheiden, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war, dass kein Licht brannte. Er ist weg, verkündete Butch. Vicious stieß die Luft aus wie ein angestochener Reifen, dann aber wurde ihm klar, dass er nur eine Gnadenfrist bekommen hatte. Früher oder später käme Jane vermutlich mit diesem Arzt zusammen. Er hob kurz den Kopf und ließ ihn wieder zurück auf den gefrorenen Rasen knallen. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, ich kann nicht ohne sie leben. Hast du eine Wahl? Nein, dachte er, überhaupt keine Wahl. Geh nach Hause, Butch. Ich mache schon keinen Blödsinn. Keinen noch größeren Blödsinn meinst du? Haarspalterei! Butch holte tief Luft und wartete ab. Dann sehen wir uns also später in der Höhle? Genau, Vicious erhob sich. Ich komme dann später. Jane drehte sich im Bett um, von ihren Instinkten geweckt. Jemand war im Zimmer. Wer ist da? Keine Antwort, aber sie war definitiv nicht allein. Sie wünschte, sie hätte sich nicht nackt ins Bett gelegt. Wer ist da? Nichts, nur das Geräusch ihres eigenen Atems. Sie krallte die Hände fest um die Bettdecke und atmete tief ein. Eine Güte. Da lag ein wundervoller Duft im Raum, üppig und leidenschaftlich, sinnlich und besitzergreifend. Erneut holte sie Luft und ihr Gehirn flimmerte. Sie erkannte den Geruch, er gehörte zu einem Mann, nein, das war mehr als ein Mann. Ich kenne dich. Unvermittelt erwärmte sich ihr Körper, er blühte, doch dann traf sie ein Stich ins Herz, ein Schmerz, der so heftig war, dass sie keuchte. Oh Gott, du! Das Kopf wehkehrte zurück, zermalmte ihren Schädel, mit einem Stöhnen griff sie sich an den Kopf, bereitete sich auf stundenlange Quälerei vor, doch fast sofort schwand der Schmerz. Eine Decke von Schlaf legte sich über sie, umhüllte sie, beruhigte sie. Unmittelbar danach berührte eine Männerhand ihr Haar, ihr Gesicht, ihren Mund. Seine Wärme und Liebe heilten den bodenlosen Abgrund in ihrer Brust. Es war, als hätte ihr Leben einen Totalschaden gehabt, aber nun wurden die Teile wieder zusammengesetzt, der Motor repariert, die Stoßstange neu befestigt, die zerbrochene Windschutzscheibe ersetzt. Als er ihre Hand losließ, schrie sie leise auf und reckte den Arm. Die Decke raschelte und kalte Luft strömte herein zusammen mit einem riesenhaften männlichen Körper. Verzweifelt heftete sie sie an die Wärme und vergrub das Gesicht an einem Hals, der nach diesen dunklen Gewürzen roch. Kräftige Arme legten sich um sie und hielten sie fest. Als sie noch näher kam, spürte sie eine Erektion. In ihrem Traum handelte Jane rasch und entschlossen, als hätte sie alles Recht der Welt zu tun, was sie eben tat. Sie schob ihre Hand zwischen sich und den Mann und umklammerte das harte Glied. Sie wurde auf den Rücken geworfen, dann wurden ihre Beine gespreizt, eine schwere Hand legte sich auf ihre Mitte. Sie kam sofort, bäumte sich von der Matratze auf, schrie. Noch bevor die Empfindungen verebbt waren, wurde die Decke vom Bett gezerrt und ein Mund fand den Weg zwischen ihre Beine. Sie klammerte sich an dichtes, üppiges Haar und ergab sich dem, was mit ihr geschah. Während sie ihren zweiten Orgasmus hatte, zog er sich zurück. Man hörte Klamotten rascheln und dann? Jane fluchte, als sie fast bis zur Schmerzgrenze ausgefüllt wurde, aber sie liebte es, besonders als ein Mund sich auf ihre Lippen legte und die Erektion in ihr anfing, sich zu bewegen. Sie klammerte sich an einen starken Rücken und folgte dem Rhythmus. Mitten in ihrem Traum hatte sie den Flüchtigen Gedanken, dass sie genau darum getrauert hatte. Dieser Mann war die Ursache des Schmerzes in ihrer Brust, beziehungsweise sein Verlust war es. Vicious wusste, dass es falsch war, was er tat. Der Sex lief auf Diebstahl hinaus, denn Jane wusste nicht wirklich, wer er war, aber er konnte nicht aufhören. Er küsste sie fordernder, bewegte sich machtvoller in ihr. Sein Orgasmus kam angedonnert wie ein Feuersturm, eine Hitzewelle, die ihn mit einem Brennen verzehrte, das erst nachließ, als sein Schwanz zuckte und sich in ihr ergoss. Sie kam gleichzeitig mit ihm, molk ihn, dehnte die Empfindungen aus, bis er erschauerte und reglos auf ihr erschlaffte. Dann stützte er sich auf und betrachtete ihre geschlossenen Augen, versetzte sie in einen noch tieferen Schlaf. Sie würde glauben, das alles wäre nur ein erotischer Traum gewesen, eine verlockende Fantasie. Sanft zog sich Vicious aus ihrem Körper heraus und glitt vom Bett. Während er die Decke glatt strich und seine Seidenhose hochzog, kam er sich vor, als hobelte er seine eigene Haut ab. Er bückte sich und drückte ihr die Lippen auf die Stirn. Ich liebe dich. Für immer. Kapitel 16 Um Mitternacht lag John auf dem Bett und starrte die Zimmerdecke an. Mann, dieses Gespräch mit Sadist schwebte die ganze Zeit über ihm. Wenn er nicht erfolgreich wäre, dann hieß das, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Zaghaft legte John seine Hand auf seinen Brustkorb, fühlte, wie die Lungen sich ausdehnten und wieder zusammenzogen. Sein Herz klopfte heftig. Mit zusammengekniffenen Augen schob er die Hand tiefer auf dieses Pochen zu, dass praktisch mit ihm redete, so laut war es. Das ganze Ding lächzte nach Berührung, bettelte darum, sich zu entladen. Und darunter? Seine Eier waren so prall, dass er das Gefühl hatte, sie könnten jeden Moment durch den Druck platzen. Er musste es tun und nicht nur, um sich zu überzeugen, dass alles ordnungsgemäß funktionierte. Der Drang nach Erleichterung war schon jenseits eines leichten inneren Ziehens und bei regelrechtem Schmerz angelangt. Er erreichte seinen Bauch und schob die Hand noch weiter nach unten. Seine Haut war warm und glatt und unbehaart und dehnte sich über harten Muskeln und schweren Knochen. Immer noch konnte er nicht fassen, wie riesig er jetzt war. Kurz bevor er sich berührte, hielt er inne. Dann stieß er einen Fluch aus, packte das Gerät und zog daran. Ein Stöhnen entrang sich seiner Brust und sprang ihm über die Lippen, als seine Erektion in seiner Hand zuckte. Ach, du Scheiße! Das fühlte sich gut an! Er wiederholte die langsame Ziehbewegung. Schweiß brach ihm auf der Brust aus. Er bog den Rücken durch, während er sich selbst streichelte, gleichzeitig schuldbewusst verlegen und sündhaft erregt. Oh, so gut! Allmählich fand er einen Rhythmus, schob die Decke mit dem Fuß nach unten und sahen sich herab. Mit verbotenem Stolz betrachtete er sich. Ihm gefiel seine dicke Spitze, die schockierende Größe, der feste Griff seiner Hand. Oh Gott! Schneller! Schneller mit der Hand! Ein leises, schnalzendes Geräusch ertönte, Folge der durchsichtigen Flüssigkeit, die aus der Spitze auf seine Handfläche tropfte. Das Zeug rann über seinen Schaft und brachte die Erektion zum Glänzen. Wahnsinn! Aus heiterem Himmel sah er das Bild einer Frau vor sich. Shit! Es war diese beinharte Sicherheitschefin aus dem Zero Sum. Er sah sie gestochen scharf vor sich. Mit ihrem Männerhaarschnitt, den muskulösen Schultern, dem klugen Gesicht und der kraftvollen Ausstrahlung. Mit ungewohnter Kühnheit stellte er sich sie beide in dem Club vor. Sie presste ihn gegen die Wand, die Hand in seiner Hose und sie küsste ihn fordernd, ihre Zunge in seinem Mund. Du lieber Himmel! Seine Hand bewegte sich jetzt mit schwindelerregendem Tempo, sein Schwanz war hart wie Marmor, sein Kopf erfüllt von der Vorstellung, in dieser Frau zu sein. Die Belastungsgrenze war erreicht, als er sich vorstellte, dass sie den Kuss abbrach und auf die Knie ging. Er sah, wie sie seinen Reißverschluss aufzog, ihn herausholte und in ihren Mund saugte. Oh mein Gott! John drehte sich blitzschnell auf die Seite, das Kissen landete auf dem Fußboden, die Knie schossen nach oben. Er brüllte, ohne ein Geräusch zu machen und zuckte hin und her, während ein warmer Strahl sich überall hin ergoss auf seine Brust, seine Oberschenkel, seine Hand. Immer weiter streichelte er sich, die Augen fest zugepresst, die Venen am Hals hervortretend, die Lungen brennend. Als nichts mehr in ihm übrig war, schluckte John heftig, kam langsam wieder zu Atem und schlug die Augen auf. Er war nicht sicher, aber er glaubte, zweimal gekommen zu sein, vielleicht, dreimal. Mist, die Bettwäsche, er hatte alles eingesaut. Aber das war es wert gewesen. Das war großartig, das war echt der Hammer. Allerdings hatte er ein schlechtes Gewissen wegen seiner Fantasie. Er würde sterben, wenn sie das jemals herausbekäme. Sein Handy klingelte. Rasch wischte er die Hand am Laken ab und tastete nach dem Gerät. Es war eine SMS von Quinn mit der Anweisung, seinen Hintern in einer halben Stunde zu Blade zu schaffen, damit sie es in Zero-Sum schafften, solange dort noch was los wäre. Beim Gedanken an die Sicherheitschefin wurde John sofort wieder hart. Autsch, das könnte sich zum Problem entwickeln, dachte er mit Blick auf seine Erektion, besonders, wenn er in den Club käme und dort diese Vampirin sehe und eine fette Latte in der Hose hätte. Andererseits sollte er das Gute an der Sache sehen. Wenigstens war seine Apparatur funktionstüchtig. John fühlte sich etwas ernüchtert. Ja, schon. Es hatte geklappt. Und er hat es auch genossen. Allein. Aber die Vorstellung, das mit jemand anderem zu machen, ließ ihn immer noch kalt. Als Puri gegen ein Uhr morgens in Zero-Sum marschierte, war er froh, nicht mit seinen Brüdern unterwegs zu sein. Er brauchte ein bisschen Privatsphäre für das, was er vorhatte. Mit grimmiger Entschlossenheit suchte er den Vip-Bereich auf, setzte sich an den Stammtisch der Brüder und ließ ihn immer noch kalt. Als Puri gegen ein Uhr morgens in Zero-Sum marschierte, war er froh, nicht mit seinen Brüdern unterwegs zu sein. Er brauchte ein bisschen Privatsphäre für das, was er vorhatte. Mit grimmiger Entschlossenheit suchte er den Vip-Bereich auf, setzte sich an den Stammtisch der Bruderschaft und bestellte sich einen Martini. Er hoffte inständig, dass keiner seiner Brüder sich spontan zu einer Stippvisite entschloss. Am liebsten wäre er in einen anderen Club gegangen, aber das Zero-Sum war der einzige Laden in der Stadt, der das bot, wonach er suchte. Der erste Martini war gut, der zweite noch besser. Nacheinander kamen Frauen an seinen Tisch. Die erste war brünett, das ging also schon mal nicht, zu viel Ähnlichkeit mit Bella. Als nächstes kam eine Blonde, was okay war, aber das war die mit den kurzen Haaren, von der Vicious einmal getrunken hatte, also fühlte sich das einfach nicht richtig an. Dann noch eine Blonde, die so fertig aussah, dass er Schuldgefühle bekam, gefolgt von einer Schwarzhaarigen, die aussah wie Xena, die Kriegerprinzessin, und ihm ein bisschen Angst machte. Aber danach blieb eine Rothaarige vor ihm stehen. Sie war winzig, trotz ihrer Stripper-Stilettos nicht größer als eins fünfundsechzig, aber ihre Frisur war riesig. In ihrem Bestier so rosa wie Kaugummi und dem Mikromini sah sie aus wie eine Zeichentrickfigur. Willst du spielen, Süßer? Er rutschte auf seinem Sitz herum und ermahnte sich still, nicht so wählerisch zu sein und es hinter sich zu bringen. Es war nur Sex, du meine Güte. Kann schon sein. Was kostet mich denn eine Runde? Sie hob die Hand und legte sich zwei Finger auf die Lippen. Für ein ganzes Match. 200 Mäuse, um seine Unschuld loszuwerden. Puri fühlte sich halbtot, als er aufstand. Klingt gut. Als er der Prostituierten in den hinteren Bereich der VIP-Lounge folgte, hatte er die undeutliche Vorstellung, dass er in einem Paralleluniversum das erste Mal mit einer Frau erleben würde, die er liebte. Es hätte nichts mit zwei grünen Lappen und einer öffentlichen Toilette zu tun. Aber leider war er, wo er war. Die Frau stieß eine glänzende schwarze Tür auf und er folgte ihr. Als sie die Tür hinter ihnen beiden schloss, wurde der Techno von draußen etwas gedämpft. Er war irrsinnig nervös, als er ihr das Geld vor die Nase hielt. Lächelnd nahm sie es entgegen. Mit dir wird mir das kein bisschen schwer fallen. Als sie die Hand nach seinem Gürtel ausstreckte, machte er hektisch einen Schritt zurück und knallte gegen die Tür. Sorry, sagte er. Sie bedachte ihn mit einem komischen Blick. Kein Problem. Dein erstes Mal mit jemandem wie mir? Das erste Mal, Punkt. Ja. Keine Sorge, ich werde mich gut um dich kümmern. Sie trat ganz nah an ihn heran und ihre großen Brüste drückten gegen seinen Bauch. Er blickte auf ihren Kopf herab. Dunkle Ansätze waren zu erkennen. Du bist aber ein Großer, murmelte sie, steckte eine Hand in seinen Hosenbund und zog ihn an sich. Er folgte ihr mit der Anmut eines Roboters, völlig benommen und fassungslos, dass er das wirklich tat. Aber mal ehrlich, wie sollte es denn sonst passieren? Sie schob sich rückwärts zum Waschbecken und hüpfte mit einem schnellen routinierten Satz auf die Platte des Waschtischs. Als sie die Beine spreizte, rutschte der Rock nach oben. Ihre schwarzen Seidenstrümpfe waren oben am Oberschenkel mit Spitze abgesetzt. Mehr Unterwäsche trug sie nicht. Er spürte kalte Luft, dann wanderte ihre Hand in seine Boxershorts. Er zuckte, als sie seinen Schwanz umschloss. Deshalb war er hergekommen, sprach er sich Mut zu, dafür hatte er bezahlt, er würde das schon schaffen. Es wurde Zeit, einen Schritt nach vorn zu machen. Weg von Bella, weg vom Zölibat. Entspann dich, Schätzchen, sagte die Frau mit rauchiger Stimme. Puri schluckte. Ich schaff das schon. In einer funkelnagelneuen schwarzen Hose, einem schwarzen Seidenhemd und einem cremefarbenen Wildleder Blazer stieg John aus dem dunkelblauen BMW aus. Die Klamotten gehörten ihm nicht, wie der Wagen, der ihn und Quinn in die Stadt gebracht hatte, gehörten sie Blay. Wir sind ja sowas von bereit, verkündete Quinn, als sie über den Parkplatz liefen. Als sie an der Tür des Zero Sum ankamen, wollte John sich hinten in der Schlange anstellen, aber Quinn hielt ihn fest. Wir dürfen sofort rein, schon vergessen? Und ob sie das durften. Sobald Quinn den Namen Xex erwähnte, stand der Kleiderschrank am Eingang stramm und nuschelte etwas in seinen Ohrstöpsel. Den Bruchteil eine Sekunde später trat er zur Seite. Sie will, dass ihr direkt in den Wippereich geht. Kennt ihr den Weg? Aber sicher, sagte Quinn und schüttelte dem Kerl die Hand. Im Wippereich gab es eine eigene Theke viel Haut und bewegten sich auf ziemlich hohen Hacken. Die männliche Kundschaft trug samt und sonders Anzüge, die Frauen einen teuren Hauch von nichts. Es war ein schnelles, schrilles Publikum, neben dem John sich vorkam wie ein totaler Poser. Auf beiden Seiten des Raums standen Bänke, von denen drei frei waren. Quinn suchte sich die Bank in der hintersten Ecke aus. Das hier ist der beste Platz, erklärte er, direkt neben dem Notausgang, schön schummrig. Blay und Quinn bestellten sich ein Bier, John verzichtete, weil er heute Nacht seine Fünfzene beisammen haben wollte. Sie saßen noch keine fünf Minuten dort, als sie eine weibliche Stimme hörten. Hallöchen, meine Lieben. Alle drei starrten die blonde Wonder Woman vor ihnen an. Sie war ein Knüller auf eine Pamela Anderson Art, mehr Brüste als alles andere. Hi, hey Baby, grüßte Quinn, wie heißt du denn? Ich heiße Sweet Charity. Sie legte beide Hände auf den Tisch, beugte sich vor und gewährte ihnen freien Blick auf ihre perfekten Brüste und die im Sonnenstudio gebräunte Haut und die glänzenden weißen Zähne. Wollt ihr wissen, warum? Sie beugte sich noch weiter nach unten, weil ich süß schmecke und sehr großzügig bin? In Quints Lächeln lag purer Sex. Dann setz dich doch zu mir. Jungs, ertönte da eine tiefe Stimme. Ach, du Scheiße. Ein riesiger Kerl war an ihren Tisch getreten und John glaubte nicht, dass das gut war. Mit seinem fantastischen schwarzen Anzug, den harten Amethyst Augen und dem kurzgeschorenen Irokesen sah er gleichzeitig wie ein Berufsschläger und wie ein Gentleman aus. Charity, geh du doch mal woanders graben, verstehst du mich, sagte der Mann. Die Blonde machte einen etwas missmutigen Eindruck, als sie sich wieder aufrichtete. Quinn sah stinksauer aus, doch dann trollte sie sich und, naja, zog dieselbe Schau ein paar Tische weiter ab. Als Quints Miene sich etwas lockerte, beugte sich der Mann mit Irokesen tief über den Tisch und sagte, ja, ich fürchte, es ging ihr nicht nur um das Vergnügen deiner Gesellschaft. Sie ist eine Professionelle, wie die meisten Frauen, die hier in diesem Bereich unterwegs sind. Wenn du nicht dafür bezahlen willst, dann geh lieber in den offenen Teil, such dir dort ein paar aus und bring sie mit hierher. Klar? Bei diesen Worten lächelte der Typ und entblößte gewaltige Fänge. Übrigens, mir gehört der Laden. Solange ihr hier seid, trage ich also die Verantwortung für euch. Erleichtert mir doch die Arbeit und benehmt euch anständig. Bevor er sich umdrehte, sah er John an. Sadist lässt schön grüßen. Dann war er weg. Auf seinem Weg zu einer unbeschrifteten Tür im hinteren Teil überprüfte er alles und jeden. Tja, meinte Quinn. Das war ein wichtiger Hinweis. Shit. Ähm, ja. Blay rutschte unruhig herum. Also, äh, habt ihr Lust raus auf die Tanzfläche zu gehen? Quinn quetschte sich am Tisch vorbei. Klar hab ich Lust. John? Ich bleib hier, zeigte er. Ihr wisst schon, Plätze freihalten. Quinn schlug ihm aufs Schulterblatt. Okay, wir bringen dir was vom Buffet mit. Die Arme vor der Brust verschränkt, lehnte sich John mit dem Rücken an die Lederbank und sah sich um. Ah, no. Die Sicherheitschefin kam gerade durch die Absperrung in den Wippbereich auf ihn zu. Sie trug das gleiche Outfit wie beim letzten Mal, ein enges T-Shirt, das ihre kräftigen Arme freigab und eine eng an den Hüften und den langen Oberschenkeln sitzende Lederhose. Die Haare waren geschnitten worden, seit er sie zuletzt gesehen hatte, der Bürstenschnitt schimmerte. Als ihre Blicke sich begegneten, wandte John sich blitzschnell ab. Sein Gesicht hatte die Farbe eines Feuerwehrautos. Wieder da, aber ziemlich verändert. Ihre Stimme war leise, wie ein kontrolliertes Feuer und intensivierte noch seine Röte. Glückwunsch! Er kam sich vor wie ein Volltrottel und formte mit den Lippen das Wort Danke. Sind deine Freunde auf Fischzug? Er nickte. Aber du nicht? Oder bringen sie dir was mit? Ihre umwerfende Stimme war reinster Sex. Sein Körper kribbelte und sein Schwanz wurde steif. Sie lachte kurz auf, als wüsste sie, dass er erregt war. Viel Spaß mit den kleinen Mädels. Aber bleib sauber, dann musst du dich nicht mit mir rumärgern. Mit diesen Worten ging sie weg. Die Menge vor ihr teilte sich. Männer Als John ihr nachsah, spürte er einen heftigen Stich vorne in der Hose und sah nach unten. Er war bretthart, so dick wie sein Arm. Hilflos rutschte er hin und her, um eine angenehmere Position zu finden, machte das Brennen dadurch aber nur noch schlimmer. Er war zappelig und unbefriedigt, seine Stimmung verschlechterte sich immer mehr. Er dachte an die Erleichterung, die er sich vorhin im Bett verschafft hatte und kam zu dem Schluss, dass er das noch mal gebrauchen konnte. Jetzt sofort, bevor er noch mal kam, ohne Hand anzulegen. Vielleicht konnte er das hier erledigen. Mit einem Stirnrunzeln warf er einen Blick in den Korridor, der nach hinten führte und auf beiden Seiten von Türen gesäumt war, von denen eine zufällig geöffnet war. Eine kleine rothaarige Frau, die aussah wie eine professionelle kam heraus, sich die Haare aufplustrend und das grellrosa Outfit zurechtzupfend, direkt hinter ihr. Puri? Als Puri den Kopf hob, stellte John Blickkontakt mit ihm her. Nach einem verlegenen Moment hob der Krieger die Hand zum Gruß, dann verschwand er durch einen Seitenausgang. Die Frau war ja wohl kaum mit ihm auf der Toilette gewesen, um ihm den Rücken zu kratzen, aber er lebte doch angeblich im Zölli und das hier ist John. Johns Kopf schnellte herum. Wow! Bley und Quinn hatten den Jackpot geknackt. Die drei Frauen waren alle sehr hübsch und nur äußerst spärlich bekleidet. Quinn zeigte auf eine nach der anderen. Das sind Brianna, Cece und Liz und das ist unser Freund John. Er spricht in Gebärdensprache, deshalb werden wir übersetzen. Als John das Blut in den Kopf schoss und sein Körper sich verspannte, sagte er rasch in Zeichensprache zu Quinn, ich lasse mich von Fritz abholen, muss los. Damit stürmte er los, das Mädchen neben sich auf der Bank halb zerquetschend. Er konnte es nicht erwarten nach Hause zu Kapitel 17 Als um fünf Uhr Janes Wecker klingelte, musste sie noch mal auf die Snooze Taste drücken, zweimal. Normalerweise stand sie schon unter der Dusche, bevor sie die Augen richtig offen hatte, als würde das Piep Piep sie nicht wecken, sondern eher aus dem Bett katapultieren, wie ein Toaster eine Scheibe Weißbrot auswirft. Nicht heute. Heute lag sie nur da und starrte Gott, die Träume, die sie vergangene Nacht gehabt hatte, Träume von diesem gespenstischen Liebhaber, der zu ihr kam und sie nahm, sie heftig bestieg. Sie konnte ihn immer noch auf sich, in sich fühlen. Wieder klingelte der blöde Wecker, fluchend brachte sie ihn mit der Hand zum Schweigen. Verdammt, sie war müde, obwohl sie eigentlich dachte, sie wäre früh ins Bett gegangen, wobei sie nicht mehr genau sagen konnte, wann Manny gegangen war. Sie konnte sich erinnern, dass er ihr die Treppe hoch geholfen und sie ins Bett gebracht hatte, aber in ihrem Kopf herrschte so ein Chaos, dass sie nicht mehr wusste, wie spät es gewesen war oder wie lange sie gebraucht hatte, um einzuschlafen. Egal. Sie warf die Decke von sich, tappte ins als sie etwas Feuchtes zwischen den Beinen spürte, runzelte Jane die Stirn. Rasch zählte sie nach und kam zu dem Ergebnis, dass ihr zyklus durcheinander sein musste. Nein, das war nicht ihre Periode. Sie hatte Sex gehabt. Mist, 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 sie hatte mit Manny Manello geschlafen und konnte sich an nichts erinnern. Fangen wir an, sagte Rath, und begann die Sitzung. In schneller Abfolge besprach er einige Themen, die die Glümera betrafen. Dann lieferten Butch, Rage und Sadist ihren Bericht von der Jagd ab. Viel gab es nicht zu berichten. Die Lesser verhielten sich in letzter Zeit relativ still, vermutlich weil der Hauptläesser vor zwei Wochen von Butch getötet worden war. Als Puri sich einen Joint anzündete, räusperte sich Wrath. Und jetzt zu dieser Primals Zeremonie. Puri nahm einen tiefen Zug, als Vicious Diamantenblick sich hob. Krass, der Mann wirkte, als wäre er in der letzten Woche um hundertfünfzig Jahre gealtert. Die Haut war fahl, die Augenbrauen tief nach unten gezogen, die Lippen verkniffen. Er war noch nie ein Spaßvogel gewesen, aber jetzt sah er regelrecht verhärmt aus. Was ist damit? fragte Vicious. Ich bin dabei, Wrath blickte zur Seite. Puri, du auch. Wir gehen heute um Mitternacht, okay? Puri nickte, stieß eine Rauchwolke aus und zerdrückte den Joint in einem Kristallaschenbecher. Es war grausam, den Bruder bluten zu sehen, zu wissen, dass er litt, während man nichts dagegen tun konnte. Er erstarrte, eine unheimliche Ruhe überkam ihn, eine, die nichts mit dem roten Rauch zu tun hatte. Vicious, wenn der Primalsquatsch nicht wäre, dann wärst du mit Jane zusammen, oder? Puri blickte zu Wrath. Und du würdest ihn lassen, richtig? Wrath stand auf, wie wär's, wenn wir die Sache ruhen lassen? Nein, er sollt mich anhören. Puri erhob sich aus seinem Sessel. Die Jungfrau der Schrift will einen Angehörigen der Bruderschaft, richtig? Für den Zweck der Fortpflanzung auch, richtig, oder? Warum musst du das sein? Wer sollte es denn sonst sein, zum Teufel? knurrte Vicious und ging allmählich in Angriffsposition. Warum nicht ich? In der darauf folgenden Stille hätte eine Granate unter Wraths Schreibtisch losgehen können, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Die versammelte Bruderschaft starrte Puri an, als wären ihm plötzlich gigantische Hörner gewachsen. Naja, warum denn nicht? Sie braucht doch nur DNS, oder? Also könnte jeder Bruder das übernehmen. Meine Abstammungslinie ist stark, mein Blut ist gut. Seid ist traunte Himmel. Vicious Aggression floss förmlich aus ihm heraus und zurück blieb ein Gesichtsausdruck, als hätte ihm jemand mit voller Wucht eine gusseiserne Pfanne auf den Hinterkopf geschlagen. Warum solltest du das tun? Du bist mein Bruder. Wenn ich etwas in Ordnung bringen kann, was falsch läuft, warum sollte ich es nicht tun? Es gibt keine Frau, die ich liebe. Bei diesen Worten zog sich seine Kehle zusammen und er massierte sie. Du bist der Sohn der Jungfrau der Schrift, richtig? Also könntest du ihr den Wechsel vorschlagen. Jeden anderen würde sie vermutlich dafür töten, aber dich nicht. Er ließ die Hand sinken und wandte seinen Blick dem König an seinem französischen Schreibtisch zu. Wrath, was meinst du dazu? Scheiße, kam als Entgegnung. Sehr passende Wortwahl, Herr, aber nicht wirklich eine Antwort. Da wurde Wraths Stimme leise, sehr, sehr leise. Das kannst du nicht ernst meinen. Ich habe zweihundert Jahre Zölibat aufzuholen. Gibt es einen besseren Weg, um den Druck abzubauen? Das war als Scherz gemeint, aber leider lachte niemand. Wrath schob die Hand unter seine Sonnenbrille und rieb sich mal wieder die Augen. Danach stieß er hörbar den Atem aus. Wenn irgendjemand die Sicherheitsrisiken, die eine Beziehung mit einem Menschen birgt, in den Griff kriegen könnte, dann wisch es also. Ja, verdammt, ich würde es erlauben. Sadist fluchte. Butch pfiff durch die Zähne. Rage steckte sich einen Lolli in den Mund. Also gut dann, sagte Puri. Verfluchter Mist, was habe ich da gerade getan? Offenbar dachten alle anderen dasselbe, denn niemand rührte sich oder sagte ein Wort. Vicious war es, der schließlich den Bann brach. Wie eine Dampfwalze raste er quer durch den Raum. Puri wusste kaum, wie ihm geschah. Im einen Moment wollte er sich gerade einen neuen Joint anzünden, im nächsten kam Vicious angetrampelt, warf ihm zwei massige Arme um den Oberkörper und quetschte ihm die Luft aus dem Leib. Danke, sagte Vicious heiser, danke, selbst wenn sie dich nicht lässt, ich danke dir, mein Bruder. Kapitel 18 Vicious kniete neben seinem Bett, legte sich eine Kette aus schwarzen Perlen um den Hals und schloss die Augen. Als sich sein Geist zur anderen Seite ausrichtete, dachte er absichtlich an Jane. Die Jungfrau der Schrift konnte ebenso gut von vornherein wissen, worum es ihr eigentlich ging. Es dauerte eine Weile, bevor er eine Reaktion seiner Mutter empfing, doch dann reiste er durch Antimaterie ins Reich jenseits der Zeit und nahm in dem weißen Innenhof Gestalt an. Die Jungfrau der Schrift stand vor ihrem Vogelbaum und einer die Kapuze ihrer schwarzen Robe herabgezogen war, konnte Vicious ihr geisterhaftes Gesicht sehen und ihn verblüffte die Verehrung in ihrem Blick, mit dem sie das kleine Wesen auf ihrer leuchtenden Hand betrachtete. Solche Liebe, dachte er. Nie hätte er gedacht, dass sie zu so etwas fähig war. Sie ergriff zuerst das Wort. Es geht also um diese Menschen Ärztin? Er verflucht. Sie war so still. Er hatte mit Wut gerechnet, mit einem Streit, doch stattdessen sah er nur Ruhe. Was typisch war vor nicht wahr? Die Jungfrau der Schrift blies den Vogel an und er reagierte darauf, indem er zwitscherte und die kleinen Flügel genussvoll ausbreitete. Darf ich annehmen, dass du, sollte ich den Austausch nicht billigen, die Zeremonie nicht durchführen wirst? Es brachte ihn fast um zu sprechen, buchstäblich. Ich habe mein Wort gegeben, also werde ich es auch tun. Tatsächlich? Du überraschst mich. Nun setzte die Jungfrau der Schrift den Vogel zurück, wobei sie einen Ruf pfiff. Er stellte sich vor, dass man das Geräusch in etwa übersetzen konnte mit Ich liebe dich. Der Vogel erwiderte den Pfiff. Dies ist der Tag deiner Geburt, Vicious, Sohn des Blattletter. Du hast den Zeitpunkt sorgfältig gewählt. Ah, eigentlich nicht. Gütiger, er hatte und da ich dich am heutigen Tag vor dreihundert und drei Jahren auf diese Welt brachte, fühle ich mich geneigt, dir den Gefallen zu gewähren, um den du mich ersuchst, wie auch den, der bislang noch unausgesprochen blieb, wenngleich er so augenfällig ist wie der aufgehende Mond an einem leeren Himmel. Vicious Augen flackerten. Hoffnung, eine gefährliche Empfindung selbst in den besten Momenten regte sich mit einem Funken Wärme in seiner Brust. Vicious, Sohn des Bloodletter, ich werde dir die Erfüllung der beiden Wünsche schenken, nach der du dich so sehr sehnst. Ich werde die Einsetzung deines Bruders Puri in die Zeremonie gestatten. Er wird ein guter Primal sein, sanft und gütig zu den Auserwählten und er wird eine gute Blutlinie für die Spezies sicherstellen. Vicious schloss die Augen. Erleichterung durchflutete ihn mit einer solch mächtigen Welle, dass er ins Schwanken geriet. Danke. Vicious warf ihr einen Seitenblick zu, um Selbstbeherrschung bemüht. Er wird kämpfen wollen, mein Bruder. Er wird kämpfen und auf der abgewandten Seite leben wollen. Und das werde ich gestatten. Zumindest bis die Reihen der Bruderschaft sich wieder füllen. Mit leuchtenden Händen hob die Jungfrau der Schrift ihre Kapuze und bedeckte ihr Gesicht damit. Dann schwebte sie lautlos über den Marmor zu einer kleinen weißen Tür, von der er immer angenommen hatte, sie führen ihre Privat Gemächer. Wenn ich es wagen darf, rief er ihr nach. Die zweite bitte? Sie verharrte vor dem kleinen Tor. Ohne ihn anzusehen sagte sie ich sage mich von dir los. Du bist frei von mir und ich von dir. Lebe wohl, Krieger. Damit verschwand sie durch die Tür und schloss ihn aus. Er hörte einen Riegel zuschnappen. Ohne sie verstummten die Vögel, als hätte nur ihre Anwesenheit sie zum Singen veranlasst. Vicious stand im Hof und lauschte dem leisen plätschernden Wasser im Springbrunnen. Ganze sechs Tage hatte er eine Mutter gehabt. Er konnte nicht behaupten, dass er sie vermisste oder dass er dankbar dafür war, ihm sein Leben zurückgegeben zu haben. Immerhin war sie es gewesen, die ihm alles wegzunehmen versucht hatte. Als er sich wieder auf dem Anwesen materialisierte, um seinen Bericht abzuliefern, stellte er fest, dass er sich in jedem Fall für seine Mutter Nein gesagt hätte. Und das hatte die Jungfrau der Schrift von Anfang an gewusst. Gerade nahm Vicious in seinem Zimmer Gestalt an und dachte an die letzte Nacht mit Jane, als ihm plötzlich bewusst wurde, dass er das Unverzeihliche getan hatte. Er war in ihr zum Ende gekommen. Oh nein! Er war so in seinen eigenen Gedanken verstrickt gewesen und hatte dabei völlig vergessen, dass er etwas von sich selbst zurückgelassen hatte. Sie musste inzwischen halb wahnsinnig sein. Er war so ein Scheißkerl, ein rücksichtsloser, selbstsüchtiger Scheißkerl, und er glaubte tatsächlich, er hätte ihr etwas zu bieten? Kapitel 19 Als die Nacht hereinbrach, zog Puri seine weiße Seidenhose für die Primals Zeremonie an. Er spürte sie nicht auf der Haut, und das lag nicht Seit zwei Stunden hat er durchgehend geraucht, deshalb war er ziemlich betäubt. Wenn auch nicht so bedröhnt, dass er, als es an der Tür klopfte, nicht sofort gewusst hätte, wer das war. Komm rein, sagte er, ohne sich vom Spiegel über der Kommode abzuwenden. Solltest du nicht im Bett sein? Bella stieß ein Lachen aus, oder vielleicht war es auch ein schluchzen. Eine Stunde pro Tag schon vergessen? Ich habe noch 52 Minuten. Er hob das goldene Primals Amulett auf und band es sich um. Der Anhänger legte sich schwer auf seine Brust, wie der feste Druck einer Hand. Bist du dir ganz sicher, dass du das willst? fragte sie sanft. Ja. Ich vermute mal, Sadist kommt mit dir? Er ist mein Zeuge. Heftig drückte Puri den Joint aus, nahm einen neuen in die Hand und zündete ihn an. Als sie hörbar die Luft einsog, starrte er sein Spiegelbild an. Sein Haar war feucht und an den Enden verfilzt, also schnappte er sich eine Bürste und fing an daran zu zerren. Sie stellte sich hinter ihn, nahm ihm die Bürste aus der Hand und deutete damit auf die Chaiselon am Fenster. Setz dich hin, lass mich das machen. Aus keinem guten Grund und aus vielen schlechten gehorchte er und setzte sich hin, verschränkte die Arme vor der Brust und hielt die Luft an. Bella fing unten an seiner Mähne an. Die Borsten strichen zunächst durch die Spitzen, dann immer höher, bis sie oben auf seinem Scheitel ansetzten und langsam bis ganz nach unten glitten. Tränen benetzten seine Wimpern. Es kam ihm so grausam vor, dass er ihr begegnet war, zu erkennen, was er sich wünschte, aber es nie haben zu können. Er hatte sein Leben schon immer mit Dingen verbracht, die außerhalb seiner Reichweite lagen. Zuerst hatte er Jahrzehnte damit verbracht, nach seinem Zwilling zu suchen, weil er gespürt hatte, dass Sadist am Leben war. Dann hatte er seinen Bruder endlich befreit, nur um festzustellen, dass längst nicht alles in Ordnung war. Das Jahrhundert, das auf die Flucht vor Sadists Herren folgte, war eine andere Form von Hölle gewesen. Und dann war Folter in neuem Gewand. Ich wünsche mir, dass du dich verliebst, sagte sie. Ich bin verliebt, ist schon okay. Doch sie hielt inne und trat vor ihn. Ich möchte, dass du jemanden ganz real liebst, nicht so, wie du glaubst, mich zu lieben. Er runzelte die Stirn, nimm mir das nicht übel, aber du kannst nicht wissen, was ich Puri. Du liebst mich nicht wirklich. Er stand auf und sah ihr direkt in die Augen. Bitte gewähre mir den Respekt, dir nicht anzumassen, meine Gefühle besser zu kennen als ich selbst. Du warst noch nie mit einer Frau zusammen. Doch, letzte Nacht im Club. Kann ich meine Bürste zurück haben? Ich glaube, meine Haare sind jetzt glatt genug. Nach einem Augenblick, der ihm vorkam wie ein Jahrhundert, verbunden. Dann ließ sie den Arm sinken. Du verdienst etwas Besseres als das, flüsterte sie. Du bist besser als das. Nein, bin ich nicht. Oh Mann, ihren todunglücklichen Blick konnte er wirklich nicht länger ertragen. Sie schüttelte den Kopf. Du bist ein Mann von Wert, Bella, hör auf damit. Ein Mann, der sein Bein gab, um seinen Zwillingsbruder zu retten, der tapfer für seines Gleichen gekämpft hat, der seine Zukunft für das Glück eines anderen Bruders opfert. Viel tapferer kann man nicht sein. Ihr Blick wich seinem nicht aus. Geh, forderte er heiser. Als sie keine Anstalten dazu machte, drehte er sich um. Um Gottes Willen willst du, dass ich vor dir zusammenbreche. Ich brauche meinen Stolz. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch aufrecht hält. Als die Tür sich hinter ihr schloss, ließ Puri sich auf das Bett sinken und hob den Joint an die Lippen. Dann sah sich in dem Zimmer um, das er bewohnt hatte, seit die Bruderschaft auf dieses Anwesen gezogen war. Es war in kein Heim, stellte er fest. Es war nur ein Gästezimmer, ein luxuriöses, anonymes Gästezimmer. Vier Wände voller hübscher Ölgemälde und teurer Teppiche und Vorhänge, so üppig wie das Ballkleid einer Frau. Es wäre schön gewesen, ein Heim zu haben. Doch er war noch nie wirklich irgendwo zu Hause gewesen. Seit Sadist als Säugling entführt worden war, hatte ihre Mamen sich unter der Erde eingeschlossen und ihr Vater war auf die Jagd nach der Kinderfrau gegangen, die Sadist mitgenommen hatte. Puri war zwischen den vor sich hin vegetierenden Schatten des Haushalts aufgewachsen. Es hatte kein Lachen gegeben, kein Glück, keine Zeremonien, keine Umarmungen. Sobald er seine Transition überstanden hatte, zog er los, um seinen Zwillingsbruder zu suchen. Niemand hatte ihn verabschiedet, niemand ihm nachgewunken. Ungefähr zehn Jahre später erfuhr er von einem entfernten Cousin, dass seine Mutter im Schlaf gestorben war. Sofort war er nach Hause zurückgekehrt, doch sie hatten das Begräbnis ohne ihn abgehalten. Sein Vater war dann etwa acht Jahre darauf gestorben. Dieses Mal war Puri rechtzeitig zur Beerdigung dagewesen und hatte eine letzte Nacht in seinem Elternhaus verbracht. Danach war das Anwesen verkauft worden, die Doggen hatten Als er aufstand und sein Gewicht auf der Prothese spürte, dachte er, was es doch eine Ironie des Schicksals war, dass einem Nomaden wie ihm ein halbes Bein fehlte. Weder drückte er einen Joint aus, steckte sich ein paar mehr in die Tasche. Liebe war jedes Opfer wert, dachte er, als er sein Zimmer verließ, selbst wenn es nicht die eigene war. In genau diesem Augenblick materialisierte sich Vicious auf dem Bürgersteig gegenüber von Janes Wohnung. Es brannte kein Licht und er war versucht einfach in ihr Apartment rein zu marschieren, doch er hielt sich im Schatten, er sah auf die Uhr. Acht, Jane müsste doch sicher bald nach Hause kommen. Das Garagentor im Nachbargebäude rollte mit einem jammernden Geräusch nach oben und ein gähnend langweiliger Minivan setzte rückwärts heraus. Die Bremsen gaben ein leises Quietschen von sich, als der Fahrer bremste, das Lenkrad einschlug und dann den ersten Gang einlegte. Vicious legte die Stirn in Falten, seine Instinkte regten sich ohne ersichtlichen Anlass. Er schnüffelte in die Luft, stand aber gegen den Wind zu dem Wagen, weshalb er keinen Geruch aufschnappen konnte. Wieder sah er auf die Uhr, nur so aus Spaß. Zwei Minuten später, na großartig. Als sein Handy klingelte, hob er erleichtert ab, weil er sich dadurch etwas die Zeit vertreiben konnte. Schön, dass du es bist, Bulle. Butts Stimme klang nicht gut. Irgendwas stimmt nicht mit deinen Computern. Nämlich? Einer der Tracer, die dem Krankenhaus Computer installiert hast, hat Alarm gegeben. Jemand hat die Krankenakte von Michael Klosnick aufgerufen. Macht nichts. Es war der Chefarzt, Manello. Mann, wie Vicious den Klang dieses Namens hasste. Und weiter? Er hat heute auf seinem eigenen Rechner nach den Aufnahmen von deinem Herzen gewühlt. Eindeutig auf der Suche nach der Datei, die Puri zerstört hat, während wir dich evakuiert haben. Interessant. Vicious fragte sich, wie der Bursche wohl darauf aufmerksam geworden war. Ich glaube, ich sollte dem guten Onkel Doktor mal einen Besuch abstatten. Tja, ich dachte mir, dass wir diesen Auftrag vielleicht lieber outsourcen sollten. Warum lässt du mich das nicht übernehmen? Weil du nicht weißt, wie man Erinnerungen auslöscht, oder? Schweigen. Leck mich, aber du hast nicht ganz Unrecht. Ist der Kerl jetzt gerade eingelockt? Ja, von aber Gott allein mochte wissen, wo der Dock sonst noch seine Nase reinstecken würde. Ein Auto bog in die Straße ein und im Licht einer Straßenlaterne konnte er erkennen, dass es Janes Audi war. Scheiße, sagte er laut. Kommt sie gerade? Ich kümmere mich um Anello. Später. Kapitel 20 Jane parkte rückwärts in ihrer Garage, nahm den Gang heraus und blieb einfach dort sitzen, bei laufendem Motor. Auf dem Beifahrersitz neben ihr lagen die Ergebnisse des CT, das Manelle und sie heimlich gemacht hatten. Kristall klar. Kein Anzeichen von einem Tumor oder Aneurysma oder sonstigem Defekt. Sie hätte erleichtert sein sollen, aber die fehlende Erklärung setzte ihr zu, weil ihre Denkprozesse weiterhin langsam und schwerfällig waren. Und ihre Brust schmerzte auch immer noch höllisch. Ein Mann trat ins Licht ihrer Scheinwerfer. Ein riesiger Mann mit dunklem Haar und einem Ziegenbärtchen und Lederklamotten. Hinter ihm verschwamm die Landschaft, als wäre ihr aus einem Nebel getreten. Übergangslos brach Jane in Tränen aus. Dieser Mann, diese Erscheinung, er war der Schatten, der ihrem Kopf herumspukte. Er war, was sie kannte, doch nicht erkennen konnte, um das sie trauerte und das sie doch nicht zuordnen konnte. Alles passte plötzlich zusammen. Beim nächsten Atemzug fuhr ihr ein Schmerz in die Schläfen, eine schreckliche, erdrückende Last. Doch anstatt sich durch ihren Körper zu wälzen, löste er sich auf, schwebte einfach davon, ließ nicht einmal entstechen zurück. In seinem Kielwasser trieben Bilder heran, Bilder von ihnen beiden zusammen von sich, wie sie sich verliebte und dann verlassen Das musste ein Traum sein. Jane, sagte die Erscheinung ihres Geliebten. Zitternd fummelte sie am Zündschloss herum, machte das Licht aus und stieg aus dem Wagen. Die Luft war kalt auf ihren feuchten Wangen und ihr Herz hämmerte, als sie sagte, bist du echt? Ja, woher soll ich das wissen? Ihre Stimme versagte und sie griff sich an die Schläfen. Sie holte tief Luft und ging auf die Gestalt zu, die offenbar Wishes war, legte ihn zwei Finger an die Schulter. Er war hart wie Stein und er roch noch genau so nach dunklen Gewürzen und seine Augen, dieselben hellen Diamantaugen leuchteten wie eh und je. Ich dachte, du wärst für immer fort, flüsterte sie. Sie erhoffte sich nur wenigstens zu begreifen, was los war und warum er ihr stockte der Atem. Nicht. Er schüttelte den Kopf. Ich konnte es einfach nicht. Ich kann mit niemandem außer mit dir zusammen sein. Ohne einen bewussten Gedanken zu fassen, sprang sie hoch und hängte sich an seinen Hals. Die Barrieren von Spezies und Umständen waren ihr vollkommen egal. Natürlich will ich dich, raunte sie ihm ins Ohr. Ich liebe dich. Er stieß ein heiseres Wort aus und seine Arme pressten sie an sich. Als sie keine Luft mehr bekam, weil er sie so fest hielt, dachte sie, ja, das ist er wirklich. Und dieses Mal würde er sie nicht wieder gehen lassen. Mit Jane im Arm war Vicious durch und durch glücklich. Er fühlte sich vollständig. Schnell schloss er das Garagentor, bevor er Jane mit einem Triumph Geheulen ihre Wohnung trug. Ich dachte, ich werde verrückt, sagte sie, als er sie auf dem Tisch absetzte. Gebundener Vampir, der er war, konnte er es kaum erwarten, in sie einzudringen, aber er bremste seine niederen Triebe. Es tut mir leid, ehrlich Jane, es tut mir so leid, dass ich dein Gedächtnis löschen musste. Ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig verstörend gewesen sein wie hast du das mit deinen ganzen Ehefrauen abgebogen? Peury hat meinen Platz eingenommen. Vicious schloss die Augen, als ihre Finger über seine Wangen und die Nase strichen über sein Kinn, seine Schläfen. Im Ernst? Urplötzlich gewann der gebundene Vampir in ihm die Oberhand über seinen Verstand, pflügte gute Manieren und gesunden Menschen verstand unter. Jane, ich an. Die Sache ist nur die, wenn du bei mir bleiben würdest, müsstest du diese Welt aufgeben. Du müsstest deine Arbeit aufgeben. Oh, sie runzelte die Stirn. Ich, äh, ich bin mir nicht sicher. Das verstehe ich und offengestanden will ich auch gar nicht, dass du dein Leben aufgibst. Was die absolute Wahrheit war, trotz seiner Liebe zu ihr. Lass uns einfach eins nach dem anderen angehen. Wir kaufen uns eine andere Wohnung irgendetwas abgelegenes, wo wir zusammen freie Tage verbringen können. In Ordnung, sie zog den Mantel aus. Sein Blick wanderte an ihrem Kittel hinab. Er sah sie immer nur nackt vor sich. Ohne noch länger zu zögern, fletschte er zischend die Fänge bis durch den Kragen ihres Kittels und riss den Stoff in der Mitte auf. Ihr BH war aus Baumwolle weiß und braves kleines Ding hatte den Verschluss vorne. Er löste ihn, legte den Mund auf eine ihrer Brustwarzen und zerrte Jane vom Tisch herunter. Der Weg nach oben in ihr Schlafzimmer war interessant, mit diversen Unterbrechungen, die zur Folge hatten, dass sie schon nackt war, als er sie oben auf die Matratze legte. Seine Lederhose und das Shirt loszuwerden dauerte nur Sekunden und als er sie bestieg, stand sein Mund offen, die Fänge waren zu voller Länge ausgefahren. Sie lächelte ihn an. Durstig? Ja. Grazil neigte sie das Kinn zur Seite und gewährte ihm freien Zugang zu ihrem Hals. Mit einem Knurren drang er doppelt in sie ein, zwischen ihre Schenkel und in ihren Hals. Er stieß hart in sie hinein und sie bohrte ihre kurzen Nägel in seinen Rücken und schlang die Beine um seine Hüften. Es dauerte gut zwei Stunden, bis der Sex vorbei war. Und als sie im Dunkeln neben ihm lag, gesättigt und friedvoll, dankte er seinem Schicksal und lachte kurz auf. Was denn? fragte sie. Bei all meinen Visionen hätte ich Er küßte sie auf die Schläfe, schloss die Augen und gestattete sich, in einen Schlummer zu gleiten. Doch es sollte nicht sein. Ein schwarzer Schatten schwebte über ihn hinweg. Während er schon in den Schlaf hinüberglitt, spürte er, dass da noch etwas anderes war. Etwas zu Schreckliches, um darüber nachzudenken. Eine Bombe in seinem Briefkasten. Sein gefürchtetes Schicksal war noch nicht fertig mit ihm. Alles okay bei dir? fragte Jane. Du zitterst. Alles ist gut. Er rutschte noch näher an sie heran. Solange du bei mir bist, ist alles gut. Kapitel 21 Auf der anderen Seite schritt Puri von Sadist und Wrath flankiert den Abhang zum Amphitheater hinab. Die Jungfrau der Schrift und die Direktris erwarteten ihn auf der Bühne, beide in Schwarz. Die Direktris wirkte nicht begeistert, ihre Augen waren schmale Schlitze, die Lippen zu einem Strich verzogen, die Hände umklammerten ein Medaillon an ihrem Hals. Die Miene der Jungfrau der Schrift war nicht zu deuten. Ihr Gesicht wurde von ihrer Robe verhüllt. Puri trat vor den goldenen Thron, setzte sich aber nicht. war irgendwo nur nicht auf seinen Schultern. Konnte auch an dem Paket roten Rauch liegen, den er sich reingezogen hatte, dachte er, oder daran, dass er mehr als drei Dutzend Frauen gleichzeitig heiraten sollte. Du lieber Gott! Wrath, Sohn des Wrath, verkündete die Jungfrau der Schrift, tritt vor und grüße mich. Gehorsam lief Wrath zur Bühnenkante und kniete nieder. Euer Gnaden. Du möchtest mich etwas fragen, tu es jetzt, vorausgesetzt, du formulierst es geziemend. Wenn es erlaubt wäre, möchte ich darum bitten, dass Puri, was den Kampf betrifft, das gleiche Arrangement in Anspruch nehmen darf, das für Vicious vereinbart war. Wir haben Bedarf an Kriegern. Ich bin geneigt, das einstweilen zu gewähren. Er wird bei euch leben. Puri fiel Anwesenden zu ihm herumschnellten, sagte er, ich werde hier bleiben. Ich werde kämpfen, aber hier wohnen. Um seine Unhöflichkeit auszugleichen, machte er eine kleine Verbeugung, wenn es gestattet wäre. Sadists Mund klappte auf, das vernarbte Gesicht zeigte eine völlig fassungslose Miene. Doch das kurze Lachen der Jungfrau der Schrift hinderte ihn am Sprechen. So sei es. Die Auserwählten würden erhebe dich, Wrath, Sohn des Wrath, und lasst uns beginnen. Als sich der König zu voller Größe aufrichtete, hob die Jungfrau der Schrift ihre Kapuze. Puri, Sohn des Agony, ich ersuche dich, die Rolle des Primals anzunehmen. Willigst du ein? Ja, ich willige ein, tritt vor und knie vor mir nieder. Er spürte seine Füße überhaupt nicht, als er nach vorne unter den Knien, als er vor der Jungfrau der Schrift niedersank. Während ihre Hand auf seinem Kopf lag, zitterte er nicht, dachte nicht, blinzelte nicht. Steh auf und hebe deinen Blick, verkündete die Jungfrau der Schrift schließlich. Erblicke deine Partnerinnen, über die du herrschen wirst. Du wirst ihren Körpern sowohl befehlen als auch dienen. Als er wieder aufstand, bemerkte er, dass der Vorhang geöffnet worden war und alle Auserwählten dort aufgereiht standen. Ihre Gewänder waren blutrot und leuchteten wie Rubine inmitten des ganzen Weiß. In perfektem Gleichmaß verbeugten sie sich. Heilige Scheiße! Er hatte es wirklich getan. Die Stimme der Jungfrau der Schrift erzeugte ein mächtiges Echo. Es ist vollbracht. Ihre Geisterhand hob sich und sie deutete auf einen Tempel oben auf dem Hügel. Geh nun in die Kammer und nimm die erste unter allen wie ein Mann es tut. Er verneigte sich vor der Jungfrau der Schrift und Wrath und schwankte dann die Stufen hinunter und den Hügel hinauf. Das Gras fühlte sich weich unter seinen Füßen Er spürte die Blicke der Auserwählten in seinem Rücken und ihr Hunger ließ ihn selbst durch den Dunst des roten Rauchs hindurch innerlich gefrieren. Der Tempel oben auf dem Hügel wirkte römisch und hatte weiße Säulen. Die Klinken an den gigantischen Flügeltüren waren goldene Knoten. Er drehte an dem Rechten, drückte dagegen und trat ein. Übergangslos wurde sein und süß im schwerem Rauchwerk verlockte, erotisierte ihn. Ganz vorne hing ein weißer Vorhang, durch dessen Falten strahlendes Licht sickerte, ein flackernder Schein, der von Hunderten von Kerzen stammen musste. Er zog den Vorhang beiseite und wich zurück, wobei seine Erektion halb erschlaffte. Die Auserwählte, mit der er sich zu vereinigen hatte, lag ausgestreckt auf einem marmornen Podest Ein Vorhang fiel von der Decke herab auf ihren Hals und verhüllte ihr Gesicht. Ihre Beine waren gespreizt und mit weißen Seidenschleifen festgebunden, die Arme ebenso. Ein Hauch dünnes Stück Stoff bedeckte ihren nackten Körper. Die Grundlage des Rituals war offensichtlich. Sie war das Opfergefäß, eine anonyme Vertreterin aller anderen. Er war im Besitz des Weins, war derjenige, der ihren Körper füllen würde, und obwohl es absolut unverzeihlich von ihm war, hatte er eine Sekunde lang den drängenden Wunsch, sie sofort zu nehmen. Mein, dachte er, laut Gesetz und Sitte und allem, was anerkannt war, gehörte sie ihm, und er wollte in sie eindringen, wollte in ihr kommen. Doch das kam nicht in Frage. Sein Anstand setzte sich mit aller weinte lautlos, als unterdrücke sie das Geräusch, indem sie sich auf die Lippe biß, zitterte so stark, dass ihre Gliedmaßen wie Metronome aussahen. Sei ganz ruhig, sagte er mit sanfter Stimme. Sie zuckte zusammen. Dann setzte das Zittern schlimmer als vorher wieder ein. Schlagartig wurde er wahnsinnig wütend. Es war abstoßend, dass diese arme Frau ihm wie ein Tier für den Gebrauch dargeboten wurde. Puri griff nach dem Vorhang, der ihr Gesicht verbarg und riss ihn herunter. Großer Gott! Sie war geknebelt und um die Stirn ans Bett gefesselt. Tränen strömten ihr über das fleckige gerötete Gesicht und die Sehnen in ihrem Hals traten starr hervor, die Augen weit aufgerissen vor Schreck. Rasch entfernte er den Knebel aus ihrem Mund. Sie keuchte, offenbar nicht in der Lage zu sprechen. Frei nach dem Motto Taten statt Worte löste er das Band um ihre Stirn und befreite es aus ihrem langen blonden Haar. Sobald er ihre dünnen Arme aus den Fesseln gelöst hatte, bedeckte sie ihre Brüste und die Scham damit und einem Impuls folgend legte er den Vorhang, den er heruntergerissen und lehnte sich mit dem Rücken an die gegenüberliegende Wand. Er starrte zu Boden und sah nur sie vor sich. Die Auserwählte war blass und blond, ihre Augen jade grün. Sie hatte feine Gesichtszüge, die ihn an eine Porzellanpuppe erinnerten. Puri unterbrach das Schweigen nicht in der Hoffnung, sie würde sich an seine Anwesenheit gewöhnen, während er sich überlegte, was als nächstes passieren sollte. Sex auf jeden Fall nicht. So viel stand fest. Versprich mir, dass du ihm nichts tust, sagte Jane, als Vicious sich die Lederhose hochzog. Versprich mir, dass mein Chef nicht mit gebrochenen Beinen endet. Keine Sorge. Vicious zog sich das schwarze Shirt über, das sich straff über seine Muskeln spannte. Ich werde nur dafür sorgen, dass er sauber ist und dieses Bild von meiner Pumpe verschwindet. Jane drückte seine Hand. Vicious? Wie buchstabiert man das? V-I-S-H-U-U-S. Großer Gott! Was ist denn? Unsicher räusperte sie sich. Äh, vor langer, langer Zeit, das ist eine Ewigkeit her, saß ich mit meiner Schwester zusammen in meinem Kinderzimmer. Wir hatten ein Ouija-Brett zwischen uns liegen und stellten ihm Fragen. Sie blickte zu ihm auf. Du warst meine Antwort. Auf welche Frage? Wen ich einmal heiraten würde? Ganz langsam verzog Vicious den Mund zu einem Lächeln, einem sehr männlichen, selbstgefälligen Lächeln. Dann willst du mich also heiraten? Jane setzte sich auf. Ich hatte nie vor zu heiraten. Er zuckte zusammen. Alles klar, das war jetzt nicht unbedingt die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Nein, ich meine, ich bin nur überrascht, wie leicht es sich anfühlt. Leicht? Die Vorstellung, deine Frau zu sein. Erneut stahl sich ein Lächeln auf sein Gesicht, verschwand aber schnell wieder. Wir können die Zeremonie nach meiner Tradition abhalten, aber sie wird nicht offiziell sein. Weil ich keine von euch bin? Weil die Jungfrau der Schrift mich nicht ausstehen kann, also können wir dich ihr nicht vorführen. Aber den Rest können wir trotzdem machen. Heute Nacht werden wir uns vereinigen. Wrath wird der Zeremonie vorstehen. Budge und Marissa sind Zeugen. Möchtest du auch was christliches? Sie musste lachen. Sie waren beide solche Kontrollfreaks. Glücklicherweise verspürte sie in diesem Fall keine Lust mit ihm zu streiten. Nein, danke, das brauche ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht an Gott. Er strich ihr das Haar zurück und sagte, man muss nicht religiös sein, um zu glauben, und man kann auch als Atheist ein sehr angenehmes Leben führen. Sie steckte die Hände unter sein Shirt und fühlte seinen starken Rücken. Sanft berührte sie sein Gesicht, stellte sie ihre Zukunft vor und fluchte leise. Ich werde altern. Ich auch, aber nicht im selben Tempo. Ach, Vicious, ich werde... Er küsste sie. Darüber wirst du jetzt nicht nachdenken. Abgesehen davon gibt es einen Weg, das zu verlangsamen. Es verstößt allerdings gegen die Gesetze meiner Art. Ist es was Unanständiges? Aus Menschensicht? Ja. Jane wusste schon Bescheid, bevor er sein Handgelenk an den Mund hob. Als er noch zögerte, sagte sie »Tu es!« Er biss hinein. Dann legte er ihr die beiden Löcher an die Lippen. Jane schloss die Augen, öffnete den Mund und »Du lieber Himmel!« Er schmeckte wie Portwein und es knallte wie zehn Flaschen von dem Zeug. In ihrem Kopf drehte sich lang, als würde sein Blut sie beide zusammenhalten. Undeutlich nahm sie wahr, dass er währenddessen heftig in sie hineinstieß und wilde Knurrgeräusche von sich gab. Jetzt war Vicious auf jede erdenkliche Art in ihr. Mit seinen Worten in ihrem Kopf, mit seiner Erektion in ihrem Körper, mit seinem Blut in ihrem Mund und mit seinem Duft in ihrer Nase. Er hatte sie ganz und gar erobert. Kapitel 22 Den Vorhang an die Brust gepresst, richtete Kormier ihren Blick auf die gegenüberliegende Wand des Tempels, völlig sprachlos. Wer auch immer dieser Vampir war, es war nicht Vicious, Sohn des Blattletter. Doch ein Krieger war er eindeutig. Er war riesengroß, ein Gigant. Seine Schultern kamen ihr so breit vor, wie das Bett, auf dem sie lag. Seine Größe erschreckte sie, bis sie seine Hände bemerkte. Er hatte elegante Hände, mit schönen langen Fingern. Diese eleganten Hände hatten sie befreit und ihr nichts angetan. Immer noch wartete sie darauf, dass er sie anschreien würde. Dann wartete sie darauf, dass er etwas sagen würde. Schließlich wartete sie darauf, dass er sie einfach ansehen würde. Er hatte wunderschöne Haare, dachte sie in der Stille. Sie hingen bis auf die Schultern hinab und waren voller unterschiedlicher Farben, manche Strähnen goldblond, andere tiefrot oder dunkelbraun. Was für eine Farbe hatten wohl seine Augen? Ihr seid nicht der... Ihre Stimme versagte, als mahnte, an die Zitrine. Wahrlich, sie konnte Wärme in ihrem Leib spüren, als er sie ansah. Ich bin nicht der, den du erwartet hast. Oh, seine Stimme, weich und freundlich. Die Umstände haben sich verändert und ich habe den Platz meines Bruders eingenommen. Er legte sich die Hand auf die breite Brust. Mein Name ist Puri. Sie neigte den Kopf zur Seite. Ob schon er ihr vollkommen fremd und ungefähr doppelt so groß war wie sie, wusste sie ohne jeden Zweifel, dass er ihr keinen Schaden zufügen würde. Sie berührte ihr Gesicht. Vielleicht wollte er sie nun, da er wusste, wie sie aussah nicht mehr. Gefiel sie ihm nicht? Gütige Jungfrau, worüber sorgte sie sich? Sie wollte sich doch gar nicht mit ihm vereinigen, mit niemandem. Es würde schmerzen, die Direktrice hat ihr das gesagt, und gleich wie schön dieser Bruder war, er war ihr ein völlig Unbekannter. Keine Sorge, sagte er rasch, als könne er in ihren Gedanken lesen, wir werden nicht... Sie presste den Vorhang noch enger an sich. Werden wir nicht? Nein. Kormia senkte das Kinn, aber dann werden alle erfahren, dass ich euch enttäuscht habe. Du hast mich, du enttäuscht niemanden. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar, die dicken Strähnen leuchteten im Kerzenschein. Was soll's, wenn die Zeremonie heute nicht vollendet wird? Wir haben Zeit. Dann runzelte er die Stirn und sah sich um. Hey, hast du Lust, hier abzuhauen? Ihre Augenbrauen schnellten nach oben. Und wohin? Die Lage ist doch folgendermaßen. Ich bin der primal, richtig? Also gilt, was ich sage. Er sah sie ruhig an. Ich meine, du kennst dich da besser aus als ich. Liege ich damit falsch? Nein, ihr habt hier die Oberherrschaft. Nur die Jungfrau der Schrift steht über euch. Er stieß sich von der Wand ab. Dann gehen wir spazieren. Uns ein bisschen besser kennenzulernen ist das Mindeste, was wir in unserer Situation tun können. Ich habe kein Gewand. Nimm den Vorhang. Ich drehe mich so lange um. Er wandte ihr den Rücken zu und bald darauf stand sie auf und wickelte den Stoff um ihren Körper. Niemals hätte sie das geahnt, dachte sie, weder dass der primal ein anderer sein würde, noch seine Freundlichkeit oder seine Schönheit. Denn in der Tat war er ihren Augen wohlgefällig. Ich bin so weit. Er marschierte zur Tür und sie folgte ihm. Als sie ihm nahe war, wirkte er sogar noch größer, aber er roch wundervoll, dunkle Gewürze, die in ihrer Nase kitzelten. Als er die Tür aufzog und sie die weiße Aussicht erblickte, zögerte sie. Was ist denn? Ihre Schmach war schwer in Worte zu kleiden. Ihre Erleichterung kam ihr selbstsüchtig vor und sie sorgte sich, dass ihr Makel auf die Gesamtheit der Auserwählten zurückfallen würde. Ihr Magen zog sich zusammen. Ich bin meiner Pflicht nicht nachgekommen. Sehr lange sah er sie nur an. Wie lautet der Name? Komm ja. Gut, komm ja. Weißt du was? Vergiss den Spaziergang. Ich habe eine andere Idee. Einbrüche gehörten zu Vicious Spezialitäten. Er war Experte für Safes, Autos, Schlösser, Häuser und Büros. Genauso geschickt mit professioneller wie improvisierter Ausrüstung. Alles null Problem. Die Tür zum feudalen Bürotrakt des St. Francis zu knacken, war also ein Kinderspiel. Beim Hereinschlüpfen achtete er darauf, sein mies aufrecht zu erhalten, dass die Überwachungskameras vernebelte und dafür sorgte, dass er von den wenigen Leuten, die sich um die Uhrzeit noch in dem Verwaltungsgebäude aufhielten, nicht bemerkt wurde. Mann, das war ein echt schicker Bau hier, riesiger Empfangsbereich, alles hochherrschaftlich, mit holzgetäfelten Wänden und Orientteppichen und allem drum und dran. Er rieb sich über das Brustbein. Zeit sich um den guten Dr. Manello zu kümmern. Vicious blieb stehen und schielte um den Türpfosten herum in das riesige Büro. Der Mensch saß an einem imposanten Schreibtisch und wühlte in irgendwelchen Unterlagen, obwohl es zwei Uhr morgens war. Jetzt runzelte er die Stirn und blickte auf. Wer ist da? Bring ihn nicht um. Das würde Jane total auf die Palme bringen. Aber Vicious hätte es so gern getan. Er konnte das Bild von dem Kerl, der vor Jane auf den Knien lag, nicht verscheuchen und es verbesserte seine Laune kein bisschen. Wenn jemand ihre Frauen anbaggerte, machten gebundene Vampire gern den Deckel drauf, den Sargdeckel. Vicious schob die Tür ganz auf, wühlte sich in den Kopf des Mannes und ließ ihn erstarren wie eine gefrorene Rinderhälfte. Du hast Bilder von meinem Herzen, Doc, und die brauche ich zurück. Wo sind sie? Der Kerl blinzelte. Hier, auf meinem Schreibtisch. Wer sind sie? Die Frage kam überraschend. Normalerweise verfügten Menschen nicht mehr über unabhängiges Denkvermögen, wenn sie so lahmgelegt wurden. Vicious stellte sich vor den Schreibtisch und betrachtete das Meer von Papier. Wo genau? Die Augen des Mannes bewegten sich in die linke obere Ecke. Mappe. Dort. Vicious fand die Mappe und klappte sie auf. Die Computerdateien, wo sind die? Weg. Wer sind? Das geht dich nichts an. Mann, der Typ war aber auch hartnäckig. Andererseits wurde man auch nicht Chefarzt, weil man ein überzeugter Lahmarsch war. Wer weiß sonst noch von diesen Bildern? Jane. Wer sonst noch? Niemand, soweit ich weiß, hab versucht, sie an die Columbia zu faxen. Ging nicht durch. Wer sind sie? Der Weihnachtsmann. Nur, um auf Nummer sicher zu gehen, durchwühlte Vicious den Kopf des Arztes. Da war eigentlich nichts. Zeit, einen Abflug zu machen. Vicious warf einen letzten Blick auf seinen Rivalen. Der Arzt starrte ihn verwirrt, aber nicht verängstigt an, die dunkelbraunen Augen aggressiv und intelligent. Gerade als Vicious sich umdrehen wollte, hatte er eine Vision. So glasklar, wie sie früher gewesen waren, bevor seine Vorahnungen versiegt waren. Eigentlich war es keine Vision. Es war ein Wort, das überhaupt keinen Sinn ergab. Bruder. Seltsam. Vicious schrubbte das Gedächtnis des Arztes gründlich sauber und dematerialisierte sich. Kapitel 23 Vielleicht ist das doch keine so tolle Idee, dachte Puri, als er im Haus der Bruderschaft im Türrahmen des Zimmers stand, das neben seinem lag. Wenigstens waren die restlichen Bewohner anderweitig beschäftigt, sodass er bisher noch niemandem begegnet war. Ihm gegenüber saß Kormia auf der Bettkante, den Vorhang vor die Brüste gepresst, die Augen weit aufgerissen. Sie war so verstört, dass er sie am liebsten zurück auf die andere Seite gebracht hätte, aber was sie dort erwartete, war kein bisschen besser. Er wollte nicht, dass sie dem Erschießungskommando der Direktrice gegenübertreten musste. Wenn du irgendetwas brauchst, ich bin nebenan. Er drehte sich zum Flur um und zeigte nach links. Du kannst einfach einen Tag oder zwei hierbleiben und dich ausruhen, ein bisschen Zeit für dich haben. Klingt das gut? Sie nickte, ihr blondes Haar fiel ihr über die Schultern. Er stellte fest, dass es eine hübsche Farbe hatte, besonders im gedämpften Schein der Nachttischlampe. Es erinnerte ihn an poliertes Kiefernholz, ein sattes, glänzendes Gelb. Ihr Blick wanderte nach links und rechts, dann wieder zu ihm. Du bist hier in Sicherheit kaum ja. Hier kann dir nichts zustoßen. Alleingelassen ließ sie sich auf das Bett fallen. Gütige Jungfrau. Sie kam sich winzig vor. Winzig auf der großen Matratze. Winzig in diesem riesigen Raum. Winzig vor dem wuchtigen Eindruck der ganzen Farben und Formen um sie herum. Genau das hatte sie sich ja gewünscht. Während der Besichtigungszeremonie hatte sie sich gewünscht, winzig zu sein. Leider fühlte sie sich dabei nicht so wohl, wie sie gehofft hatte. Nun war sie an dem Ort, den zu erreichen sie gebetet hatte. Und sie wollte nur noch nach Hause. Kapitel vierundzwanzig Puri bröselte roten Rauch in ein Blättchen, leckte es an und drehte den Joint zu. Zündete ihn an und ließ sich in die Kissen sinken. Seine Prothese hatte er abgelegt und an den Nachttisch gelehnt, und er trug einen königsblau-blutroten Morgenmantel. Sein Lieblingsstück. Wieder zurück in seinem Zimmer zu sein, hatte ihn beruhigt. Noch mehr roter Rauch hatte ihn beruhigt. Die Direktrice, wieder von der Decke zu pflücken, hatte ihn nicht beruhigt. Die Frau war ungefähr eine halbe Stunde nach ihm und Cormier im Haus aufgetaucht und hatte einen Riesenwirbel veranstaltet, weil eine ihrer Auserwählten fehlte. Puri hatte sie in die Bibliothek gebracht und dem Beisein Raths erklärt, dass alles in bester Ordnung war. Er hatte es sich einfach nur anders überlegt und ein bisschen Zeit mit ihr hier verbringen wollen. In unangenehm hochmütigem Tonfall hatte sie ihn darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie als Repräsentantin der Auserwählten verlangte, mit Cormier über das, was im Tempel vorgefallen war, zu sprechen, um zu ermitteln, ob die Primalszeremonie wirklich abgeschlossen war. Soweit käme es noch. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht hatte Puri die P-Bombe gezündet und die Zicke daran erinnert, dass er ihr als Primal keinerlei Rechenschaft schuldig war und dass er und Cormier dann wieder zurück auf die andere Seite kämen, wenn ihm verdammt nochmal danach wäre und keinen Augenblick früher. Ihre Augen hatten hasserfüllte Blitze ausgesandt, als sie sich verneigte und dematerialisierte. Zur Hölle mit ihr befand er und zog ernsthaft in Betracht, sie vor die Tür setzen zu lassen. Er war sich zwar nicht ganz sicher, wie sowas vonstatten ging, aber jemand wie sie sollte lieber nicht das Kommando haben. Sie war bösartig. Er stieß den Rauch aus und rieb sich geistesabwesend über das rechte Bein, dort, wo es unterhalb des Knies endete. Es war wund, aber das war es meistens gegen Ende der Nacht. Das Klopfen an der Tür überraschte ihn. »Komm rein!« An der Art und Weise, wie die Tür geöffnet wurde, erriet er, wer es war, zaghaft und nur einen Spalt breit. »Komm, ja!« »Bist du das?« Er setzte sich auf, wobei er die Decke über seine Beine zog. Ihr blonder Kopf tauchte auf, aber ihr Körper blieb im Flur. »Alles okay bei dir?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf. In der alten Sprache sagte sie, »Wenn es gestattet wäre, dürfte ich bitte eure Kammer betreten, Herr?« »Aber natürlich, und du musst nicht so förmlich fragen.« Rasch schlüpfte sie herein und schloss die Tür. In all den weißen Stoff gehüllt wirkte sie so zerbrechlich, mehr wie ein Kind als eine Frau, die schon die Wandlung hinter sich hatte. Sie verbeugte sich tief und sprach aus dieser Haltung heraus, »Euer Gnaden, ich bin...« Er wollte vom Bett rutschen, da fiel ihm ein, dass er seine Prothese nicht angeschnallt hatte. Also blieb er, wo er war, unsicher, wie sie reagieren würde, wenn sie erführe, dass ihm ein Körperteil fehlte. »Sprich einfach mit mir. Was brauchst du?« Sie räusperte sich. »Ich bin eure Partnerin, oder?« »Äh, ja.« »Sollte ich mich dann nicht in eurer Kammer aufhalten?« Er zog die Augenbrauen hoch. »Komm, ja. Du musst dir keine Gedanken über die Direktris oder die anderen machen, weil du glaubst, deine Pflicht nicht zu erfüllen. Niemand wird erfahren, was du hier machst.« »Oder nicht machst, in diesem Fall.« Er sah sich um und überlegte, wo man ein Feldbett aufstellen könnte. »Hier ist ausreichend Platz für eine Extra-Liege, aber das Bett ist groß genug für uns beide.« In Zeitlupe wandte Puri räusperte ihr den Kopf zu. Dann blinzelte er. »Äh, genau.« »Wir werden es miteinander teilen.« Immer noch hielt sie den Blick gesenkt, doch aus ihrer Stimme klang eine verblüffende Entschlossenheit heraus. »Dann werde ich zumindest sagen können, dass ich neben euch gelegen habe.« »Ach, darum ging es also.« »Okay.« Sie nickte und ging um das Bett herum auf die andere Seite. Dort schlüpfte sie unter die Decke und kauerte sich mit dem Gesicht zu ihm zusammen. Puri drückte seinen Joint aus und beschloss, ihnen beiden einen Gefallen zu tun und auf der Decke zu schlafen. Doch vorher musste er noch ins Bad. Verdammt! Naja, früher oder später müsste sie ja von seinem Bein erfahren. Er schob die Decke zur Seite, legte seine Prothese an und stand auf. Da hörte er ein Zischen, spürte ihren Blick auf sich und dachte, »Gütige Jungfrau, das muss sie ja zu Tode erschrecken.« Als Auserwählte war sie an Vollkommenheit gewöhnt. »Mir fehlt ein Unterschenkel.« »Ach, nee.« »Bin gleich zurück.« Erleichtert machte er die Badezimmertür hinter sich zu und beschäftigte sich länger als üblich mit Zahnbürste, Zahnseide und Seife. Als er sich dabei ertappte, wie er die Wattestäbchen neu sortierte und das Medizinschränkchen aufräumte, ermahnte er sich selbst, dass er irgendwann ohnehin wieder raus musste. Er öffnete die Tür. Sie lag genauso da wie vorher, ganz an den Rand gequetscht und hatte ihm das Gesicht mit offenen Augen zugewandt. Er wünschte sich, sie würde aufhören, ihn anzustarren, besonders, als er die Prothese abschnallte und sich auf der Decke ausstreckte. Um das Bein zu verdecken, klappte er eine Ecke der Bettdecke darüber, dann versuchte er, eine bequeme Position zu finden. So ging das nicht, ihm war kalt. Er schielte zur Seite, um den Abstand zwischen ihnen abzuschätzen. Die Matratze hatte die Größe eines Fußballfeldes. Da war so viel Platz, dass sie ebenso gut in einem anderen Zimmer hätte liegen können. Ich mache jetzt das Licht aus. Als ihr Kopf sich auf dem Kissen einmal hoch und wieder herunterbewegte, schaltete er die Lampen aus und schlüpfte unter die Decke. In der schwarzen Leere lag er starr neben ihr. Noch nie hatte er mit jemandem in einem Bett geschlafen. Gut, das eine Mal während Bellas Triebigkeit mit Batsch und Wischers, aber nur, weil sie alle praktisch im Koma vorgelegen hatten. Außerdem waren sie alle Männer, wohingegen, also, Kormia war definitiv kein Mann. Er atmete tief ein. Er, ihr Jasmin-Duft verriet sie zweifelsfrei. Entschlossen machte er die Augen zu. Er hätte wetten mögen, dass sie sich genauso unbeholfen und verlegen fühlte wie er. Mann, das würde ein langer Tag werden. Er hätte wirklich bei dem Plan mit dem Feldbett bleiben sollen. Kapitel fünfundzwanzig Kormia fühlte das Bett wackeln, als der Primal sich umdrehte. Schon wieder. So ging das nun schon seit Stunden. Sie hatte den ganzen Tag nicht geschlafen und er gewiss auch nicht, außer, er hätte sich im Schlaf so herumgewälzt. Er stieß ein Murmeln aus und zuckte zusammen, schlug mit seinen schweren Gliedmaßen um sich. Es war, als könne er keine angenehme Position finden. Trotz seiner Ruhelosigkeit empfand sie seine Anwesenheit als tröstlich. Bei ihm fühlte sie sich sicher, obschon sie ihn nicht wirklich kannte. Weder machte der Primal einen Satz, stöhnte und Kormia schrack zusammen, als seine Hand auf ihrem Arm landete. Und er schien ebenfalls verblüfft. Er stieß eine Art fragendes Knurren aus, dann strich er mit der Handfläche auf und ab, als versuchte er zu ergründen, was da bei ihm im Bett lag. Sie erwartete, dass er die Hand zurückziehen würde. Doch stattdessen hielt er ihren Arm fest. Vor Schreck teilten sich Kormias Lippen, als er tief in der Kehle ein Geräusch machte und sich durch die Laken wühlte. Seine Hand rutschte von ihrem Arm auf ihre Taille. Als hätte sie irgendeine Form von Test bestanden, rollte er sich an sie heran, rückte gegen ihre Hüfte. Seine Hand begann wieder zu wandern und ehe sie wusste, wie ihr geschah, war das Behelfsgewand gelockert und von ihrem Körper entfernt worden. Jetzt knurrte er noch lauter und zog sie dicht an sich heran, sodass das Harte auf ihrem Oberschenkel zu liegen kam. Sie keuchte, doch es blieb keine Zeit zu denken oder zu reagieren. Seine Lippen fanden ihren Hals und saugten an der Haut und das Gefühl löste eine tiefe Wärme in ihrem Körper aus und dann begannen seine Hüften zu stoßen. Die Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen verursachten zwischen ihren Beinen ein angenehmes Prickeln, etwas Dunkles und Verlangendes flackerte in ihrem Bauch auf. Ohne Vorwarnung umklammerte er sie mit beiden Armen und rollte sie auf den Rücken. Sein prachtvolles Haar fiel ihr über das Gesicht. Sein kräftiger Oberschenkel schob sich zwischen ihre und er bestieg sie. Durch das abwechselnde Wölben und Durchdrücken seines Rückens rieb er das an ihr, was sie als sein Geschlecht erkannte. Er war riesengroß auf ihr, trotzdem hatte sie keine Angst. Was auch immer dazwischen ihnen geschah, sie wollte es, hungerte danach. Zaghaft legte sie ihm die Hände auf den Rücken. Die Muskeln entlang seiner Wirbelsäule waren gewaltig und ihr Spiel war unter der Seide des Morgenmantels deutlich zu spüren. Erneut knurrte er, als sie ihn berührte, als gefiel es ihm, ihre Hände auf sich zu spüren und gerade als sie sich fragte, wie seine bloße Haut sich wohl anfühlen würde, hob er den Oberkörper an und entkleidete sich. Dann lehnte er sich etwas zur Seite, nahm ihre Hand in seine und legte sie zwischen ihre beiden Leiber auf sich selbst. Beide keuchten sie bei der ersten Berührung auf und einen Moment lang empfand sie das reinste Erstaunen ob seiner Haut und der Kraft, die in diesem Glied zu stecken schien. Aus purem Reflex hielt sie ihn fest, als ein heißer Blitzstrahl durch ihre Schenkel fuhr. Doch da schrie er auf und seine Hüften stießen nach vorn und was in ihrer Hand lag begann zu zucken. Etwas warmes Feuchtes schoss von irgendwo hervor und ergoss sich über ihren Bauch. Oh liebe Jungfrau. Hatte sie ihn verletzt? Auf Cormea liegend, ihre Hand um seinen Schwanz und mitten in einem Orgasmus wachte Puri auf. Er versuchte, den Höhepunkt zu stoppen, rang um Beherrschung der erotischen Strömungen, die durch ihn durch rasten, war aber machtlos dagegen, obwohl er merkte, dass er auf ihr kam. Sobald die Empfindungen vorbei waren, schnellte er zurück. Und dann mit entsetzter Miene starrte sie ihn an. Wofür? Mist, seine Stimme war weg. Und eigentlich sollte er sich bei ihr entschuldigen. Ich habe dir wehgetan. Du blutest. Ach, du lieber Himmel. Ähm, das ist kein Blut. Er schob die Decke beiseite, um aufstehen zu können, stellte fest, dass er splitternackt war und musste unter der Decke nach dem Morgenmantel wühlen. Hektisch zog er das Ding über, schnallte die Prothese an und sprang aus dem Bett, um aus dem Bad ein Handtuch zu holen. Als er zurück zum Bett kam, konnte er sich ungefähr ausmalen, wie gern sie das Zeug auf sich loswerden würde. Da fiel sein Blick auf den Vorhang auf dem Fußboden. Na, ganz toll. Nackt war sie also auch noch. Fantastisch. Am besten wisch du das selbst ab. Er wandte den Kopf ab und streckte ihr das Handtuch hin. Nimm das dazu. Aus dem Augenwinkel beobachtete er, wie sie sich verlegen unter der Decke zu schaffen machte und abscheu vor sich selbst stieg in ihm auf. Großer Gott! Er war ein Wüstling, so über die arme Frau herzufallen. Als sie ihm das Handtuch zurückgab, sagte er, du kannst nicht bei mir bleiben. Es ist nicht richtig. solange wir hier im Haus sind, bleibst du in dem anderen Zimmer. Es entstand eine kurze Pause. Dann sagte sie, ja, euer Gnaden. Kapitel 26 Als die Nacht hereinbrach, stand John in der unterirdischen Turnhalle, in einer Reihe mit den restlichen Schülern, einen Dolch in der rechten Hand, die Füße in Angriffsstellung. Dann pfiff Sadis durch die Zähne und John und alle anderen begannen die Übung. Mit der Waffe einen Bogen über den Brustkorb beschreiben, blitzschnell zurückziehen, Schritt nach vorn und zustechen unterhalb der Rippen. John, aufpassen! Scheiße, er vermasselte alles. Schon wieder. Er kam sich blind und nutzlos vor, fand den Rhythmus der einzelnen Positionen nicht. Sein Gleichgewicht war jenseits von gut und böse, Arme und Beine wollten einfach nicht gehorchen. John, stopp! Seidest trat hinter ihn und führte seine Arme. Meine Damen, zurück in die Ausgangsstellung! John ging in Position, wartete auf den Pfiff und versagte. Schon wieder. Als Seidest erneut auf ihn zukam, konnte John ihm nicht in die Augen sehen. Lass uns mal was ausprobieren. Seidest nahm John die Klinge ab und legte sie ihm in die linke Hand. John schüttelte den Kopf. Er war Rechtshänder. Probier's einfach mal! Angriffsposition, Pfiff, wieder! Wie durch ein Wunder bekam John die Bewegungsabfolge so reibungslos hin wie ein Pianist einen Klavierakkord. Alles lief völlig harmonisch. Arme und Beine taten, was sie tun sollten. Der Dolch lag perfekt in seiner Hand. Die Muskeln spielten geschmeidig zusammen. Er lächelte, bis er Sadists Blick begegnete. Der Bruder sah ihn komisch an, schien sich dann aber wieder zu fangen. Besser, John. Viel besser! John betrachtete die Klinge in seiner Hand. Und noch mal die Herrschaften, rief Sadist. Noch dreiundzwanzig Mal übten sie die Abfolge. Dann trainierten sie eine andere. Sadist schritt die Reihe ab, korrigierte Haltungen, bellte Befehle. John musste er nicht einmal ansprechen. Alles klappte wie von selbst. Die Goldadere war angezapft. Nach dem Unterricht steuerte John auf den Umkleideraum zu, doch Sadist rief ihn zurück und führte ihn in den Ausrüstungsraum vor den verschlossenen Schrank, in dem die Dolche aufbewahrt wurden. Von jetzt an benutzt du den hier. Sadist reichte ihm eine Klinge mit einem blauen Griff. Der ist für Linkshänder. John probierte ihn aus und fühlte sich noch stärker. Schon wollte er dem Bruder danken, da stutzte er. Sadist betrachtete ihn mit dem gleichen seltsamen Ausdruck wie vorhin in der Halle. John steckte sich die Waffe in den Gürtel seines G und fragte Was ist denn? Ist das nicht gut? Sadist rieb sich mit der Hand über den geschorenen Schädel. Frag mich mal, wie viele Kämpfer Linkshänder sind. John stockte der Atem. Ein seltsames Gefühl stieg in ihm auf. Wie viele? Ich kannte nur einen. Frag mich, wer das war. Wer war er? Darius war Linkshänder im geschorenen Schädel. Frag mich mal, wie viele Kämpfer Linkshänder sind. John stockte der Atem. Ein seltsames Gefühl stieg in ihm auf. Wie viele? Ich kannte nur einen. Frag mich, wer das war. Wer war er? Darius war Linkshänder. John starrte seine linke Hand an. Sein Vater. Und du bewegst dich auch wie er, murmelte Sadist. Es ist, als hätte man ihn vor sich. Echt? Ja, er war sehr geschmeidig, wie du. Ist ja auch egal. Sadist klopfte ihm auf die Schulter. Ein Linkshänder. Wer hätte das gedacht? John sah dem Bruder nach, dann betrachtete er wieder seine Hand. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wie sein Vater wohl Was er nicht alles für ein paar Informationen über diesen Mann gegeben hätte. Vielleicht konnte er eines Tages Sadist danach fragen, obwohl er Angst hatte, sich mit seinen Gefühlen auseinander zu setzen. Ein Mann sollte sich so etwas nie anmerken lassen, besonders nicht vor einem Bruder. Jane setzte den Wagen rückwärts in die Garage. Bei geschlossenem Garagentor stieg sie aus dem Auto. Sie war aufgeregt, Wische es zu sehen, aber auch erschöpft. Die ganze vorangegangene Nacht hatten sie alles Mögliche gemacht, nur nicht geschlafen. Und sie hatte einen langen Tag hinter sich. Beim Hereinkommen rief sie, tut mir leid, dass ich so spät bin. Kein Problem, kam es aus dem Wohnzimmer. Sie ging um die Ecke und erstarrte. Vicious saß im Dunkeln auf der Couch, die Beine übereinander geschlagen. Neben ihm lag seine Lederjacke und außerdem ein Strauß Kalalilien. Er war so reglos wie ein gefrorener See. Ach, verdammt! Hallo, sagte sie und ließ Mantel und Tasche auf den Esstisch fallen. Hey! Er stellte die Beine nebeneinander und stützte die Ellbogen auf die Knie. Alles im Lot in der Klinik? Ja, einfach nur viel los. Sie setzte sich neben den Blumen aufs Sofa. Die sind aber schön. Er unterbrach sie mit erhobener Hand. Du siehst müde aus. Ich glaube, das Netteste, was ich für dich tun kann, ist, dich ins Bett zu bringen. Sie lehnte sich zurück und streichelte sanft eine der Blumen mit dem Zeigefinger. Es gefiel ihr, dass er nicht stinknormale Rosen genommen hatte. Oder auch die weißen Colors, die sie hier hatten, einen satten Pfirsichton. Ungewöhnlich, wunderschön. Ein Gähnen stieg in ihrer Kehle hoch und zwang ihren Mund auf. Mann, war sie müde. Vicious stand auf und streckte ihr die Hand entgegen. Hab mit dir, du kannst ein bisschen neben mir schlafen. Sie ließ sich von ihm nach oben führen, ausziehen und unter die Dusche stellen. Erwartungsvoll sah sie ihn an, aber er schüttelte den Kopf. Oh nein, wenn ich damit anfange, halte ich dich die nächsten zwei Stunden auf den Beinen. Sein Blick heftete sich auf ihre Brüste und die Augen leuchteten auf. Ach, verdammt, ich, ich warte einfach draußen. Sie lächelte, als er die gläserne Duschtür schloss und seine große schwarze Gestalt ins Schlafzimmer trabte. Zehn Minuten später kam sie aus dem Bad, geschrubbt, Zähne geputzt und in einem ihrer Nachtschirts. Vicious hatte das Laken geglättet, die Kissen aufgeschüttelt und die Decke zurückgeklappt. Rein da, befahl er. Ich hasse es zu gehorchen, murmelte sie. Aber bei mir tust du es, ab und zu. Sanft tätschelte er ihr das Hinterteil, als sie ins Bett stieg. Hinlegen. Sie machte es sich gemütlich und er ging um das Bett herum und legte sich auf die Decke. Als er seinen Arm unter ihren Kopf schob und sie sich an ihn kuschelte, dachte sie, wie gut er doch roch. Und diese Hand, die ihr beruhigend über den Bauch strich, war einfach göttlich. Er küsste sie auf die Stirn und jetzt Schlaf. Sie musste dem Befehl Folge geleistet haben, denn etwas später merkte sie, dass er von ihr wegrutschte. Genicht! Ich muss, ich laufe in der Innenstadt Patrouille. Er beugte sich zu ihr herunter und strich ihr mit den Lippen sanft über die Stirn. Hier! Er zog sein langärmeliges T-Shirt aus, knüllte es zusammen und legte es ihr unter die Wange. Tu einfach so, als wäre ich da. Sie atmete tief ein, erschnupperte den Bindungsduft und war ein bisschen besänftigt. Als er aufstand, sah er so stark aus, unbesiegbar wie ein Superheld. Und doch war er aus Fleisch und Blut. Bitte, sei vorsichtig, immer doch, wieder beugte er sich zu ihr herunter und küßte sie. Ich liebe dich. Er wollte sich aufrichten, doch sie hielt ihn am Arm fest, auch wenn sie keine Worte fand. Das Schweigen sagte genug. Ein letzter Kuss, dann ging er zur Tür. Während sie seinen Schritten lauschte, drückte sie ihr Gesicht in sein T-Shirt und schloss die Augen. Mit perfektem, miserablem Timing hörte sie das Garagentor der Nachbarwohnung rattern. Auf halbem Weg blieb es hängen. Der Mechanismus heulte so laut, dass ihr Bett vibrierte. Sie boxte ins Kissen und drehte sich um. Am liebsten hätte sie geschrien. Vicious war nicht gerade bester Laune, als er seine Dolche umschnallte. Er war zerstreut, irgendwie wütend, unglücklich und musste dringend eine rauchen und sich am Riemen reißen, bevor er sich auf den Weg in die Innenstadt machte. Er stand total neben sich. Vicious, warte! Janes Stimme ertönte von oben, als er sich gerade dematerialisieren wollte. Warte noch kurz! Er hörte sie die Treppe hinunterspringen, dann kam sie um die Ecke, sein T-Shirt, das sie rasch übergezogen hatte, ließ sie wie ein Kind aussehen. Der Saum reichte fast bis zu den Knien. Was? Ich habe eine Idee, eine verrückte! Mit ihren hochroten Wangen und den vor Begeisterung leuchtenden Augen war sie das Schönste, was er jemals gesehen hatte. Was, wenn ich bei dir einziehen würde? Er schüttelte den Kopf. Das fände ich toll, aber... Und als Privatärztin der Bruderschaft arbeiten würde? Ach du... Was? Ihr bräuchtet eigentlich unbedingt einen Arzt auf dem Anwesen. Du meintest doch, dass es mit diesem Havers Schwierigkeiten gibt. Tja, da könnte ich aushelfen. Du hast gesagt, dass es mindestens drei bis vier Verletzungen pro Woche innerhalb der Bruderschaft gibt, oder? Er starrte sie an und vergaß völlig weiter zu atmen. Unsicher zog sie den Kopf ein. Bitte sag... Da zog er sie an seine Brust und zerquetschte sie beinah. Er... Ja, wenn Rath einverstanden ist und du willst... Ja. Erleichtert schlang sie die Arme um seine Talie. Zärtlich musterte ihr Gesicht. Er liebte ihre ausgeprägten Züge und das kurze Haar und die durchdringenden waldgrünen Augen. Weißt du, ich hätte dich niemals darum gebeten, alles, was du hier hast, für mich wegzuwerfen. Und das ist nur einer der Gründe, warum ich dich liebe. Erzählst mir die anderen später? Vielleicht. Sie schob die Hand zwischen seine Beine, was ihn total schockierte und ihm den Atem verschlug. Ich könnte sie dir auch zeigen? Ohne zu zögern legte er seinen Mund auf ihren und stieß seine Zunge in sie hinein, während er sie gleichzeitig mit dem Rücken an die Wand drängte. Sein Handy klingelte und klingelte und klingelte. Vicious hob den Kopf und sah durch das Fenster neben der Wohnungstür. Rage stand auf dem Rasen vor dem Haus, das Handy am Uhr und starrte zurück. Betont schaute er auf seine Uhr, dann zeigte er Vicious den Mittelfinger. Genervt steckte Vicious eine Faust in den Verputz und drückte von Jane ab. Ich komme später wieder. Sei nackt. Würdest du mich nicht lieber ausziehen? Nein, denn dann würde ich das T-Shirt in Fetzen reißen und ich möchte, dass du so lange darin schläfst, bis du bei mir wohnst. Sei nackt. Wir werden sehen. Sein gesamter Körper pochte bei dieser Befehls Verweigerung und sie wusste es genau. Ihr Blick war ruhig und erotisch. Himmel, ich liebe dich, sagte er. Ich weiß und jetzt hau ab und töte etwas. Ich warte hier auf dich. Er lächelte sie an. Ich könnte dich beim besten Willen nicht noch mehr lieben. Dito. Er küsste sie und dematerialisierte sich nach draußen neben Rage, nicht ohne sicherzustellen, dass ein mies über ihnen hing. Na super. Es regnete. Mann, er würde sich jetzt so viel lieber mit Jane in ihr Bett kuscheln, statt mit seinem Bruder abzuhängen. Er konnte sich einen giftigen Blick Richtung Rage nicht verkneifen. Als hätten dich fünf kleine Minuten umgebracht. Ach bitte. Wenn du damit erst mal anfängst, dann stehe ich hier bis zum Sommer. Plötzlich runzelte Vicious die Stirn und wandte dem Kopf Janes Nachbarwohnung zu. Das Garagentor stand halb auf und klemmte. Man konnte Bremslichter sehen. Dann hörte man eine Autotür knallen und der flüchtige Hauch eines süßlichen Geruchs wehte herüber wie Puderzucker, der im Wind verstreut wird. Ach, verflucht! Nein, genau in diesem Augenblick riss Jane die Haustür auf und kam herausgerannt. Seine Lederjacke in der Hand. Die hast du vergessen. Es war ein schrecklicher Volltreffer. Eine Aufdeckung aller Einzelteile, die er bisher nur als Fragmente gesehen hatte. Der Traum war im realen Leben angekommen. Nein, schrie er. Die Szene spielte sich in wenigen Sekunden ab, die jedoch Jahrhunderte zu dauern schienen. Jane rannte über das Gras. Er ließ das mies ihn überwältigte. Ein Lesser duckte sich mit gezogener Pistole unter dem Garagentor durch. Der Schuss machte wegen des Schalldämpfers kein Geräusch. Vicious sprang auf Jane zu, versuchte sie mit seinem Körper abzuschirmen. Er schaffte es nicht. Sie wurde in den Rücken getroffen und die Kugel kam auf der anderen Seite wieder heraus, durchbrach ihr Brustbein, bohrte sich in seinen Arm, er fing sie auf, als sie stürzte. Seine eigene Brust brannte vor Schmerz. Als sie zu Boden sanken, nahm Rage die Verfolgung des Lesser auf, was Vicious nicht bewusst wahrnahm. Er erkannte nur seinen ewigen Albtraum, Blut auf seinem Shirt, sein Herz brüllend vor Schmerz. Der Tod kam. Aber nicht für ihn. Für Jane. Vicious ihre Augen schwammen. Sie verlor rasch an Farbe. Halt meine Hand. Verlass mich nicht. Du darfst mich nicht. Du wirst wieder gesund. Er wollte sie aufheben. Ich bringe dich zu Hayvers. Vicious Halt meine Hand. Ich gehe verflucht. Ich liebe dich. Nein. Ich liebe Nein. Kapitel 27 Die Jungfrau der Schrift blickte von dem Vogel auf ihrer Hand auf. Ein plötzliches Angstgefühl erschreckte sie. Oh elendes Geschick. Oh grausames Schicksal. Es war geschehen. Das Ereignis, das sie geahnt und gefürchtet hatte. Der Zusammenbruch in der Anordnung ihrer Realität war gekommen. Ihre Bestrafung war nun manifest. Dieser Mensch, diese Frau, die ihr Sohn liebte, starb in diesem Augenblick. Sie lag in seinen Armen und verblutete. Mit zitternder Hand setzte sie die kleine Meise zurück auf den weiß blühenden Baum und taumelte zum Springbrunnen. Dort ließ sie sich auf der marmornen Kante nieder. Ihr leichtes Gewand fühlte sich an wie schwere Ketten, die um sie geschnürt wurden. Es gab nichts, was sie tun konnte. Sie, die doch Macht über alles Maß hinaus besaß, war in diesem Augenblick machtlos, da das Schicksal und die Folgen des freien Willens die alleinige Domäne ihres Vaters waren. Er und nur er kannte den Ablauf der Ewigkeit, das Kompendium der gewählten und nicht gewählten Entscheidungen, die sichtbaren und unsichtbaren Pfade. Er war das Buch und die Seite und die unauslöschliche Tinte. Sie war es nicht. Mit einem Weglagen entledigte sich die Jungfrau der Schrift ihrer Gestalt und schlüpfte aus ihrem Gewand. Der schwarze Stoff glitt zu Boden. Sie tauchte als Lichtwelle in das Wasser des Brunnens ein, trieb zwischen und mit den Wasser- und Sauerstoff Molekülen, die durch ihren Kummer aufgeladen und zum Sieden gebracht, verdampft wurden. Immer weiter dauerte diese Energieübertragung fort. Die Flüssigkeit stieg als Wolke auf, ballte sich über dem Innenhof zusammen und fiel als Tränen wieder herab, die sie nicht zu weinen vermochte. Drüben auf dem weißen Baum reckten die Vögel ihre Hälse nach den stürzenden Wassertröpfchen und dann verließen sie zum allerersten Mal als Schwarm ihren Baum und flogen zum Brunnen. Einer neben den anderen hockten sie sich auf den Rand des Beckens den Rücken dem leuchtenden brodelnden Wasser zugewandt welches die Jungfrau bewohnte. Sie bewachten sie in ihrer Trauer und ihrer Reue bewachten sie als wäre jeder einzelne von ihnen so groß wie ein Adler und ebenso wild. Sie waren wie immer ihr einziger Trost ihre einzigen Freunde. Jane sich bewusst dass sie tot war. Sie wusste es weil um sie ein Nebel lag und vor ihr jemand stand der aussah wie ihre tote Schwester. Hannah sagte sie vorsichtig denn sie wollte sich vergewissern dass sie wusste wen sie vor sich hatte. Bist du das? So ungefähr. Das Bild ihrer kleinen Schwester zuckte die Achseln. Ihr hübsches rotes Haar wurde durch ihre Schultern bewegt. Aber eigentlich bin ich nur eine Botin. Jedenfalls siehst du aus wie sie. Was du gerade siehst ist das was du im Kopf hast wenn du an sie denkst. Aha das klingt jetzt ein bisschen nach Twilight Sohn oder Moment mal träume ich etwa nur? Nein Du bist gerade entschlafen Du bist nur jetzt in der Mitte In der Mitte von was? Dazwischen Weder hier noch dort Kannst du ein bisschen präziser werden? Eigentlich nicht Die Hannah Vision lächelte ihr köstliches engelsgleiches Lächeln Aber hier ist meine Botschaft Du wirst ihn loslassen müssen Jane Wenn du Frieden finden willst musst du ihn loslassen Falls mit ihn Vicious gemeint war dann kam das nicht in Frage Du hast nur begrenzt Zeit weder hier noch dort zu sein Und was passiert dann? Dann bist du für immer verloren Die Hannah Vision wurde ernst Lass ihn los Jane Wie? Du weißt wie Und wenn du es tust dann kannst du mein echtes Ich auf der anderen Seite sehen Lass ihn los Die Botin oder was auch immer sie war verflüchtigte sich Allein gelassen sah Jane sich um Der Nebel war durchdringend so dicht wie eine Regenwolke und so endlos wie der Horizont Angst Angst Corinna hoch Das war nicht richtig Sie wollte nicht hier sein Unvermittelt stieg in ihr ein Gefühl von Dringlichkeit auf als liefe die Zeit ab Wobei sie keine Ahnung hatte woher sie das wusste Doch dann dachte sie an Vicious Wenn Loslassen bedeutete ihre Liebe für ihn aufzugeben dann war das nicht möglich Kapitel 28 Vicious raste mit Janes Audi wie der Teufel durch den Regen Auf halbem Weg zu Havers bemerkte er dass nicht Jane bei ihm im Wagen war Ihre Leiche war es Vicious nahm den Fuß vom Gaspedal und der Audi rollte noch ein Stückchen bevor er langsam zum Halten kam Die Route 22 war leer wahrscheinlich wegen des tobenden Frühlings Sturms doch er hätte auch mitten auf der Straße angehalten wenn dichter Verkehr geherrscht hätte Jane saß auf dem Beifahrersitz aufrecht angeschnallt der Sicherheitsgurt hielt sein T-Shirt als Verband auf ihrer Brust fest er wandte den Kopf nicht er konnte sie nicht ansehen sondern starrte nur unverwandt auf die doppelte gelbe Linie der Straße vor ihm flitzten die Scheibenwischer hin und her das rhythmische Klatschen klang wie eine altmodische Uhr Tick 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 Doch das Verstreichen der Zeit war nicht länger von Bedeutung genauso wenig wie seine Eile Er hatte das Gefühl er müsste auch tot sein bei diesem Schmerz in seiner Brust Tick Tick Vor ihm machte die Straße eine Kurve Der Wald reichte bis an den Seitenstreifen heran Abwesend stellte er fest dass die Bäume sehr dicht zusammen standen Sein Handy klingelte und er zog das Gerät aus seiner Lederjacke die er auf den Rücksitz geworfen hatte er schaltete es aus brach das Gehäuse auf holte den GPS Chip heraus legte ihn auf das Armaturenbrett und und zert 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 mit der Faust wo zum Henker ist er Puri zog den Kopf ein während Wrath in seinem Arbeitszimmer auf und ab tigerte und auch die anderen Brüder hielten sich außerhalb der Reichweite des Königs wenn er so in Fahrt war stand man ihm besser nicht im Weg sonst stampfte er einen in den Teppich allerdings wartete er ganz offenbar auf eine Reaktion führe ich hier beschissene Selbstgespräche wo zum Henker ist Vicious Puri räusperte sich wir wissen es nicht so genau sein GPS hat vor ungefähr zehn Minuten den Geist aufgegeben wunderbar einfach grausartig Wrath schob seine Sonnenbrille hoch und rieb sich mit einer Grimasse die Augen ihm gegenüber fluchte Rage und klappte sein Handy zu er ist immer noch nicht bei Helvas aufgetaucht hört mal vielleicht ist er irgendwo hingefahren um sie zu begraben der Boden ist gefroren aber mit seiner Hand wäre das kein Problem glaubst du wirklich dass sie tot ist murmelte Wrath soweit ich gesehen habe wurde sie mitten in die Brust getroffen als ich den Lesser erledigt hatte und zurückkam waren die beiden weg zusammen mit dem Auto ich glaube gibt es keinen Anlass zu glauben er wäre in sein Penthouse gefahren ich bin auf dem rückweg dort vorbeigefahren sagte butch er war nicht da und es bleiben nur noch zwei stunden dunkelheit jetzt setzte Wrath sich an seinen Louis Sais schreibtisch legte aber die Hände auf die Stuhllehnen als wollte er jeden Augenblick wieder aufspringen schließlich sagte er der Stift der Granate ist ausgezogen Gentleman bleibt nur die Frage was in die Luft gejagt wird Vicious wählte den Ort für den Autounfall sorgfältig er wollte nah an seinem Bestimmungsort sein doch noch weit genug weg um die Geheimhaltung zu wahren gerade als er ungefähr in Reichweite kam bot sich eine Biegung in der Straße an perfekt er legte den Sicherheitsgurt an stieg aufs Gas und konzentrierte sich der Motor des Audi heulte auf die Reifen drehten sich schneller und schneller auf der glatten Straße ziemlich bald hörte es auf ein Auto zu sein und verwandelte sich in eine riesen Ladung kinetischer Energie statt der scharfen Linkskurve zu folgen fuhr Vicious geradeaus auf den Waldrand zu wie eine wohlerzogene Kreatur ohne Überlebensinstinkt flog der Wagen aus der Kurve und hielt sich den Bruchteil einer Sekunde in der Luft die Landung katapultierte Vicious vom Fahrersitz hoch knallte seinen Kopf unter das Schiebedach des Autos und schleuderte ihn dann nach vorn Airbags explodierten aus dem Lenkrad und dem Armaturenbrett und den Türen als die Limousine durch Unterholz und junges Gehölz donnerte und die Eiche war gewaltig groß wie ein Haus und genauso stabil nur die verstärkte Fahrgastzelle des Audi bewahrte Vicious vor der Auslöschung als der vordere Teil des Wagens sich zu einem Akkordeon zusammen knautschte die Wucht des Aufpralls ließ Vicious Kopf auf seinem Hals zurückschnellen und drückte sein Gesicht dann erneut in den Airbag während ein Ast sich durch die Windschutzscheibe bohrte benommen aus Kratzern blutend die der Ast Als er tief durchatmete hörte er das Zischen des Motors und das Pfeifen der Luft die aus den Airbags strömte Mit stetiger anmutiger Teilnahmslosigkeit fiel der Regen tropfte von den Bäumen in flache Pfützen auf dem Waldboden Sobald er konnte ging er um das Auto herum zu Jane Der Aufprall hatte sie nach vorn geschleudert Ihr Blut klebte jetzt auf der Windschutzscheibe und dem Handschuhfach und dem Sitz Genau das war seine Absicht gewesen Er bückte sich ins Auto und löste ihren Gurt Dann hob er sie so vorsichtig hoch als wäre sie noch am Leben Bevor er durch den Wald loslief holte er noch seine Lederjacke aus dem Auto und deckte sie damit zu um sie vor der Kälte zu schützen Er stapfte durch den Wald wurde immer nasser und nasser bis er konnte Endlich erreichte er den Eingang einer Höhle Er machte sich nicht die Mühe zu überprüfen ob ihm jemand folgte Er wusste dass er allein war Er betrat den erdigen Schacht Der Klang des Regens wich je weiter er eindrang Blind fand er die Arretierung und betätigte den Riegel Eine drei Meter hohe Steintafel glitt zur Seite Er betrat die dahinterliegende Halle und ging auf ein Eisentor zu Den Verschlussmechanismus löste er mit seinem Geist Geräuschlos sprang die Tür auf während der Fels hinter ihm sich wieder schloss Im Inneren herrschte absolute Schwärze Mit einem raschen Gedanken ließ er einige der Fackeln an den Wänden aufflackern Dann schritt er weiter zu der Ritual- und Andachtsstätte der Grotte Zu beiden Seiten der Halle auf Regalen die sich sieben Meter hoher streckten standen tausende von Kanopen die die Herzen der von der Bruderschaft getöteten Lässer enthielten Bald darauf betrat er die Grotte ein riesiges Loch zu dem sich die ausgedehnte unterirdische Höhle weitete seinem Willen gehorchend flammten dicke schwarze Kerzen auf und erleuchteten die dolchartigen Stalaktiten die von der Decke hingen wie auch die massiven schwarzen Marmorplatten aus der die Wand hinter dem Altar bestand der Altar war primitiv aber wuchtig ein gewaltiger Felsklotz der auf zwei massiven Stützen ruhte in seiner Mitte stand der uralte Schädel des ersten Mitglieds der Bruderschaft der Black Dagger die heiligste Reliquie die die Brüder besaßen Er schob ihn beiseite und legte Jane ab Sie hatte ihre Farbe verloren und beim Anblick ihrer schlaffen weißen Hand die seitlich herunter fiel erzitterte er am ganzen Körper vorsichtig legte er den Arm wieder auf ihre Brust er zog den Handschuh von seiner leuchtenden Hand was er jetzt vorhatte verstieß gegen die Gesetze sowohl der Natur als auch seiner Spezies Die Wiederbelebung der Toten war unter keinen Umständen ein angemessenes oder zulässiges Vorhaben und nicht nur weil es die Domäne Omegas war In den Chroniken seiner Art in all diesen Bänden voller Geschichte fanden sich nur zwei Beispiele dafür und beide hatten Tragödien zur Folge gehabt Dass Jane ein Mensch war spielte keine Rolle da eine Wiederbelebung einfach nur ein Akt war durch den das Tote zurück ins Leben geholt wurde die Trennlinie war bei allen Spezies gleich das Ritual erforderte drei Dinge etwas von Omega das frische Blut eines Bruders und eine Quelle elektrischer Energie sowie einen kontrollierten Blitzstrahl oder in seinem Fall seinen beschissenen Fluch Wishes der Lesser unbekannt war wusste man doch dass Omegas Blut den Anwärtern zuerst eingefüllt wurde bevor das Herz entfernt wurde also hatte Vishes was er von ihrem Feind benötigte er betrachtete den Schädel des ersten Bruders und zögerte nicht die heilige Reliquie für einen gesetzwidrigen Zweck zu gebrauchen er zog einen seiner Dolche schnitt sich ins Handgelenk und blutete in die Silberschale die auf dem Totenkopf befestigt war danach quetschte er das Herz des Lesser mit der Faust aus schwarze Tropfen des reinen bösen quollen hervor und mischten sich mit dem Rot seines Blutes die flüssige Sünde besaß Zauberkräfte von der Art die den Regeln der Rechtschaffenden zuwider lief von der Art die Folter in Vergnügen verwandelte von der Art die den Unschuldigen Schmerz zufügte und es genoss doch in ihr lag auch die Ewigkeit und genau das brauchte er für Jane nein er wirbelte herum die Jungfrau der Schrift war hinter ihn getreten die Kapuze vom Gesicht gezogen das durchsichtige Gesicht eine Maske des Entsetzens das darfst du nicht tun er wandte sich ab und hob den Schädel neben Janes Kopf darin liegt kein Gleichgewicht kein Preis wurde gezahlt vicious zog die Lederjacke von seiner Frau der Blut fleckte runter auf seinem T-Shirt sah aus wie eine Zielscheibe mitten zwischen ihren Brüsten sie wird nicht zurückkommen wie du sie kanntest zischte seine Mutter sie wird böse sein ich liebe sie ich kann mich um sie kümmern wie ich mich um Batsch kümmere deine Liebe wird das Ergebnis nicht verändern ebenso wenig wie deine Kraft Omegas Substanz verändern kann jetzt drehte er sich zu seiner Mutter um er hasste sie und ihren albenen Yin und Yang Quatsch Blödsinn er beugte sich wieder über Jane bereit ihren Brustkorb zu öffnen damit wirst du sie verdammen sie wird nirgendwo hingehen können außer zu Omega er betrachtete Janes lebloses Gesicht ihr lächeln versuchte es auf ihrer fahlen Miene zu finden konnte es nicht er berührte ihre kalte Wange mit seiner guten Hand und überlegte was alles ergeben was er eintauschen konnte als ihm die Lösung einfiel hörte er seiner Mutter nicht mehr zu er hob seine kostbare normale Hand die mit der er Leute und Dinge anfassen konnte die so war wie sie sein sollte keine verfluchte Bürde der Zerstörung seine gute Hand er legte sie auf den Altar spreizte die Finger und drückte das Gelenk flach auf den Stein dann nahm er die Klinge seines Dolchs und legte sie auf die Haut als er sein Gewicht darauf legte glitt die scharfe Schneide geradewegs durch bis auf den Knochen Nein schrie die Jungfrau der Schrift Kapitel 29 Jane lief die Zeit davon und sie wusste das auf die gleiche Art und Weise wie sie es wusste wenn sich der Zustand eines Patienten verschlechterte ihre innere Uhr lief ab ihr Wecker begann zu piepen ich will ihn nicht loslassen sagte sie zu niemandem ihre stimme trug nicht weit und sie bemerkte dass der nebel dichter wurde so dicht dass er schon ihre füße verhüllte und dann dämmerte es ihr sie war nicht verhüllt mit kaltem entsetzen erkannte erkannte sie dass wenn sie nicht bald etwas unternahm sie sich auflösen und ihren platz innerhalb der mauern des die umgebenden nichts einnehmen würde jahe verdichtete sich der nebel noch weiter und die temperatur sank ab sie sahen sich herunter ihre beine verschwanden zuerst nur bis zu den knöcheln nun schon bis zu den waden sie versickerte ins nichts zerrann jane begann zu weinen als sie einen schluss fasste sie vergoss tränen angesichts der selbstsüchtigkeit dessen was sie tun musste doch wie sollte sie ihn loslassen immer höher kroch der nebel an ihren beinen und sie geriet in panik da endlich fand sie die antwort und sie war schmerzlich und einfach oh gott loslassen bedeutete hinzunehmen was man nicht ändern konnte man klammerte sich nicht an der hoffnung fest um eine änderung der zukunft zu erzwingen und man kämpfte auch nicht gegen die übermächtigen kräfte des schicksals an oder versuchte sie seinem willen zu unterwerfen sie war ein Leben lang atheistin gewesen und stellte fest dass sie es im tod ebenfalls war sie glaubte an nichts und nun war sie nichts und genau da passierte das wunder ein licht fiel von oben herab beschützte sie wärmte sie durchflutete sie mit etwas das genau wie ihre liebe zu visches war eine segnung als sie nach oben gezogen wurde wie ein gänse blümchen das von sanfter hand gepflückt wird erkannte sie dass sie immer noch lieben konnte wen sie liebte auch wenn sie nicht bei ihm war sie konnte ihn lieben und auf der anderen seite des lebens auf ihn warten denn die liebe war ewig und nicht den launen des todes unterworfen Jane war frei und flog empor Piuri verlor gleich den verstand allerdings musste er sich damit hinten anstellen denn alle brüder standen kurz vor dem durchdrehen besonders Budge der im arbeitszimmer auf und ab wanderte wie ein gefangener in einzelhaft keine spur von vicious kein anruf nichts und die morgend dämmerung donnerte heran wie ein güterzug Budge blieb stehen wo würde man eine beerdigung für eine Schellen abhalten brath runzelte die stirn in der grotte Budge nahm seine wanderung wieder auf die stand uhr schlug halb fünf wisst ihr was meinte er ich gehe das abchecken ich halte es hier keine sekunde länger aus jetzt stand Piuri auf ich komme mit jemand muss dir zeigen wo der Eingang ist weil Budge sich nicht dematerialisieren konnte stiegen die beiden in den Escalate keine von beiden sagte auch nur ein Wort bis Piuri vor dem Eingang zur Höhle anhielt und sie aus dem Wagen stiegen ich rieche Blut bemerkte Budge ich glaube wir haben sie im Laufschritt machten sie sich auf den Weg in den hinteren Teil der Höhle schlüpften durch den verborgenen Eingang und durch das Eisentor ein Flügel stand offen und man sah Fußspuren mitten in die Halle der Kanopen führen es hier stieß Budge erleichtert hervor auf dem Weg hinunter in die Halle beschlich Piuri eine unheilvolle Ahnung besonders als er weiter unten eine leere Stelle in einem Regal bemerkte wo eine Lässer Kanope fehlte oh nein oh bitte nicht gütige Jungfrau warte Jane riss eine Fackel von der Wand und gab sie Batsch dann nahm er sich selbst auch eine und hielt den Ex-Cop am Arm fest machte dich auf einen Kampf gefasst warum vielleicht wird Vicious sauer weil wir hergekommen sind aber doch nicht gewalttätig Jane ist diejenige auf die du aufpassen musst wovon zum Henker redest du da ich glaube er könnte versucht haben sie zurückzuholen da entlud sich ein strahlender Lichtblitz und machte den Raum taghell wie auf Kommando rasten sie beide los und stürmten in die Höhle und blieben wie angewurzelt stehen was ist das flüsterte Batsch ich ich habe keine Ahnung mitten auf der Felsplatte stand eine Skulptur eine Büste von Janes Kopf und Schultern die Plastik war aus dunkelgrauem Stein die Abbildung so exakt wie eine Fotografie hinter dem Altar hockte Wishes an die Wand der Namen gelehnt die Augen geschlossen die Hände im Schoß eines seiner Handgelenke war fest mit einem schwarzen Stoffstreifen umwickelt und einer seiner Dolche fehlte es roch nach Rauch aber es lag keiner in der Luft Wishes Batsch ging zu ihm und kniete sich neben seinen Mitbewohner Puri überließ es dem Ex-Cop sich um Wishes zu kümmern und trat an den Altar die Skulptur war ein perfektes Ebenbild Janes so real als wäre sie es tatsächlich er konnte nicht anders er musste das Gesicht berühren doch in der Sekunde in der sein Zeigefinger sie berührte verlor die Büste ihre Form verdammt sie war nicht aus Stein sondern aus Asche und jetzt lag er nur mehr ein lockerer Haufen von dem was Janes sterbliche Überreste sein mussten Puri wandte sich an Batsch bitte sagt mir dass Wishes lebt zumindest atmet er noch Puri betrachtete die Asche bringen wir sie beide nach Hause er brauchte etwas worin er Jane transportieren konnte und er würde mit Sicherheit nicht die Kanope des Lesser benutzen suchend blickte er sich um da war nichts also zog Puri sein Seidenhemd aus und breitete es auf dem Altar aus der Tag brach an und das war nicht verhandelbar Kapitel 30 zwei Tage später beschloss Puri auf die andere Seite zu gehen die Direktrice drängte auf ein Treffen und er wollte sie nicht länger hin halten Vicious war in seinem Zimmer in der Höhle er lag neben der Messingurne in die Puri schließlich Janes Asche gefüllt hatte Der Bruder hatte bisher kein Wort gesprochen und keinen Bissen zu sich genommen Unterdrückt fluchend kniete sich Puri neben sein Bett und legte sich das Primals Amulett um den Hals Mit geschlossenen Augen reiste er ohne Umweg in das Heiligtum der Auserwählten Im Amphitheater nahm Puri Gestalt an weil er sich auf der anderen Seite nicht gut auskannte und dachte das wäre ein guter Ausgangspunkt Er hatte es nicht gerade eilig der Direktrice gegenüber zu treten Um ein bisschen Zeit zu schinden entschloss er sich einen der Tempel von innen zu besichtigen Er wählte willkürlich einen aus und stieg die Marmorstufen hinauf fand die Flügeltüre aber verschlossen Stirnrunzelnd bückte er sich und begutachtete das große merkwürdig geformte Schlüsselloch einer Eingebung folgend steckte er sein Amulett hinein na wer hätte das gedacht das Ding war ein Schlüssel ohne ein Geräusch glitten die beiden Türen auf und er war überrascht von dem was er sah zu beiden Seiten an den Wänden in Reihen von bis zu sechs oder acht hintereinander standen unzählige Körbe voller Edelsteine er spazierte um die Reichtümer herum hin und wieder blieb er stehen und steckte seine Hände in die glitzernden Juwelen doch das war noch nicht alles ganz hinten am anderen Ende befanden sich diverse Glasvitrinen wie man sie aus Museen kannte die Objekte hinter Glas waren faszinierend und eindeutig aus der realen Welt da war eine altmodische Brille eine Porzellanschale orientalischer Herkunft eine Whiskeyflasche mit einem Etikett aus den 30er Jahren eine Zigarettenspitze aus Ebenholz ein Damenfächer aus weißen Federn er fragte sich wie diese Dinge wohl hierher gekommen waren manche waren ziemlich alt trotzdem aber in perfektem Zustand und natürlich blitzblank er verharrte bei einem uralten Buch das glaube ich jetzt nicht der Ledereinband war zerschlissen aber der eingravierte Titel war noch lesbar Darius Sohn des Marklon verblüfft bückte sich Puri das war Darius Buch vermutlich ein Tagebuch er öffnete die Vitrine stutzte aber bei dem Geruch Schießpulver er suchte die darin versammelten Gegenstände ab ganz hinten in einer Ecke lag ein alter Revolver er erkannte Fabrikat und Modell aus dem Waffenlehrbuch mit dem er die Trainingsschüler unterrichtete es war ein 1890er Colt Navy Kaliber 36 Sechsschüssig der erst vor kurzem abgefeuert worden war er nahm das Ding heraus klappte die Trommel auf und holte eine der Kugeln heraus sie war rund und und uneben als wäre sie von Hand gemacht diese Form hat er schon mal gesehen als er Vicious medizinische Befunde aus dem Computer im St. Francis gelöscht hatte hatte er sich ein Röntgenbild von seinem Brustraum angesehen und den kugelförmigen leicht unregelmäßigen Bleiklumpen im hinteren Brustmuskel seines Bruders entdeckt bist du hier um mich zu sehen Puri blickte über die Schulter die Direktrice an sie stand in der Flügeltür gekleidet in diese weiße Robe die hier alle trugen um ihren Hals hing an einer Kette ein Amulett wie seines hübsche Sammlung von Artefakten habt ihr hier sagte er gedehnt und drehte sich um die Augen der Frau verengten sich zu schlitzen er ließ sie nicht aus den Augen während er das Buch in seiner Hand hob sieht aus wie das Tagebuch meines Bruders als sie die Schultern kaum sichtbar hoch zog wollte er sie am liebsten umbringen ja das ist Darius Tagebuch Puri tippte mit dem Finger auf den Einband dann deutete er mit einer ausladenden Geste auf die ganzen Juwelen sag mal wird dieser Ort immer verschlossen gehalten ja seitdem Angriff dann sind du und ich also die Einzigen die einen Schlüssel besitzen richtig ja nur wir beide niemand sonst hat Zutritt ohne mein Wissen oder meine Anwesenheit verstehe deshalb muss ein primal der hier plötzlich auftaucht dir doch echt den Spaß versauen denn ab jetzt habe ich ja das Kommando richtig den Bruchteil einer Sekunde brannten ihre Augen vor Bosheit was ihm ihre Tat und ihr Motiv bestätigte die Direktris hatte auf Vicious geschossen mit der Waffe aus der Vitrine sie wollte ihre Herrschaft nicht an ihn abtreten Wolltest du nicht etwas sagen bohrte er noch einmal nach die Direktris spielte mit dem Amulett an ihrem Hals du du der primal du bist hier der Herrscher gut schön dass wir uns da einig sind wieder klopfte er auf der Tagebuch das hier nehme ich mit haben wir jetzt nicht eine Unterredung er ging auf sie zu wäre sie ein Mann gewesen hätte er ihr das Genick gebrochen nicht jetzt ich habe etwas mit der Jungfrau der Schrift zu erledigen Kapitel 31 Vicious hatte noch nie zuvor geweint nach allem was er durchgemacht hatte war er irgendwann zu dem Schluss gekommen dass er ohne Tränenkanäle auf die Welt gekommen sein musste auch die Ereignisse die zum heutigen Tag führten hatten das nicht verändert als Jane tot in seinen Armen lag hatte er nicht geweint als er in der Grotte versucht hatte sich die Hand als Opfer abzuschneiden und der Schmerz ihn überrascht hatte waren keine Tränen geflossen selbst als die Jungfrau der Schrift ihre Hand auf Janes Körper gelegt hatte und er benommen beobachtet hatte wie seine Geliebte zu Asche wurde hatte er nicht geweint jetzt tat er es zum ersten Mal seit seiner Geburt flossen ihm Tränen über das Gesicht und durchnässten die Kissen Vicious legte sich einen Arm über das Gesicht und schluchzte hemmungslos seine Visionen waren wieder da sein Fluch zu ihm zurückgekehrt er hatte den Scheideweg hinter sich gelassen seine linke Hand pochte immer noch ein wenig von der Verletzung die er sich zugefügt hatte die rechte glühte wie immer und seine Tränen sahen vor der Beleuchtung von innen weiß aus weiß wie die Iris seiner Augen er atmete tief durch und sah auf was sie noch bei der Stange hielt war die Nacht er hätte sich inzwischen definitiv umgebracht hätte sich seine Glock in den Mund gesteckt und den Hinterkopf weggepustet wenn die Nacht nicht wäre er machte es zu seiner persönlichen Mission die Gesellschaft der Lässer auszurotten das würde ihn den Rest seines Lebens kosten aber das war total okay denn für ihn gab es sowieso nichts anderes mehr unvermittelt zog er die Augenbrauen zusammen und blickte zur Tür kurz darauf wischte er sich noch einmal die Wangen ab und sagte es überrascht mich dass du nicht einfach reinkommst die Tür öffnete sich ohne Zutun einer Hand davor stand die Jungfrau der Schrift von Kopf bis Fuß von ihrem schwarzen Gewand verhüllt ich war nicht sicher ob ich willkommen bin sagte sie leise und schwebte in den Raum erhob den Kopf nicht vom Kissen du weißt wie willkommen du bist ja daher werde ich gleich zum Anlass meines Besuchs kommen ich habe ein Geschenk für dich ich will es nicht doch das willst du mit einem Ruck setzte er sich auf du hast mir genommen was ich wollte eine Gestalt trat in den Türrahmen eine geisterhafte Gestalt wisch es und ich gebe es dir zurück sagte die Jungfrau der Schrift auf eine gewisse Weise Vicious hörte kein Wort von dem was sie sagte weil er nicht begreifen konnte was er davor sich sah es war Jane mehr oder weniger es war Janes Gesicht und Janes Körper aber sie war eine transparente Erscheinung Jane während sie sich dematerialisierte sprach die Jungfrau der Schrift du brauchst mir nicht zu danken wisse nur dass es dein Fluch ist durch den du sie berühren darfst lebe wohl wisse sah aus als würde er gleich in ohnmacht fallen bist du das fragte er heiser sie nickte und streckte die finger nach seinen wangen aus die leicht gerötet waren du hast geweint er fing ihre hand auf ich kann dich fühlen ich dich auch er berührte ihren hals ihre schulter ihren brustkorb zog ihren arm zu sich heran und sah sie an naja eher durch sie hindurch ähm also ich kann auf gegenständen sitzen begann sie aufs gerate wohl ich meine während ich draußen gewartet habe habe ich auf der couch gesessen und ich habe ein bild gerade gerückt einen penny in dein sparschwein gesteckt eine zeitschrift in die hand genommen es ist ein bisschen komisch aber ich muss mich nur konzentrieren er legte ihr die hand aufs haar und es fühlte sich genauso an wie früher ihr nicht existenter körper nahm die empfindungen genauso wahr wie vorher jetzt trunzelte er die stirn sein gesichtsausdruck wurde geradezu wütend sie hat gesagt es erfordert ein opfer jemanden zurückzuholen was hast du ihr gegeben was hast du eingetauscht wie meinst du das sie gibt nichts ohne etwas als gegenleistung zu fordern was hat sie von dir genommen nichts sie hat mich um nichts gebeten ratlos schüttelte er den kopf sie dachte er wollte etwas sagen doch dann schlang er einfach nur seine schweren arme um sie und presste sie an seinen zitternden leuchtenden körper im gegensatz zu sonst wo sie sich konzentrieren musste um festigkeit zu finden ging es bei sie körperlich ohne sich in irgendeiner weise bemühen zu müssen ich dachte ich dürfte das nie wieder erleben krächzte er jane schloss die augen und drückte ihn dachte an diesen moment im nebel als sie ihn losgelassen hatte sie hatte keine ahnung wer oder was die jungfrau der schrift war hatte keine ahnung wo sie selbst gewesen war oder wie sie zurückgekommen war aber eines kapitel 32 die stimmung beim ersten mal war beträchtlich gelöster als in den letzten wochen na auf jeden fall erzählte pueri gerade bin ich zur jungfrau der schrift gegangen und hab ihr von der kugel erzählt verdammt die direkt ries vicious beugte sich vor ich bin davon ausgegangen dass es ein lässer war na klar sagte pueri während er sich an bella wandte und ihr die butter anbot das sind wir alle aber diese frau hatte ein überzeugendes motiv sie wollte die cheffin bleiben und mit einem primal da oben wäre das einfach nicht gegangen raths stimme ertönte scharf vom anderen ende des tisches die direkt ries muss sterben pueri räusperte sich während er die butter wieder abnahm das kannst du als erledigt betrachten herr gut rath nickte als verstünde er vollkommen und billige puries tat wer wird sie ersetzen die jungfrau der schrift hat mich gefragt wen ich in der position haben möchte aber ich kenne keine amalia sagte da die blonde auserwählte alle köpfe wandten sich ihr zu wie bitte fragte pueri die stimme der auserwählten klang schön auf die art wie windspiele klingen lieblich und melodiös wenn es gestattet wäre dürfte ich die auserwählte amalia vorschlagen sie ist warmherzig und gütig und auch von angemessenem alter pueris gelbe augen musterten die frau aber seine miene blieb verhalten als wüsste er nicht was ihr zu ihr sagen oder mit ihr anstellen sollte dann ist sie es die ich möchte ich danke dir einen kurzen moment lang hob sie den blick ihre wangen färbten sich rosa aber dann schaute pueri wieder weg und sie ebenfalls als john in torments büro ankam holte er tief luft und sah sich um seit dem verschwinden des bruders hatte sich eigentlich nicht viel verändert abgesehen davon dass der potthässliche grüne sessel jetzt in raths arbeitszimmer stand war alles beim alten geblieben er setzte sich an den schreibtisch legte die hände auf die lehnen des büro stuhls und strich damit vor und sich weil er sauer war dass vicious jane zurückbekommen hatte während torment welsy für immer verloren hatte hey john sah auf da stand sadist obwohl gott allein wissen mochte wie er ohne jedes geräusch durch den wandschrank hatte kommen können was liegt dir auf der seele john nichts weißt du hörte ja sadist sagen früher habe ich mich oft gefragt warum ich und nicht peory misstrauisch hob john den kopf ja ich habe gegrübelt warum ich mitgenommen wurde und in diesem verließ landete womit ich nicht allein war peory macht sich heute noch deswegen fertig weil ich es war und nicht er sadist verschränkte die arme vor der brust das blöde ist sich damit aufzuhalten warum etwas dem einen passiert und dem anderen nicht bringt einen nicht den kleinsten Schritt weiter ich vermisse torment das tun wir alle das stimmte john war nicht der einzige der litt das durfte er nicht vergessen ich habe hier etwas für dich sadist trat an einen schrank und öffnete ihn hat peory mir gestern gegeben wir wollten es für deinen geburtstag aufheben aber scheiß drauf du brauchst es heute nacht mit einem alten ramponierten buch kam sadist an den schreibtisch er legte es oben auf den papierstapel die große hand über den titel gelegt alles gute zum geburtstag john damit hob er die hand und john las urplötzlich blieb sein herz stehen mit zitternder hand fuhr er die verblassten buchstaben nach darius sohn des marclon ganz vorsichtig schlug er das buch auf in wunderschönen ordentlichen schnörkeln drängten sich dort worte und zeichen in dichter fülle betrachtungen über ein leben das vor langer zeit geführt worden war die schrift seines vaters in der alten sprache unvermittelt riss john den kopf zurück und schlug sich die hand vor den mund vor lauter angst er könnte in tränen ausbrechen doch als er den blick hob stellte er fest dass er allein war mit seinem charakteristischen einfühlungsvermögen hatte sadist ihm seinen stolz gelassen und war verschwunden unmittelbar nach dem essen materialisierte sich vicious in den innenhof der jungfrau der schrift nachdem er wieder gestalt angenommen hatte musterte er mit fragendem blick den weißen marmorspringbrunnen und den säulengang und das tor zum areal der auserwählten irgendetwas war anders er kam nicht darauf was aber irgendetwas ich grüße euch sier er drehte sich um eine auserwählte stand neben der pforte von der immer angenommen hatte sie führe in die privat gemächer der jungfrau der schrift in ihrem weißen gewand das haar auf dem kopf hoch gesteckt erkannte er sie sofort als diejenige die nach der besichtigungs zeremonie gekommen war um nach kormia zu sehen amalia sagte sie schien überrascht dass er sich an ihren namen erinnerte euer gnaden sie also hatte kormia als neue direktrice vorgeschlagen klang vernünftig die frau schien freundlich zu sein ich bin hier um die jungfrau der schrift zu sprechen wobei er davon ausging dass sie das bereits wusste bei aller geziemden achtung sie empfängt heute nicht dann komme ich morgen wieder die auserwählte verneigte sich tief bei aller geziemden achtung sie ich glaube dass sie auch morgen noch unpässlich sein wird warum ich frage nicht warum in ihrer stimme lag ein hauch von missbilligung als sollte er besser auch nicht fragen tja dumm gelaufen was genau wollt ihr ihr ausrichten sag ihr doch bitte vicious war hier um zu sagen da ihm die Worte fehlten musterte ihn die auserwählte mit mitgefühl im blick wenn ich so kühn sein darf vielleicht sollte ich ihr mitteilen dass ihr sohn kam um ihr für das großzügige geschenk und für das opfer das sie für sein glück brachte zu danken sohn einfach nur vicious sag ihr vicious war hier um sich zu bedanken wieder verbeugte sich die auserwählte die mine traurig wie ihr wünscht er sah der frau nach wie sie durch die kleine verzierte tür verschwand moment mal hatte sie opfer gesagt was für ein opfer langsam wandte vicious den kopf der weiße baum mit den weißen blüten war leer alle singvögel waren fort das war es was ihr fehlte die vögel der jungfrau der schrift waren nicht mehr da die zweige des baum bar jeder farbe die reglose luft ihres fröhlichen zwitscherns beraubt oh mein gott das also war ihr opfer gewesen sie hatte ihre liebe für seine gegeben in ihren privat gemächern wusste die jungfrau der schrift genau wann wisch es gegangen war sie konnte fühlen wie seine gestalt wieder in die welt dort draußen reiste mit schaudern wandte sie den blick dem hinteren teil ihrer gemächer zu dem ort an dem sie niemals ging oder an dem sie zumindest seit zweihundert jahren nicht gewesen war schweren herzens glitt sie durch den raum und ließ die doppelten schlösser aufschnappen mit einem zischen brach das siegel ein feiner dunst wehte aufgrund der veränderten luftfeuchtigkeit heraus war es wirklich so lange her die jungfrau der schrift trat ein und betrachtete die die dort wie leblos über dem fußboden hing ihre tochter vicious zweieige zwillingsschwester pain lange war die jungfrau der schrift der ansicht gewesen dass es besser und sicherer für ihre tochter war der gestalt zu ruhen doch nun hegte sie zweifel sie musterte das gesicht ihrer tochter pain war nicht wie andere frauen von geburt an schon nicht sie besaß die krieger instinkte ihres vaters und den drang zu kämpfen vielleicht war es zeit ihre tochter zu befreien so wie sie ihren sohn befreit hatte dennoch war es furchtbar für sie loszulassen besonders da kaum zu erwarten war dass ihre tochter größere liebe zu empfände als ihr sohn sie würde sie also beide verlieren während sie mit der last ihrer gedanken kämpfte hatte sie den impuls nach draußen in den Hof zu gehen und sich von ihren vögeln trösten zu lassen doch sie konnte auf keinen beistand hoffen keine fröhlichen rufe um ihren Schmerz zu lindern und so verharrte die Jungfrau der Schrift in ihren Gemächern schwebte auf einem endlosen Pfad durch die stille reglose Luft der leeren Räume die Zeit verstrich und das unendliche Wesen ihrer Nicht-Existenz fühlte sich an wie ein Mantel aus Nadeln um ihre Schultern eintausend kleine Stiche von Schmerz und Traurigkeit Epilog eine Woche später Vicious nahm die heiße Schokolade vom Herd und schaltete die Platte ab Als er sie in einen Becher goss hörte er plötzlich ein Jaulen und ein Ach du lieber Gott Auf der anderen Seite der Küche sah er Rage halb in Jane stehen als wäre sie ein Swimmingpool in den er gewartet war Hektisch sprangen die beiden auseinander als Vicious die Zähne fletschte und seinen Bruder anknurrte Rage hielt beide Hände hoch Ich hab sie nicht gesehen ehrlich nicht Jane musste lachen Es war nicht seine Schuld Ich hab mich nicht konzentriert Deshalb wurde ich durchsichtig Mit unterschwellig drohendem Tonfall fiel Vicious ihr ins Wort Rage wird in Zukunft besser aufpassen nicht wahr mein Bruder Im Sinne von entweder das oder er würde im Streck verband enden Ja unbedingt Klar Schön dass wir uns einig sind Damit nahm Vicious den Becher und trug ihn zu Jane Während sie darüber blies küsste er sie auf den Hals Für ihn fühlte sie sich an wie immer Aber für andere war sie zu etwas völlig anderem geworden Sie trug Kleidung aber wenn sie nicht darauf achtete ihre feste Gestalt zu behalten und jemand mit ihr zusammen stieß wurden die Klamotten zusammen geknautscht als wäre nichts darin und der andere lief im Prinzip durch sie hindurch Das war schon etwas seltsam Dazu kam dass Vicious ein Bilderbuch Revierverhalten an den Tag legte falls das zufällig einem seiner Brüder passierte Alles in Ordnung bei dir? fragte sie leise damit niemand sie hören konnte zärtlich legte sie ihm die Hand aufs Gesicht du wirst dich schon noch daran gewöhnen genau wie ich entschuldigt bitte sie ja Vicious warf fritz einen seitenblick zu hey mein freund was gibt's der doggen verneigte sich ich habe worum ihr gebeten hattet ausgezeichnet danke er küsste Jane dann sehen wir uns später auf jeden Fall draußen in der Eingangshalle fand er was fritz für ihn auf dem Tisch am fuße der großen freitreppe abgestellt hatte anfangs wusste er nicht so recht wie er das ding anfassen sollte er wollte es nicht kaputt machen schließlich hielt er es einfach vorsichtig in beiden Händen und ging damit in die Bibliothek er verschloss die Türen und sandte eine Anfrage an die andere Seite als ihm von derselben Auserwählten begrüßt die schon beim letzten Mal hier gewesen war Amalia wollte sich verneigen hob aber den Kopf als sie ein Chilpen aus seinen hohlen Händen vernahm was hast du mitgebracht flüsterte sie ein kleines Geschenk nicht viel er ging zu dem weißen Baum mit den weißen Blüten und öffnete die Hände der kleine Sittich flog heraus und hockte sich auf einen Ast als wüsste er dass das ab jetzt sein zu Hause sein würde fröhlich trippelte der leuchtend gelbe Vogel auf dem blassen Zweig auf und ab die kleinen Füßchen griffen zu und ließen los griffen zu ließen los er pickte in einer Blüte stieß ein Trillern aus hob ein Bein und kratzte sich am Hals Vicious stützte die Hände in die Hüften und überschlug im Kopf wie viel Platz zwischen all den Blüten auf all den Ästen war er müsste eine ganze Wagenladung Vögel herbringen die Stimme der Auserwählten bebte vor Rührung sie hat sie für euch aufgegeben ja und ich bringe ihr neuer aber das Opfer wurde gebracht das hier ist ein Geschenk vor Dankbarkeit glänzten die Augen der Auserwählten sie wird sie behalten und sie werden sie vor der Einsamkeit bewahren noch einmal sah sich Vicious nach dem einzelnen gelben Vogel inmitten des weißen Baums um er stellte sich alle Zweige wieder belebt vor ohne ein weiteres Wort dematerialisierte er sich zurück in das Leben das ihm geschenkt worden war das Leben das er führte das Leben für das er jetzt und zwar zum ersten Mal Dankbarkeit empfand sie hörten Black Dagger Todesfluch von J.R. Ward ald 늒 es sehr alt ein ä Vielen Dank.